gegenüber christen sehr aggressiv und nummer drei sie schreiben brüder und geschwister an und drohen ja und ich finde man sollte vorsichtig sein wenn man droht weil das kann alles nach hinten losgehen ich finde ich finde die diese die können weiteren weiterhin ihre lehren verbreiten ja aber sie müssen aufhören uns christen privat anzuschreiben und zu sagen hey hör auf rede ich heute leute ich muss euch sogar was sagen heute hat mir einer geschrieben und dann hat er zu mir gesagt was kann ich tun dass du aufhörst darüber zu sprechen soll ich dir geld bezahlen dann denke ich mir das haben wir was die haben immer noch eine sache nicht begriffen es geht darum die gesunde lehre zu verbreiten es geht darum die wahrheit zu verbreiten ich habe eine frage ich habe ich habe ich habe eine frage an dich und du weißt ja ich bin ja mit respekt reingekommen okay also erwarte ich natürlich auch den gewissen respekt also ja ich möchte mit dir darüber reden du glaubst du daran dass jesus gottes stimmt jesus ist zu 100 prozent gott richtig okay okay gut dann habe ich ich habe drei vier fragen an dich und es wäre schön wenn du mir helfen könntest okay korrigiere mich ruhig okay aber ich habe einfach paar fragen fragen an dich und wenn ich es falsch verstanden habe korrigiert du mich einfach okay alles gut okay perfekt so erst mal die erste frage was macht denn überhaupt nehmen wir also 45 nennen wir so 45 punkte auf ok was einen vollkommenen gott an sich so ausmacht was macht einen vollkommenen gott aus nehmen also 545 aufzählungen zum beispiel keine ahnung allwissend allmächtig et cetera also um ganz ganz einfach zu erklären gott ist allwissend und allmächtig aber du darfst noch eine sache nicht verstehen er hat er wurde knecht ja das weiß ich ja das weiß ich ja aber ich habe ja nur gefragt was einen gott so einen an etwas einen vollkommenen ja du wirst jetzt du wirst jetzt zum beispiel sagen ja aber warum wusste er die stunde nicht weil sein nein 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 darauf will ich gar nicht hinaus ok was ja gerade gesagt dass voll dass gott allmächtig ist dass gott allwissend ist ist gott zum beispiel auch für dich unabhängig von seiner eigenen schöpfung er kann alles machen das was er möchte natürlich nein flex nein konzentriert ist gott unabhängig von seiner eigenen schöpfung genau oder oder anders gewalt gleich gott seiner eigenen schöpfung gleich gut seine eigenen schöpfung wie soll ich das jetzt verstehen ja ist der na klar aber ich verstehe dich jetzt nicht okay ja ist der ok also gott gleicht seiner eigenen schöpfung natürlich die eigenschaft also verstehe ich weiß warum ich weiß warum ich so mich das hinterfrage ich denke mir sowas sind was sind das für fragen weil das ist ja ok ok also gott gleicht seine eigene schöpfung das heißt alle fähigkeiten die ein vollkommener gott parat hat hat auch seine eigene schöpfung parat stimmt flex was auch noch mal noch gott gleich gott gleich seiner eigenen schöpfung das heißt alle fähigkeiten die der gott parat hat hat auch seine schöpfung parat stimmt nein 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 was aber jetzt jetzt widersprichst du dir weil du hast gerade gesagt ganz kurz ich halte noch mal fest du hast gerade gesagt dass gott ok seiner eigenen schöpfung gleicht aber im umkehrschluss sagst du okay die die fähigkeiten die ein gott parat hat hat seine schöpfung nicht aber das ist ja kein widerspruch aber auch was bezogen ob es dir sagen auch was gezogen okay kann kann gott gesandt werden kannst du gott senden der vater sind den sohn doch er äußert sich als moment ich gebe dir sogar den vers und ist die besser sogar zu erklären ja immer sie ist kein problem ich habe es auch hier bereits moment so ich will jetzt nichts falsches sagen deswegen äußerte sich als so also wenn wir jetzt in philippa kapitel 2 vers sechs gehen sorry weil wir sechs gehen lesen wie er selber er der in göttlicher gestalt war hielt es nicht für einen raub gott gleich zu sein okay jetzt musst du gut zu hören sondern er entäußerte sich selbst und nahm knecht gestalt an und moment ich mag diese übersetzung nicht der als in der gestalt gottes war es nicht wie ein raub fest hielt gott gleich zu sein sondern er äußerte sich selbst und nahm die gestalt eines knechtes an und wurde wie die menschen verstehst du hat die knecht gestalt angenommen und aber flex du weißt selber du weißt ja selber okay dass die trinität besagt dass der dass der sohn 100 prozent gott war dass der heilige dass der heilige geist 100 prozent gott war und dass das nicht er hat sie heißt das heißt als jesus auch ganz kurz ganz kurz ganz kurz ganz kurz weg als 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 jesus okay auf der erde gelebt hat okay war ja der heilige geist in ihnen stimmt okay das heißt wir haben drei hippostasen stimmt ja wir haben einmal die hippostase vom heiligen vom heiligen sohn vom geist und vom vater vom vater ok das heißt wir haben drei hippostasen und alle drei hippostasen ergeben eine hippos eine ganze hippostase stimmt nein also alle drei also alle drei sind jeweils 100 prozent gott aber alle drei sind ein gott auch gleichzeitig ja genau alles im wesen genau und jetzt meine frage alle sind alle sind wesens gleich genau alle sind wesens gleich sehr ein wesen ein wesen genau jetzt jesus die eine hippostase bildet auf der erde ok jesus sicher jesus ist ja eine hippostase davon weil er der heilige geist in ihm gelebt hat von wem wurde diese eine hippostase ok gesandt von der anderen hippostase von dem vater der vater hat den sohn gesandt falsch johannes 10 30 ich und der vater sind eins es wurde nicht von irgendwo gesandt sie waren schon eins ok kannst du mir die exegese dazu bringen hast du eine exegese dazu also eine exegese okay also schau mal das ist ja nicht nur bei den muslimen sowie bei den christen läuft es ja auch so ab dann ist das eine exegese also eine exegese bedeutet ja ich würde gut zu du musst mich wieder reinholen ich wurde angerufen dann hört mich jetzt doppelt wieder ist kein problem er muss nachlesen was schon interessant er soll er soll ja noch mal hochkommen ist doch gar kein problem aber eigentlich total total komische fragen aber okay also so hörst du mich das tut mir leid ich muss nichts nachlesen keine sorge ich habe nur ganz kurzen anruf bekommen wenn man die anrufe bekommt dann hört man in den jeweiligen aber aber bevor du bevor du ja weiterredest du bist doch sowieso nicht auf der suche also was ist denn was ist denn dein ziel im ende was das lenken hier gab es nur weil ich nicht ganz gut bin heiß ich will lernen ich will flex flex nicht mehr klar das ist okay dankeschön weil du hast mich jetzt schon ein paar mal unterbrochen was bringt es dir am ende des tages dein weg ist es sowieso nicht christus zu finden ja also du stellst zwar die fragen okay die werden die beantwortet aber diese fragen sind mehr als komisch finde ich also ich meine hast du die interesse okay hast du nicht die interesse ich versuche ich bin wenn du versuchst wenn du zu versuchst zu widerlegen wird es die eh nichts bringen weil ich schlage nur die bibelferse auf okay okay ich flex erst weil es mich jetzt noch eine frage gestellt und was es geht kann ich dir nur sagen okay hey johannes kapitel 10 wer ist als ich kein problem doch eine frage und kann ich bitte zu ende reden du hast mir doch eine frage gestellt du hast mir doch eine frage kann ich bitte zu ende reden es geht darum wir spielen hier nicht mit gott ja seine exegese war so links rechts oben ich und der vater sind 1 vater sohn heiliger geist sind 1 wir trennen nichts voneinander wir können auch nicht heiliger geist spalten gespalten auch kein vater gespalten auch nicht den sohn sie waren alles 1 ok ist ein wesen immer mehr darf ich jetzt weiter reden ich bin noch nicht fertig du unterbrichst mich schon wieder aber du hast flex was mir doch eine frage ich bin noch nicht fertig an versucht ihr nur hör auf zu unterbrechen bitte aus respekt unterbricht mich schon wieder ok was ist noch mal also wenn du jetzt versuchst irgendwie ja aber sind sie da wesensgleich sind sie da aber der heilige geist ist doch mit dem verbunden fangen damit gar nicht an weil sie sind alle 1 ok ja sie sind alle 1 ist immer noch ein wesen ok wir können jetzt nicht hier pokern und sagen ja aber hier ist der geist da und und der vater war jesus war der vater hier nein das ist falsch gestalt eines knechtes an und wurde mensch ok aber kannst du mir zu den bernstern die du bringst eine exegese bringen was meinst du mit exegese ich habe einen anruf bekommen wurde raus bin direkt raus ich habe nicht weiter geredet dann lass mich doch ausreden eine exegese ist doch eine exegese ok ist doch die deutung zu einem bibelvers ok das ist nichts anderes als die deutung zu einem bibelvers ok und der und das christentum basiert ja darauf dass man die exegese ok vom alten testament nimmt deswegen war habe ich dich gerade gefragt ob du mir zu allen bibelversen die du bringst ok nicht nur gleich 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 ob du mir ob du mir zu allen bibelversen die du bringst ok weil du ja nicht aus eigener neigung sprechen sprechen kannst es ist ein heiliges buch eine exegese bringen kannst weil du sprichst hier willkürlich nur ohne exegesen aus eigener neigung und das problem ist nein wir du musst ja eine sache verstehen die bibel ist ja wie ein puzzel wir können nicht irgendetwas zitieren von dem wo wir keine ahnung haben wir können nur das zitieren was in der bibel steht also kann ich nicht irgendwelche exegese rausziehen und sagen ja aber es war so und es war natürlich dass du dass es bibelverse gibt die man selber nicht deuten darf ok so weil die bibelversen klar und deutlich zu verstehen dass nein die bibel basiert darauf dass man dass dass man die exegese vom alten testament nimmt flex was redest ok ok wenn ich jetzt sage ok wir versuchen es jetzt noch einmal weil ich merke du spielst ein bisschen ich zeig dir jetzt mal was also wenn ich jetzt aus philippa kapitel 2 vers 6 zitiere und dieser vers klar und deutlich ist wo soll ich aus philippa kapitel 2 vers 6 während gott hier klar und deutlich sagt dass er die gestalt eines menschen annahm wo soll ich das im alten testament herausziehen und als exegese nehmen wenn dort sich eine leute ich lass mich mal bitte aus dem unterbricht mich schon wieder danke da finden wir keine exegese wir sehen hier ganz klipp und klar dass in philippa kapitel 2 vers 6 dass gott sich klar macht dass er die gestalt eines menschen annahm da können wir nicht irgendeine exegese aus dem alten testament nimmt wenn philippa klar und deutlich ist also deine aussage ist total schwachsinnig okay du hast mir eine frage gestellt also möchte ich jetzt darauf antworten woher willst du aus dem philippa ok ein exegese nehmen so das heißt du basierst darauf aus einem heiligen buch ok die bibel ist ja ein heiliges buch du interpretiert erstens interpretierst du dein heiliges buch selber ich bin noch nicht fertig flex du interpretierst du interpretierst es selber ok ohne eine exegese das heißt du als normaler mensch bist überhaupt nicht mal dazu fähig ein heiliges buch selber zu interpretieren das heißt du brauchst eine deutung zum vers von den warte mal wie nennt die christen das väter krisen väter die kirchenväter genau ich mache das jetzt kurz und knapp gleich du bist ein normaler mensch der ein heiliges buch selber selber interpretiert und 400 menschen weismachen möchte dass das was du sagst als normaler mensch stimmt nein bringe mir alles beutungen zum vers ich gibt dir deutungen ich gebe dir sogar ein vers der dir komplett den lockern mal ein vers bringen wir kein vers prima auf stimmen hör auf mich zu unterbrechen weil du bist nicht respektlos gerade verarscht ihr alle menschen das und immer auch die man ist da bitte 5 6 auf kein bringe mir die bringe mir die exegese zum johannes bringen auch die exegese bringe ich mir geh mal auf johannes 5 36 ok wenn du mir danach die exegese bei lesen ist das noch johannes johannes kapitel 5 36 wenn ich hier raus gehört man mich nicht und wir hören dich nicht der nehmen zweites handy ich habe kein zweites handy parat tut mir leid denn nimm dein computer dann ich habe dann liest du doch vor nein nein ich habe gar nichts diesmal 5 36 ich habe ich habe nichts parat wovon ich gerade rauslesen doch okay dann nimm dein tablet ich habe nichts ich habe nur mein handy gerade hier okay dann nimm was anderes keine ahnung wo bist du gerade ich bin gerade zuhause ja okay also wenn du zuhause bist denn gerne ein computer ich flex willst du mich verarschen aber ich sage dir doch gerade dass ich nur ein handy ich habe nur mein handy du hast kein tablet ich habe nur mein handy mit der führt eine debatte hat hat nicht mal ein tablet hat nicht mal eine bier das ist der wahnsinn okay alles okay also mit exegese betrieben wir lesen ich habe aber ein zeugnis das größer ist als das des johannes denn die werke die mir der vater gab dass ich sie vollbringen vollbringe eben die werke die ich tue geben zeugnis von mir dass der vater mich gesandt hat und der vater der mich gesandt hat hat selbst von mir zeugnis gegeben ihr habt weder seine stimme jemals gehört noch seine gestalt gesehen und sein wort habt ihr nicht bleibend in euch weil ihr dem nicht glaubt denn er gesandt hat genau ihr erforscht die schriften weil ihr meint ihnen das ewige leben zu haben und sie sind es die von mir zeugnis geben und doch wollt ihr nicht zu mir kommen und das leben zu empfangen und das passt genau perfekt zu dir du hast nie dieses buch gelesen du hast nie dieses buch verstanden und dann lesen wir schon selber dass der herr jesus christus selber sagt ihr habt nie in meinem namen ihr habt nie mein wort gehört ihr habt nie verstanden also wie willst du die bibel verstehen wenn du sagst bring mir eine exegese wenn du nie die bibel überhaupt in deinem leben okay in der hand hier haben wir noch nicht wo ist dann wo es lass mich mal bitte reden ich bin noch nicht fertig ich habe jetzt ein vers gegeben kannst du mir diesen vers auslegen ich lege sie dir aus an die 500 leute hier habt ihr gerade aus dem mund von flex gehört dass er zu mir gesagt hat ich solle sie auslegen flex du hast sie gerade selber einen knockout gegeben du hast selber gerade gesagt ob ich sie auslegen soll wer bin ich als normaler mensch dass ich so ein bibelvers auslege das sind die das sind die das sind hohe menschen genau und du hast heute bewiesen dass du ein heuchler bist du hast gesagt du kommst mit respekt jetzt dein ziel ist es eigentlich nur du bist gekommen und nutzt fremdwörter um zu widerlegen das habe ich schon gemerkt dein ziel ist es gar nicht mal das wort hier zu verstehen ich habe dir den vers ganz normal vorgelesen wie willst du einer der hierher kommt einer der hierher kommt die bibel verstehen wenn der herr jesus christus klebe und klar und deutlich sagt hey du hast noch nie den herrn oder sein wort verstanden beispielsweise ihn angenommen wie willst du wie willst du die diese dieses bruch hier verstehen und dann kommst du mit exigese was für exigese das ist nicht so wie bei euch muslime man braucht man braucht man braucht das um den vers zu erklären die bibel erklärt es von alleine wer ist jesus christus bam den gehen wir in philippa und dann lesen wir okay er hat die gestalt eines menschen angenommen bam da brauchen wir keine exigese mann du redest totalen unfug mann genauso wie deine leute im chat die ebenfalls keine ahnung haben genauso wie du also ich habe echt gedacht du kommst hier rein mit respekt um das zu verstehen du willst nur widerlegen und kommst mit exigese wir brauchen keine exigese wir haben die bibel das ist eigentlich schon ein schlag für dich mann du hast keine ahnung mann also redet kein unsinn mit exigese du hast doch gerade du hast doch gerade selber bewiesen okay dass ich die bibel selber auslegen soll okay hast mich jetzt direkt gestimmt nach meinem satz vor 500 Leute Leute die Müll aber dass man selber okay die bibel nicht auslegen sollte weil ich als normaler mensch also du du deutest dein heiliges buch selber flex wer bist du wer bist du okay eine eine frage an dich mal wirklich so Geh mal auf stumm Geh mal auf stumm ich zeig dir wie intelligent du bist ich zeig dir mal wirklich wie intelligent du bist also Guck mal abu belgrad jetzt gucken wir mal wie schlau dieser kerl ist Guck mal also abu belgrad wir sind jetzt gerade in der schule okay ich und du abu belgrad okay Ich lese dir jetzt mal was vor abu belgrad und sagt mir was du verstanden hast okay Guck mal jetzt abu belgrad ich lese es dir vor Er der in göttlicher gestalt war er der in göttlicher gestalt war Hielt es nicht für einen raub gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst und nahm die knechtgestalt an Wart den menschen gleich und der erscheinung nach als mensch Erkannt so abu belgrad eine frage an dich was hast du hier verstanden was ich vorgelesen habe brauche ich dafür jetzt eine exige? Natürlich Geh mal auf stumm du Jahil du hast keine ahnung gehen wir auf stumm bleibst du hast keine ahnung wir zeigen dir dass du keine ahnung hast Bruder eine frage für philippa kapitel 2 vers 6 brauche ich eine exigese Nein weil im alten testament steht auch gott sagt beispielsweise bruder sein punkt ist komplett falsch weil gott sagt im alten testament in zweiter samuel 7 11 Niemand ist mir gleich wenn im neuen testament steht da ist das gott gleich dann reicht das Achhmat gib mir bitte ein propheten der gott gleich abu belgrad ganz kurz ganz kurz gib mir ein prophet der gott gleich ist achhmat Du bleibst erstmal stumm weil du hast keine ahnung für bibelverse brauchen wir keine exigese die die bibel ist eine bibliothek Das heißt also wenn wir eine erklärung zu diesem vers haben wollen dann müssen wir immer weiter lesen das problem Ja genau der hat wirklich auf krampf versucht Uns zu sagen hey du brauchst aber für diesen vers eine exigese nein die bibel ist nicht der koran Der koran braucht für jeden vers eine erklärung die bibel braucht keine exigese Die bibel braucht keine exigese Als er damit kam habe ich mir echt gedacht so seit wann braucht die bibel eine exigese um diesen vers zu erklären Wir haben kirchenväter die darüber gesprochen haben ja wir haben kirchenväter die das ausgelegt haben ja Aber immer noch ist die bibel eine bibliothek was damit wir wenn wir etwas gelesen haben uns diesen vers markieren und das wieder rundherum ist wie ein puzzle zu dem anderen vers Ganz einfach da kommt er mit exigese Bitte vielleicht nur ein kniffligen stellen bruder aber diese stellen sind ganz leicht im alten testament sagt gott niemand ist mir gleich Dann steht im neuen testament christus ist gott gleich da brauchen wir keine exigese für Genau guck mal deswegen sage ich der hat keine ahnung und die leute noch im chat seine muslimischen freunde so Was hast du du hast keine ahnung für die bibel brauchst du keine exigese Du brauchst für die bibel kann das ist kein koran das ist bibel man und nicht koran mein freund Wir brauchen keine exigese dafür mal der vers ist eindeutig dafür brauchst du keine exigese das ist nicht der koran der von menschen hand geschrieben ist Das ist der brauchst keine exigese Ach mal du gehst voll ab Ja genau Wahnsinn 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 wie kann man so verblendet sein wie kann man so verblendet sein das ist eigentlich schon mehr als traurig Also würde er wenigstens wissen wollen denn hätte ich gesagt okay er ist kein problem ich erkläre ihm das aber da wo er angefangen hat zu sagen Ja aber das ist eine exigese du brauchst dafür eine exigese da habe ich schon gerochen dass der kerl eigentlich hier reingekommen ist der will nur Widerlegen den geht es nicht um die um die bibel oder 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 um das zu verstehen oder um das wort gottes zu verstehen Sondern er kommt rein um nur zu widerlegen und er schreibt unwissender guck mal weißt du was jetzt drehen wir den spieß um Und stellen dir jetzt mal eine frage jetzt gucken wir mal wie wissen du bist komm jetzt lassen wir dich noch mal hoch wir drehen den spieß jetzt mal Komm mal du bist du bist auf jeden fall in dem was du sagst sehr unwissend complex ich bin dir ehrlich nein du du hast keine ahnung du hast gar Keine ahnung du brauchst keine 500 menschen klauen deutlich sagen dass man ein heiliges buch selber deuten darf das ist doch unglaublich bin wird sich selbstverständlich Das alte testament der thora Bleib mal ruhig du hast keine ahnung Geh mal auf stumm du hast keine ahnung Du bist echt ein kind ehrlich wie alt bist du irgendwie mit ende 20 Verhält sich immer ich mach das jetzt einfach Ich blamiere dich jetzt ich blamiere dich jetzt komplett ich blamiere dich jetzt echt komplett du hast keine ahnung Komma achmatt du bist sehr unwissend ja du bist wirklich sehr sehr unwissend ja Und ich finde eigentlich du bist nicht nur ein kind du bist ein baby in meinen augen ich sag dir ganz ehrlich wie es ist Ja also wirklich kind ein kind ist noch viel viel schlauer wie du das alte testament basiert sich auf das haus israel du hast wirklich keine ahnung Und eine exegese ziehen wir nicht aus dem alten testament und sagen das ist mit dem falsch Falsch und wenn dann sprechen wir hier von versen dann sprechen wir hier vom haus israel und was was da wirklich passiert ist Und was die amelikiter gegen israel getan haben wir ziehen nicht irgendwelche exegese und sagen ja das ist die exige falsch Total falsch du hast keine ahnung du weißt nicht mal um was es wirklich geht im alten testament ich könnte dir verse geben du hast nicht mal eine ahnung was das zu bedeuten heißt Also bitte du hast keine ahnung und ich sag dir eine sache Bleib einfach respektvoll denn es auch alles okay ja aber kommen wir nicht mit die bibel Exegese gibt mit diesem vers exegese jeder hier drinnen der die bibel gelesen hat jeder hier drinnen der die bibel liest weil es ganz genau wenn die verse Eindeutig sind brauchen wir dafür keine exegese das weiß jeder das bestätigen auch unsere brüder hier Und du kommst hier hoch Du bist wirklich sehr unwissend du bist unwissend ich muss die nur zwei fragen bezüglich deines korans stellen und Sieht sieht jeder hier drinnen sieht jeder hier drinnen dass du wirklich unwissend bist Komm nicht hier hoch und mach einer big boy du bist kein big boy du hast keine ahnung du hast wirklich keine ahnung Flex noch mal konzentriere dich konzentriere ich guck mal du hast doch gerade selber gesagt okay Hör zu dass ihr die deutungen okay nicht aus dem alten testament testament nimmt aber das stimmt doch gar nicht warum lügst du hier 500 menschen Okay aus dem alten testament aus dem alten testament aus der toren okay habt jedoch eure Habt ihr doch eure deutungen zum vers warum lügst du Wieso lügst du abu belgrat hat den freund selber gesagt Okay zu kleinen zu kleinigkeiten der bibel versen okay ist es teilweise nötig eine deutung zum vers hervorzubringen Okay du sagst aber jetzt es ist überhaupt nicht nötig warum lügst du hier 500 menschen an das doch unglaublich was du tust du manipulierst sie doch nur Jetzt wieder Showtime der will der hat angst Nein du laberst du laberst scheiße deswegen habe ich dich gestimmt du laberst scheiße und ich werde dir auch sagen warum du scheiße laberst ich erklärst dir zu philippa 2 6 brauchen wir keine exegese vom alten testament ganz einfach da 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 hast du wirklich bewiesen dass du scheiße laberst ganz einfach zu philippa kapitel 2 vers 6 brauchen wir dafür nicht das alte testament du beweist gerade dass du keine ahnung hast Du laberst scheiße deswegen stumm ich dich ja du kannst jetzt noch weiterreden ich stehe stumm ich entstumm dich wieder Damit du weiterhin scheiße labern kannst dass ich dich weiterhin blamieren kann weil du hast keine ahnung zu philippa Kapitel 2 vers 6 braucht man keine exegese der vers ist eindeutig und da brauchen wir auch nichts vom alten testament in philippa Kapitel 2 vers 6 ist Eindeutig Komm wir entstumm dich wieder damit du weiter scheiße labern kannst und dann über die nächsten vers wieder legen sag bitteschön Guck mal flex Guck mal Wir wollen hier gar nicht Ja wir hören deine scheiße zu Ich laber keine scheiße Weißt du Bei dir ist so honig Bei dir ist so honig was mir gar nicht scheiße Lass mich hören die du Weißt du wie so ein mal geborenes Kind Weißt du was ich meine Wie so ein Baby Ja 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 raus 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 Du bist ein Jahit Hat kein Wert mit dir Raus Bodo Bodo Ich werde alleine mit ihm reden Ich werde alleine mit ihm reden Kein Problem Ich werde Nein 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 Bruder Bruder der labert scheiße raus mit ihm Da labert dich scheiße Bruder Guck mal Lass uns mal ehrlich sein Wir müssen eine Sache verstehen Jeder der Brüder weiß ganz genau Dass in der Bibel Dass wir keine Exegese brauchen Wenn wir Philippa Kapitel 2 Vers 6 lesen Abuchanja Sag mal ehrlich Brauchen wir für Philippa Kapitel 2 Vers 6 Eine Exegese Bruder die Bibel ist klar und deutlich In diesem Vers ist klar und deutlich Er soll bitte hochkommen Wenn er ein Mann ist Nein 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 Bruder 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 Ich möchte Ich möchte kein Moslem Wo sein Maul voll geschmiert ist Mit Honig Was mit scheiße beschmiert worden ist Den brauche ich nicht hoch Und Bruder der ist nur hochgekommen Um scheiße zu labern Das ist einfach so Ich brauche so Ich brauche so jemanden nicht hochholen Bruder der kommt Alles Und Er ist nicht Der ist nicht hier drinne Weil die Wahrheit hören will Bruder Herz Das ist einfach so Da müssen wir ehrlich sein Ja und Wenn jemand kommt Und so eine scheiße labert Mir Ich werde In eine Lektion machen Dass er nie wieder hochkommt Oder er soll noch hochkommen Weil ich Ich werde dir mal zeigen An was Geiten glauben Dann wirst du sehen Ob er noch mal zu dir hochkommt Oder nicht Ich habe ein paar Fragen An den Ja aber Bruder Bruder wenn ich ihn jetzt hochhole Was soll Wenn wir jetzt Diesen Vers lesen Bruder ich frage dich Du hast auch wissen Brauchen wir dafür Eine Exegese Nein Okay Aber brauchen wir Eine Exegese Zu Philippa Nein Okay Aber es ist wichtig Brauchen wir eine Exegese Zu diesem Vers Nein Also der labert nur scheiße Also für was soll ich mit jemanden Weiterhin reden Der nur scheiße labert Was soll ich Was soll ich mit ihm Überhaupt weiterreden Ja Bruder diese Fragen waren Philosophie Ganz ehrlich Das meine ich ja Für was soll ich mit so jemanden Weiterreden Weil der labert nur scheiße Sorry Also Ich habe eine richtige Medizin für ihn Bruder Also eine Hochkommung Ich kenne mich mit dem Schiiten Und tue sehr sehr gut aus Also einfach nur hochkommung Bruder ich weiß nicht Ob sie überhaupt was bringt Aber okay Wie gesagt Ich brauche mit ihm nicht reden Weil er labert nur scheiße Ich versuche es noch einmal Wie du willst Also wenn er noch einmal Wenn er noch einmal beleidigt Schmeiße ich ihn raus Weil ich will keine Leute haben Okay Aber ich will mit dir reden Nicht mit Flex Nicht mit Abo Bell Sehr schön Hört zu Nein Nicht hör zu Du bist hier Gast Jetzt hörst du Es ist doch unfreundlich Komma ist unfreundlich Wenn du als Gast Komma Wenn du hier als Gast hochkommst Dann musst du dich benehmen Weil dieser Stream gehört Flex Und uns Das heißt Wenn du hochkommst Erstmal begrüßt man Erstmal hallo Gottes Segen Du hast mich auch nicht gesehen Als du hier hochgekommen bist Also von dir Jetzt möchte ich von dir wissen Ist die Bibel für dich die Wahrheit? Okay Jetzt antworten wir mal bitte Ist die Bibel für dich die Wahrheit? Nochmal bitte Nein Ist die Bibel für dich die Wahrheit? Ist die Bibel für dich die Wahrheit? Geh mal runter wieder hoch Oder Nein Schicke mal kurz runter Doppelt Geh mal runter wieder hoch Oder Nein Schicke mal kurz runter Doppelt Du wirst sehen Bruder Du wirst sehen Bruder Der hat keine Ahnung Sobald du Seine Religion hinterfriegst Der wird nicht mal Eine Antwort haben Wirst sehen Jetzt reden wir mal Jetzt reden wir mal gleich Über seine Religion Dann werden wir mal sehen Die ganzen Suniten Wer den gleich auslacht Er hat schon bewiesen Dass er keine Ahnung hat So müssen wir ehrlich sein Ja Die suchen auch nicht Bruder Sie suchen auch nicht Die Dachte Wahrheit Die sind auch hier Ein bisschen Wir hören Ihnen jetzt mal Ganz gut zu Du wirst sehen Der hat keine Ahnung Hör Ihnen nur ein paar Mal zu Du wirst sehen Der hat echt keine Ahnung Ja Ich kenne solche Kandidaten Bruder Alles gut Wir reden aber trotzdem Mit Respekt miteinander Das ist sehr sehr wichtig Aber ich glaube Der hat kein Internet Alles gut Oh so Was war deine Frage Ob die Bibel für mich Die Wahrheit ist Genau Ist die Bibel für dich Die Wahrheit Ne ist sie nicht Okay Also da ist für dich Absolut gar keine Wahrheit Sondern verfälscht Richtig Ist nicht das Wort Gottes Genau Das ist nicht das Wort Gottes Richtig Okay Dann zeigen wir mal aus dem Koran Dass die Bibel Nicht das Wort Gottes ist Also das Das neue Testament Ich stuhe mich jetzt Guck mal Ich stuhe mich jetzt Ja ja Ich möchte jetzt von dir Aus dem Koran Dass du mir zeigst Dass die Bibel Nicht das Wort Gottes ist Ich stuhe mich jetzt Du gibst Du kriegst jetzt sogar die Zeit Ich gebe dir so viel Zeit Wie du sollst Aus dem Koran rausbringen Dass die Bibel Das Wort Gottes ist Komm antworte auf seine Familie Schau mal Weil du hast ja gezeigt Zeig mir Aber wenn gerade Alle sind ruhig Wir geben dir jetzt Eine Plattform Du hast jetzt die Chance Für 500 Leute Mehr aus dem Koran Zu zeigen Dass die Bibel Nicht das Wort Gottes ist Ich stuhe mich jetzt Aus dem Koran Soll ich dir nachweisen Willst du aus dem Buddhistischen Buch Vorlesen Oder aus dem Koran Nein Also ich bitte dich Antworte mir Sehr schön Ich stuhe mich Ich möchte jetzt Für dir eine Sure Eine Eier Ich bitte dich Dankeschön Okay So So Der Islam basiert darauf Okay Interessiert mich nicht Bitte aus dem Koran Eine Quelle Nein, nein, nein Guck mal Wie philosophieren Du hast so flex gesagt Gib mir eine Exegese Jetzt möchte ich von dir Einen Vers Wo das steht Was du gesagt hast Weil du hast bei mir Bei mir hast du Ganz falsche Garten Bitte Gib mir aus dem Koran Ja Wo da steht Dass die Bibel Nicht das Wort Gottes ist Bitteschön Okay Bring ich dir Kein Problem Okay Ich bringe die sogar Ein Tafsir Eine Exegese Die wir haben Okay Im Gegensatz zur Bibel Okay Aber ich will dir Erstmal was beibringen So Alle Ursprungsreligionen Okay Alle Ursprungsreligionen Das interessiert mich nicht Ich war da Ich möchte ein Vers Das fängt doch damit an Flex Ich möchte ein Vers Bitteschön Du bist wie so eine Kakerlake Ehrlich Du mischt dich die ganze Zeit Überall ein Weißt was ich meine Sei doch mal ganz kurz leise Und lass mich aussprechen Gib ihm Gib ihm eine Antwort Du redest nur Müll Weil du keine Ahnung hast Ja Und deine Leute werden heute Wissen Dass du wirklich Keine Ahnung hast Ja Dass du wirklich nur Müll da warst Die unterstützen dich Und weißt du warum Die dich unterstützen Weil sie was natürlich Auch gegen mich haben Ihr seid nicht Ihr seid nicht hier Für die Wahrheit Die würden sogar Wenn du was Falsches sagst Würden die sogar Die Hände klatschen Und sagen Hey Ahmad Du hast es gut gemacht Und so Hör auf zu heucheln Gib einfach eine Antwort Und der ist gut Uns interessiert nicht Wie der Islam entstanden ist Der Islam kam 600 Jahre später Und gut ist Ja Deswegen Gib Ranja Die Antwort Ich hab mir eh schon gedacht Dass du keine Ahnung hast Wenn man dich über deine Religion fragt Wir haben wenigstens bezüglich Unser Religion haben wir immer Antworten Jetzt bin ich mal gespannt Ob du auf seine Fragen eingehen kannst Geh mal auf seine Frage ein Und höre auf Irgendwelche Sachen zu sagen Die uns jetzt gerade nicht interessieren Geh mal auf seine Fragen ein Jetzt bin ich mal gespannt Tomerflex Nochmal Hör auf dich einzumischen Ich rede mit Abu Hanja Okay Wie so eine Kaka-Lake Die ganze Zeit Kommst du von Ecken rein Und misch dich ein Wie so ein Kind Wenn du jetzt noch einmal beleidigst Fliegst du raus Weil du bist wirklich ein Heuchler Nicht beleidigen Bitte keine Kraft ausgeräte Das ist sehr sehr Das ist gar nichts verkraften 13 bitte Bleib doch sachlich Warum beleidigst du? Abu Hanja Dann lass mich doch mit dir reden Warum mich stört sich die ganze Zeit ein Ich verstehe Hanja 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 Ich weiß nicht Ob das für unser Programm Ich weiß nicht Ob das für unser Programm gesund ist Weil das ist ein Heuchler Das ist ein richtiger Heuchler Ich mache das nur aus einem Grund Damit die Leute sehen Ich finde das Ich versuche es noch einmal Ich versuche es noch einmal Wenn er nicht drauf eingeht Kannst du ihn kicken Ich versuche es noch einmal Alles klar Okay Bitteschön Wie der Bibel kommt Zeigen mir das mal Dass der Koran Vom selben Gott kommt Genau Wie in der Bibel Beweis es mir mal Das ist die zweite Frage Okay Ich stuhle mich Im Koran Okay Ich beweise dir jetzt Okay Dass im Koran Okay Über das Eisen gesprochen wird Etc Eisen interessiert mich nicht Du sollst mir beweisen Dass der Koran Aus dem selben Gott kommt Wie der Bibel Bitteschön Abu Hanja Was redest du? Im Koran sind Ereignisse Habibi Ich sagte Ob es derselbe Gott Du kommst mit Eisen Soll ich jetzt über Handeln reden? Abu Hanja Soll ich über einen Boxack reden Bruder Gib mir doch einfach Jetzt die Antwort Oh mein Gott Abu Hanja Hör mir zu Hör mir zu Im Koran Okay Sind Ereignisse Die kein Mensch verfassen kann Natürlich kommen sie Von einer höheren Macht Das ist doch eine Offensichtliche Offensichtliche Sache Die Hindus glauben auch An eine höhere Macht Die Hindus glauben auch An eine höhere Macht Ja aber Die sagen Brahman ist der höchste Aller Götter Das heißt Die glauben auch Eigentlich an einen Gott Ist es jetzt derselbe Gott Abokanja hat im Koran Sind doch so viele Wunder Okay Welche Wunder? Was? Welche Wunder? Das Eisen zum Beispiel Okay sehr schön Flex Bitte hast du PC BD Hör mir zu Hör mir zu Wie bleiben wir Wunder? Hör mir doch zu Lass mich doch aussprechen Jetzt hast du auch ein Fehler gemacht Flex bitte schreibe mal ganz kurz besuche Oder ich habe ihn rausgespissen Und das Unwissen draußen Sehr schön An alle Leute Auslachen Ich finde Eigentlich sollten wir niemanden auslachen Aber er ist wirklich zum Auslachen Bruder Ich weiß zwar nicht was er mit Ich weiß nicht ob Jeder Ich bin wirklich dagegen Leute Aber ganz ehrlich Zu Recht muss er ausgelacht werden Zu Recht Ich frage mal wirklich an alle Hier in den Zuschauern Ich rede hier Zeig mir ein Beweis Dass der Gott des Korans Auch derselbe ist der Bibel Da kommt mir mit Eisen Ich weiß nicht ob er das Eisen von Sinanji meint Ich weiß nicht ob er dieses Silbereisen von Sinanji gemeint hat Ich weiß es nicht Bitte gib mir eine Antwort Bruder der kommt bitte Ja diesen Eisen von Sinanji Den meint er wahrscheinlich Wahnsinn Wahnsinn Guck mal Als er gemerkt hat Als er gemerkt hat Weißt du Weißt du was mich so an der ganzen Sache So ein bisschen stört Der kam am Anfang so Wie so ein Schaf Aber ein Wolf war das da drin Und so Ey Flex Lass uns respektvoll reden Ich so Ja ist kein Problem Dann redet er Vom Ja aber Heiliger Geist Vater und so Ja das Und sind die voneinander getreten Aber dann ist der doch voneinander Dann denke ich mir so Sag mal was versucht denn der Kerl hier Und als ich angefangen habe Die Bibelverse für ihn vorzulesen Hat er mich immer wieder unterbrochen Immer wieder Immer wieder Ich will reden Unterbricht er mich Ich sage Ja aber Unterbricht er mich Bruder wichtig ist eine Sache Dass Menschen Dass Menschen Die sehr hochmütig sind Die kommen hier hin und denken Die haben jetzt irgend zwei drei Wörter auf Deutsch gelernt Irgendwelche Begriffe Die sich ein bisschen intelligent anhören Und denken sich Jetzt habe ich eine Flex Er ist unterwegs Hat ein Handy Kann ich mal nachschauen Er kann selber Wenn du ihm jetzt eine Frage stellst Er könnte dir gar keine Quelle zeigen Weil er nichts hat Außer sein Handy mit dem er telefoniert Für was Was war deine Mission hier hoch Habibi Was war deine Mission Was war deine Mission Dass du Flex für 500 Leute fertig machst Hat er nicht mal gemacht Natürlich nicht Ich sage ja mal Das Witzige auch an der ganzen Sache Ich habe Ich habe Ich habe ihnen auch den Respekt gegeben Ich habe mir gedacht Okay der kommt rein Der ist respektvoll Gut dann reden wir respektvoll Bis ich gemerkt habe Wo ich angefangen habe Zu Zu reden Ja Und Und ihm das zu erklären Und Den Johannesvers Habe ich ihm vorgelesen Und so Da hat er ständig Immer unterbrochen Also der wollte Der wollte tatsächlich Der wollte wieder legen Er braucht eine Medizin Damit die nächste mal aufpassen Ja Und deswegen Deswegen war ich dann auch Irgendwann mal ein bisschen Du weißt ja Du weißt ja irgendwann mal Bin ich halt Fleisch Ja klar Was heißt fleischlich Ich habe dann angefangen Schon wirklich ein bisschen Hitzig zu sein Aber Hey Komm doch mit Respekt rein Komm doch nicht hier rein In dem Sinne Hey Warum ist der Heilige Geist so Warum kann man aber nie Auf eine Frage antworten Wieso nicht Ich habe ihn eine ganz normale Frage gestellt Eine ganz normale Frage Da kam die zweite Frage von ihm Die ich gegen ihn geverwendet habe Hat er auch nicht geantworten können Da kam die dritte Über die Wissenschaft Bruderherz Diese Menschen Ich sage dir eins Wenn sie Einen treffen Der sehr bitter ist für sie Ja wie ich Dann mögen die gar nicht mehr mit dir reden Sie wollen dann nicht mehr mit dir reden Die möchten nicht mehr mit dir reden Weil das was sie machen Das musst du gegen sie verwenden Ganz einfach Gegen sie verwenden Weil sie argumentieren wie Atheisten Vor allem weißt du Du hast ihn eine ganz normale Frage gestellt Indem du gesagt hast Hey Bring mir doch aus dem Koran Bring mir doch mal aus dem Koran Hey Guck mal weißt du was Ich mache das jetzt ganz einfach Der macht einen auf mega schlau Leute Eigentlich Ich würde ihn nicht mehr reinholen Aber Ich stelle ihm jetzt Eine einzige Frage Das soll noch mal eine Anfrage stellen Das soll eine Anfrage stellen Stell eine Anfrage Wir wollen dir eine Frage stellen Und dann hört zu Was für Scheiße rauskommt Leute Ich will nur Dass ihr zuhört Stell eine Anfrage Achmed Komm Stell noch mal eine Anfrage Und jetzt gucken wir mal Wie schlau du wirklich bist Stell noch mal eine Anfrage Das ist gar kein Problem Komm Habib Er soll noch zwei andere holen Das ist auch kein Problem Aber bitte kein Eisen Bitte kein Eisen Okay Also wir machen jetzt mal Eine sehr sehr saubere Debatte Jetzt okay Ich stelle dir jetzt mal eine Frage Damit ich dich richtig blamieren kann Von den Leuten Um dir zu zeigen Dass dein Hochmut fallen wird heute Okay Ich stelle dir eine einzige Frage Okay Eine einzige Ja Ich muss dir keine drei Fragen stellen Stell dir eine einzige Frage Wenn Mohammed ja so ein toller Mensch ist Ja Weil du bist ja fest von Mohammed überzeugt Dass er ein Prophet ist Und dass er der Gesandte ist Ja Bring uns mal bitte Eine einzige Prophezeiung Oder eine einzige Sache Was Mohammed prophezeit hat Komm hier nicht mit hohen Türme Die gebaut worden sind Die gab es schon Tower of Babel Es gab es schon damals im Alten Testament Komm nicht mit hohen Türme Oder Dubai hohe Türme Das ist keine Prophezeiung Die gab es schon damals Bring uns mal Was eine Prophezeiung Oder das was der Mohammed prophezeit hat Bring uns das mal Und komm nicht mit Mondspaltung Bei Mondspaltung Hat es noch nie in der Geschichte gegeben Bei Mondspaltung Würde sich der Mond spalten Wüsstest du was los ist Deswegen komm nicht mit Mondspaltung Hat es nie gegeben So jetzt gehen wir alle auf stumm Und dann bin ich mal gespannt Was Mohammed so prophezeit hat Jetzt sind wir alle ruhig Ich schiebe ihn jetzt vor Wir hören ihn zu Ich gehe weg von der Kamera Ich höre nur zu Achso okay Man kann mich hören Also Flex Ich habe echt gedacht Du kommst mit einer besseren Frage Okay Aber das ist so simpel zu beantworten Okay Und die Antwort darauf ist das Buch Allahs Okay So Der Koran kommt von Allah Subhanahu wa ta'ala Durch das Wort von Gott So Der Prophet Mohammed Okay Hat im Koran Das Das wieder gegeben Was Allah Subhanahu wa ta'ala Herabgesandt hat Und das ist die Das ist die einfache Antwort Ich meine Was soll ich dir noch für eine Antwort geben Oh mein Gott Flex Du hast mich jetzt so krass widerlegt Oh Flex Was ist jetzt passiert Was soll ich dir jetzt sagen Cousin Flex Mal ganz ehrlich Hast du mich jetzt Oh mein Gott Ich bin jetzt mundtot auf einmal Was ist jetzt passiert Flex Du kannst mich jetzt direkt wieder hier Mach das weg Ich muss nicht weiter reden Flex Ich habe doch gesagt Okay Du kannst es wieder normal einstellen Ich habe doch gerade die Antwort darauf gegeben Das Buch Allahs Okay Das Wort von Allahs Subhanahu wa ta'ala Durch den Propheten Mohammed So Das was er gesagt hat Das was er belehrt hat Das was er den Menschen beigebracht hat Das ist meine Antwort darauf Und wenn du damit nicht klarkommst Das ist deine Sache Ich bin fertig Flex Das war meine Antwort darauf Also Leute Habt ihr selber gehört Er weiß nicht mal was eine Prophezeiung ist Wisst ihr Hochmut ist nicht gut Habt ihr Habt ihr gemerkt Leute Er weiß nicht mal was eine Prophezeiung ist Ein Prophet der etwas prophezeit Der weiß nicht mal was das ist Der weiß nicht mal Das synonyme Wort Für Prophezeiung Er weiß nicht mal was Prophezeiung Überhaupt bedeutet Ich gebe ihn jetzt noch ein Noch mal Ich könnte jetzt sagen Bring uns eine Exigees Aber das machen wir jetzt nicht Ich spiele dieses Spiel nicht mit Was er da macht Aber er ist ein Enttäuscher Ist jetzt auch egal Ich gehe sogar mit ihm Prophezeiung Was Guck mal Leute Bevor ich Ich gebe ihm sogar mehrere Chancen Guck mal Der ist sogar rausgegangen Der ist rausgegangen Der ist rausgegangen Geil Geil Ich habe ihn nicht gekickt Leute Der ist selber rausgegangen Egal Alles gut Ich sage nichts Er ist selber rausgegangen Bruder Bruder Herz Ich gehe jetzt runter Ich höre zu Wenn was ist Bruder Ich komme hoch Ich will nur mit ihm reden Ich möchte nur mit ihm reden Weil der ist sehr hochmütig Ich möchte nur mit ihm reden Bruder Hast du Ohne Zeit Ich weiß Ja Bruder War mundtot Natürlich Lächerlich Bruder Das ist lächerlich Total blamiert Ganz ehrlich Viel geredet Aber nichts gesagt Genau das Das ist das Problem An der ganzen Sache Wow Ich habe Wenn ich jetzt in einem Shisha-Shop wäre Hätte ich mehr verstanden Vom Verkäufer als von ihm Von dem habe ich gar nichts verstanden Ich glaube auch die meisten Haben ja nicht verstanden Sonst hätten die Löwe Warum hat kein Moslem Löwe gemacht Mit dem Weil die es selber nicht verstanden habe Das war noch eine Schweigeminute Für ihn Die machen doch sonst auch immer Löwe Wieso hat er keine Löwe gemacht Bruder Abou Kansha Ich habe jemanden für dich Wenn du mit ihm sprechen möchtest Ja Ich habe keinen Löwen gesehen Also für dich Abou Kansha Ich habe jemanden Wenn du mit dir sprechen willst Ich hoffe das ist ein Löwe Allahs Ich hoffe ich hoffe ehrlich Boah Seine Internet ist ja Katastrophe Ach Hallo Guten Tag zusammen Abou Kansha Du kannst dich mit ihm her Felix ich habe eine Frage an dich Kannst du mir das Nein nein Flex möchte aber dass ich mit dir rede Nein nein nicht Weil ich bin Apotheker Ich habe die Medizin für euch Rede bitte mit mir Ja die Verbindung ist ein bisschen schlecht Deine Verbindung ist schlecht Ja dann warten wir bis deine Verbindung besser ist Mir ist aufgefallen Mir ist aufgefallen Okay Sie hat immer Kannst du mich Ich bin ja Ich bin eine Mos Nochmal Mein Gott Nochmal bitte Internet ist böse Irgendein Problem gibt es bei der Verbindung Ja das stimmt Sie hat Das Problem ist Das Problem ist Sie hat immer Internetprobleme Deswegen hat es eh keinen Wert Achso Okay okay Ich wusste nicht Was du Felix heißt Bruder Sie redet immer noch Oder die redet immer noch Die sind nicht mehr oben Das macht sehr Angst Wahnsinn Wahnsinn Habt ihr selber gesehen was für eine Verwirrung das ist Leute So Locke Alles gut Alles gut Bitte Locke Bevor wir reden Möchte ich Bitte eine Sache sagen Wenn du respektvoll bist Dann werden wir ein respektvolles Gespräch führen Aber wenn du jetzt so bist wie der Heuchler wie vorhin Dann können wir nicht mehr locker bleiben Ich hoffe du bist respektvoll Ich hoffe wir können mit dir reden Dann ist auch alles okay Und mir wird es nicht liegen Flex Ich bin respektvoll Ich bin wirklich respektvoll Ich auch Ich auch Okay Okay Ok Ok Bonjour Ich habe eine Frage an dich Locke Locke Wenn du biblische Fragen hast Ich gebe dir die Möglichkeit Darüber zu sprechen Bist du Moslem oder bist du Christ Ich bin Jeside Oh Ok Ja Aber der ist doch alle Alles gut Warum 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 Ne alles gut Aber Nein Wir wollen ja nur mit Muslimen reden Das ist böse gemeint Ich weiß aber warum Weil es Jesiden Ne Achso Ne Weil es macht mit euch ja keinen Sinn Also über die Religion zu sprechen Warum Überdenken Glauben Ihr habt doch nicht mein Buch Ihr habt doch nicht mein Buch Dass wir mit euch reden Ich meine es ja nicht böse Jetzt greifst du Jetzt greifst du Kummer Flicks Jetzt greift er mich an Jetzt greifst du meine Reden Nein Nein Ich sag doch nur Es macht gar keinen Sinn Mit dir zu reden Das meine ich Ganz kurz Mehr Sinn als du dir vorstellen kannst Mehr Sinn Dann zeig mir doch mal dein Buch Dann lesen wir mal zusammen Dein Buch Meine Religion Ganz kurz Guck mal Respekt Hallo Meine Religion ist 5000 Jahre alt Hallo Ja wir haben doch nichts gegen Jesiden Wir lieben doch Jesiden Alles gut Aber ich meine das ist ja nicht böse Ich hab dir nur erklärt Dann bleibt auch bitte ruhig Sag mal ganz cool Ja aber wo ist dein Buch? Locke der Boss Es ist alles okay Es gibt keinen Stress Es ist wirklich alles gut Du bist Jeside Bruder ich küsse dein Herz Aber du bist ja sowieso kein Muslim Es ist doch alles okay Bruder Ja Wir müssen ja nicht über Jesidentum Oder was weiß ich was reden Es ist alles okay Es gibt keinen Stress Es ist alles gut Möchtest du über den Herrn Jesus Christus erfahren? Möchtest du das Wort Gottes verstehen? Möchtest du wissen warum? Weshalb? Dann gerne Und dann Können wir weitermachen Aber wenn du jetzt Standardfragen hast Oder so Dann bringt das jetzt erstmal nichts Dann machen wir erstmal weiter Okay Also stell ruhig die Frage Kleinen Moment Plex Ja Ihr seid Christen Ja Ihr seid Christen Sehr gut Ihr glaubt Dass Jesus Gott ist Okay Bevor du Bevor du weiterredest Du bist Jeside Hast du gesagt? Ja Sag dass Mohammed Nicht dein Prophet ist Meine ich immer gar nicht Nein Okay Denn sag Mohammed Ist nicht mein Prophet Mohammed ist nicht mein Prophet Was habe ich mit Mohammed Mit Moslem zu tun? Gar nichts Okay Alles gut Alles gut Okay Felix Felix Ihr seid Christen Ich respektiere Ich respektiere 100% eure Glaube Ich respektiere den Bibel Alles gut Ich rede für mich und für mein ganzes Volk Du glaubst, dass Jesus Gott ist Kein Problem Es ist dein Glaube Es ist dein Weg Ob das stimmt oder nicht Das wirst du Spätestens wenn du im Jenseits bist erfahren Guck mal Ich als Jeside Oder wir Jesiden Meine Religion Respektiert das Alles cool Du glaubst, dass Gott Jesus einst Haben wir kein Problem damit Warum respektiert Warum respektiert ihr nicht Was die Moslems an den Koran glauben Lass dir doch sagen Eine Frage an dich Eine Frage an dich Ich bin Jeside Ich bin ein stolzer Jeside Okay Locke 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 Komm erstmal runter Hallo 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 Ganz kurz Ganz alles in Ruhe Ich habe noch nie einen Jesiden gehört Der gesagt hat Hey Alles gut Ihr müsst doch andere Glauben respektieren Was hat der Islam Mit den Jesiden gemacht Kannst du mir das bitte verraten 74 Genozide Du kommst hier hoch Und verteidigst die Nein, nein, nein Was redest du Ich versuche Was redest du Was redest du Hörst du mich gerade Was redest du Hör mal Ob du mich hörst Hörst du mich gerade Du hörst mich nicht Ja, aber was redest du Ob du mich hörst Ist meine Frage Hörst du mich Wir hören dich sehr gut Jetzt pass mal auf Ganz gut bitte Ich guck mal Ich rede mit Respekt Anschein mit dir Mein Religion Pass auf Du kennst meine Religion Gar nicht Ich erkläre meine Religion Ich erkläre dir Ich kenne deine Religion Rede man Ich kenne deine Religion gut Ich will mal gucken Ob du die Wahrheit sagst Guck mal Mein Religion Alles klar Alle Ehre dem Herrn Das macht gar keinen Sinn Ja, ja Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Leute Wir sprechen jetzt mal Ein bisschen über Die Bergpredigt Leute Matthäus Kapitel 6 Vers 5 Wir wollen jetzt weitermachen Und zwar Leute Ich lese es euch vor Matthäus Kapitel 6 Vers 5 Lesen wir vom Almosen geben Okay Ich lese es euch vor Habt acht Dass ihr eure Almosen Nicht vor den Leuten Gebt Um von ihnen Gesehen zu werden Sonst habt ihr keinen Lohn Bei eurem Vater Im Himmel Okay Wenn du nun Almosen gibst Sollst du nicht Vor dir herum Posaunen lassen Ja Wie es die Heuchler In den Synagogen Und auf den Gassen tun Wir sehen hier Dass Jesus Christus Etwas Spezielles Andeuten Tut Ja Wir sehen hier Dass Jesus Christus Etwas sehr Spezielles Andeuten tut Ich kann euch auch sagen Was hier angedeutet wird Wir sehen doch Leute Dass sie Wenn sie fasten Ihr wisst schon Wen ich meine Wenn sie fasten Dann stellen sie Plakate Und wollen von der Welt Gesehen werden Was sie machen Der Herr Bezeichnet diese Als Heuchler Und sie sind wirklich Wahrhaftige Heuchler Ja Ihr habt selber gesehen Leute Was für ein Chaos Der Islam bringt Ja Leute Eine Sekunde Ich bin gleich Auch wieder zurück Abouhanja Du kannst so lange reden Ich bin gleich wieder da Ja Sehr schön An alle hier die zugehört haben Wir haben gegen niemanden Jeder darf glauben An was er möchte Ja Wir haben wirklich gar kein Problem Aber es macht gar keinen Sinn Mit Sekten Oder mit irgendwelchen Als nicht böse gemeint Ja Hindus Buddhisten Oder Jesiden Zu sprechen Weil Das ist irrelevant Für uns Irrelevant Wir reden nur Mit einer Religion Von der auch eine Gefahr auskommt Deswegen reden wir mit Muslime Weil wir weltweit sehen Dass es ein Problem geht Mit dem Islam Nicht mit den Muslimen Mit den Muslime Sondern mit dem Islam Und deswegen Hinterfragen wir Und möchten mit ihnen reden Woher dieser Hass kommt Gegen Ungläubige Oder beziehungsweise Gegen Andersgläubige Alles was nicht Den Islam entspricht Sehen sie mit Feindschaft Woher kommt das Warum Sind die sehr sehr verhasst Gegenüber Nicht Muslime Woher kommt das Wieso darf man nur Muslime lieben Im Koran steht das Seid barmherzig untereinander Hart gegen die Ungläubigen Und das habe ich gelesen Deswegen möchten wir mit Anders Nicht reden Mit Jesiden auch nicht Mit ihnen sowieso nicht Weil das macht ja sowieso keinen Sinn Ihr seid ja nur 0,001% Auf dieser Welt Jeder Wir Christen Wir mögen Jesiden Als Menschen Die sind sehr friedlich Deswegen haben wir auch nichts gegen Jesiden Auf gar keinen Fall Wir leben im Orient Friedlich nebeneinander Und bitte lasst Euer Glauben für euch Das interessiert niemanden Ihr müsst auch Jesus Christus Annehmen Sondern seid ihr verloren Aber hier auf dieser Welt Kann ich euch sagen Wir Christen lieben Jesiden Als Menschen Ihr seid sehr 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 Friedlich Wir haben auch gar kein Problem Mit euch Im Gegenteil Wir leben sehr friedlich In der Heimat Miteinander Ich habe selber Jesidische Freunde Aber über eure Religion zu sprechen Absolut gar keinen Sinn Ihr habt weder ein Buch Weder habt ihr einen Sinn In eurer Religion Wir können gerne debattieren Ich kenne mich sehr gut aus Mit dem Jesigentum Sehr sehr gut Ich habe auch mit Pir Sehr oft gesprochen Mit eurer Chiuch Aber es macht gar keinen Sinn Ist nicht böse gemeint So ansonsten Nur Liebe für euch Versteht ihr es bitte nicht falsch Aber mit euch Er macht eine Diskussion Absolut gar keinen Sinn Ist nicht böse gemeint Gott segne euch trotzdem Ihr müsst zu Jesus finden Sonst habt ihr gar keine Rettung Und das geht nicht nur an euch Jesiden Sondern an alle So Ja Alles gut Also wirklich Ich liebe Jesiden über alles Warum Ich habe Jesidische Brüder Alles gut Aber ich habe ihn jetzt einfach rausgetan Weil diese Diskussion führt zu nichts Und das stört den Stream einfach Absolut Absolut Wenn ein Moslem hochkommt Sondern mit Respekt hochkommen Ist kein Problem Dann ist auch der Respekt da Den gebe ich ihnen auch diesen Respekt Wer sollte der Respekt nicht da sein Ganz ehrlich Ich mache da Kurzprozess Und schicke die Leute aus Weil das hat kein Wert Das stört einfach nur den Stream Und ganz ehrlich Das ist hier nicht das tun Dass wir hier rumstreiten Also ganz ehrlich Manchmal tue ich mir wirklich Richtig Ich tue mir selber schon weh Dass ich überhaupt Des öfteren Diese Leute immer wieder hochhole Eigentlich sollte ich das Einmalig machen Raus Und nicht mehr hochholen Ganz einfach Ja Deswegen Leute Entschuldige ich mich nochmal dafür Meine lieben Geschwister und Brüder Ja Alle Vollgas geben Ja Alle mal liken Ich würde mich mega freuen Leute Meine lieben Geschwister und Brüder Alle mal wild liken Lasst uns mal die 300k Likes Mal voll machen Ja Dann fangen wir an Dann sprechen wir Über die Almosen Und zwar Von Matthäus Kapitel 6 Vers 5 Ich habe es gerade eben vorgelesen Aber ich fange nochmal von vorne an Ich finde einfach Die Bergpredigt ist einfach wichtig Dass wir das machen Weil Das machen wirklich Tatsächlich nicht viele Deswegen Fangen wir einfach mal damit an Habt acht Dass eure Almosen Nicht von den Leuten gibt Um von ihnen gesehen zu werden Sonst Habt ihr keinen Lohn Bei eurem Vater im Himmel Wenn du nun Almosen gibst Sollst du nicht vor dir Herposaunen lassen Wie es die Heuchler In den Synagogen Und auf den Gassen tun Um von den Leuten Gepriesen zu werden Wir sehen ja selber Ja Dass diese Menschen Ihr wisst schon ganz genau Wer damit gemeint ist Ja In den Fastenzeiten In den Gebetszeiten Sie stellen sich In den New Yorker Turm Dann schmeißen sie alle Den Gebetsteppich da Und wollen von Alle Wollen von der ganzen Menschheit Gesehen werden Wie schön und toll sie sind Der Herr selber sagt Sie haben ihren Lohn Empfangen Das sind Heuchler Ja Weil sie wollen von jeden Sie wollen von jeden Gesehen werden Wie toll sie sind Ja Und der Herr sagt selber Tu es im Verborgenen Ja Tu es im Verborgenen Und sei nicht so wie die Heuchler Ganz einfach Von Almosen gehen Wenn du Almosen Kannst du den Leuten erklären Erklär mal bitte den Leuten hier Was Jesus meint mit Heuchler Sagen wir mal jetzt In der heutigen Zeit Wer macht so was zum Beispiel Erklär mal bitte Ja das werde ich gleich erklären Das kommt noch alles Das kommt noch alles Ja Wir sehen ja Wenn wir etwas tun Ja Denn tut es im Verborgenen Ja Tut es im Verborgenen Wenn ihr jemanden Sagen wir mal Eine Spende gibt Ja Tut es im Verborgenen Tut es nicht so wie die Heuchler Wo sie herumposaunen Und zeigen Hey Im Namen von meinem Gott Ich gebe dir das Von allen Gesehen zu werden Sie versuchen nur Ihre Religion Schön zu reden Indem sie was Indem sie ihr Honig Drüber rumschmieren Was sowieso voller Sagen wir mal Ihr wisst schon Beschmiert ist Und dann klatschen sie Es euch So schön in den Mund Und beschmieren es Und sagen Oh Wie schön und toll es ist Ja Und dabei ist dieser Honig Richtig vergammelt Gammelhonig Endlevel Ja Es ist einfach so Ja Wenn du aber Almosen gibst So soll deine linke Hand Nicht wissen Was deine rechte tut So das habe ich euch Vorhin erklärt Ja Wenn du Almosen gibst Ja Dann gebe Almosen Was Im Verborgenen Versuch nicht Almosen zu geben Und dass jeder Sieh Ich habe den gegeben Ich habe ihn gespendet Das ist ein Heuchler Sie wollen nur von der Welt Erkannt werden Ja Sie tun es vor den Synagogen Sie tun es in den Gassen Sie stellen Plakate Stecken sie Legen sie an den Straßen Um den Leuten zu zeigen Hey wir sind die Wahrhaftigen Wir sind schön Ja Das ist ein Heuchler Ja und all diese Dinge Prophezeiht der Herr Jesus Christus Ja Schon alleine die Bergpredigt Spricht Spricht darüber Was für Heuchler das sind Ja Vom Beten Ja Kapitel Matthäus Kapitel 6 Vers 5 Wir sprechen jetzt mal Vom Beten Leute Ja Wenn du betest Sollst du nicht so sein Wie die Heuchler Denn sie stellen sich gerne In den Synagogen Und an den Straßenecken auf Und beten Oh Wer ist denn wohl damit gemeint Sie schmeißen Gebetsteppiche Um von den Leuten Gesehen zu werden Sie schmeißen Gebetsteppiche Um was Um zu zeigen Hey wir haben Den wahrhaftigen Glauben Wisst ihr was der Herr Jesus Christus Zu diesen Leuten sagt Ich lese es mal weiter Wahrlich ich sage euch Sie haben ihren Lohn schon empfangen Diese haben ihren Lohn schon längst empfangen Warum Sie wollen von allen gesehen werden Wenn du betest Bete im Verborgenen Versuch dich nicht zu zeigen Hey hier ich bete gerade Bete im Verborgenen Ja Aber sie wollen von allen gesehen werden Sie wollen jeden davon überzeugen Mit ihrer Lüge Ja Mit dem vergammelten Honig Was sie da haben Ja Wollen sie jeden überzeugen Ja Du aber wenn du betest Geh in dein Kämmerlein Ja Das bezieht sich auf uns Geh in dein Kämmerlein Und sei Mit Gott Du und Gott Versuch nicht So wie diese Reuchler ist zu machen Indem du ein Gebetsteppich Hinschmeißen tust Und heuchelst So wie die das machen Um von allen gesehen zu werden Das ist falsch Das ist nicht richtig Das nennt man Heucheln Ja Schließe deine Tür zu Und bete zu deinem Vater Der im Verborgenen ist Und dein Vater Der im Verborgenen sieht Ja Wird es dir öffentlich vergelten Und wenn ihr betet Sollt ihr nicht plappern Wie die Heiden Denn sie meinen Sie werden erhört Um ihre vielen Worte Ihren Wortes Willen So Darum geht es ja Ihr wisst ja Wenn wir uns diese Heretiker anschauen Ja diese Heuchler Ja Sehen wir ja ganz genau Sie beten Sie plappern Und sagen Oh Ja Mach 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 Ja Mach Und Sie wollen es Von ihrem Gott Sofort empfangen Der Herr Jesus Christus Sagt aber Hey Tu es im Verborgenen Bete Bete in der Liebe Ja Das alte Testament Wenn wir uns das alte Testament Anschauen Wir sehen ja Dass das alte Testament All diese Dinge Was mit dem Pharao Passiert ist Ja Diese Dinge Wiederholen sich wieder Phänomen Ich küsse dein Herz Oder danke Wir sehen dass All diese Ereignisse Im Alten Testament Sich wiederholen Wer kennt die Heuschreckenplage Im Alten Testament Was mit dem Pharao Passiert ist Wer kennt sie Bitte alle mal Daumen hoch Alle mal bitte Daumen hoch Die das kennen Die Heuschreckenplage Im Alten Testament Was mit dem Pharao Passiert ist Wer weiß das Alle mal Daumen nach oben Bitte Alle mal Daumen hoch An alle christlichen Brüder und Geschwister Alle mal Daumen hoch Das würde mich echt interessieren Die Heuschreckenplage Ja Okay Super super Alle mal Daumen hoch Damit ich weiß Okay Alright So Also Die Heuschreckenplage Hat der Pharao Damals erlebt Warum Weil er hartherzig ist Der war wirklich Der hatte ein verhärtetes Herz Gehakt Ein verhärtetes Herz Hat er gehabt Moses kam immer wieder Und warnte ihn Hey lass mein Volk ziehen Lass mein Volk ziehen Lass mein Volk ziehen Er wollte nicht hören Er wollte nicht Ums Verrecken nicht hören Ums Verrecken wollte er nicht hören Was ist passiert? Heuschreckenplage Eine Plage nach dem anderen Der rote Nil Der in Ägypten ist Der rote Nil Der in Ägypten ist Leute Wissen wir was? Wissen wir Dass der Herr Jesus Christus Yahweh Das verursacht hat Der rote Nil In Ägypten ist heute noch zu sehen Jeder kann in Google reingehen Und kann gucken Der rote Nil Der ist bis heute noch zu sehen Und dann kommen diese Heuchler Und wollen uns Eine vergammelte Religion In unseren Mund schmieren Und sagen Hey Aber wir sind die Einzigartigen Und die Wahren Nein seid ihr nicht Ihr seid Heuchler Denn wir dienen dem wahrhaftigen Gott Unser wahrhaftiger Gott Hat Wunder vollbracht Unser wahrhaftiger Gott Hat was? Hat prophezeit Also warum soll ich Eine Religion folgen Die 600 Jahre kommt Und uns etwas über Jesus Christus erzählen wollte Will Sorry Wir sind schon lange In der Wahrheit Leute Wir sind schon längst In der Wahrheit Der rote Nil Ist heute noch zu sehen In Ägypten Im alten Testament Kommt diese Geschichte vor Also braucht mir auch keiner 600 Jahre später Kommen und sagen Allahu Akbar Wir sind die Wahrhaftigen Nein Raus Hau ab man Du bist eben nicht Du bist nicht in der Wahrheit Verschwinde Verbreite deine Lügengeschichten woanders Keiner will deine Lügengeschichten hören Allahu Akbar Wir sind die Besten Muhammad Rasul Police be opponent Police be opponent Police be opponent Police be opponent Der nie prophezeit hat Nie Augenzeuge von Jesus Christus war Der nie Jesus Christus gesehen hat Will mir über Jesus Christus erzählen Ja natürlich Was eine Blasphemie Geht alle mal bitte in Google Schaut bitte Und guckt ganz genau Im alten Testament Was unser Gott getan hat Der hat den Pharao bestraft Er hat den Nil Rot aussehen lassen Wie Blut Der rote Nil Ist heute noch zu sehen Der rote Nil Ist heute noch zu sehen In Ägypten Und dann kommen sie zu uns Und heucheln rum Ja aber ihr habt die falschen Lehre Aber la ist nur der einzige Hat die Wahrheit Nein bist du nicht Du bist in einer heretischen Lehre Du bist ein Heuchler Komm nicht zu uns Und sag uns Dass dein Glaube die Wahrheit ist Nein dein Glaube ist nicht die Wahrheit Dein Glaube ist vom letzten Loch Sorry In aller Liebe In aller Liebe Sorry Dein Glaube ist vom letzten Loch Sorry Jeder der Brüder und Geschwister Die in Christus sind Ihr könnt alle das überprüfen Was ich sage Ja So da kommt der eine Und zitiert Samuel 15 3 Es geht darum Dass die Amelikiter Die Israeliten angegriffen haben Und dass Gott Seine Hand über die Israeliten hat Warum der Pharao hat Israel versklavt Und durch Moses Moses kam ja immer wieder zu dem Pharao Und hat gesagt Hey hör mal zu Lass mein Volk ziehen Sonst wirst du Eine Plage nach dem anderen bekommen Er hat nicht darauf gehört Eine Plage nach dem anderen Und was die Amelikiter wurden Abgeschlachtet Warum wurden sie abgeschlachtet Weil sie Das Volk Israel Angegriffen haben Und Gott hatte seine Hand Über das Volk Israel Und hat sie beschützt Da kommen sie immer mit 1. Samuel 15 3 Ihr habt keine Ahnung Vom Alten Testament Um was es geht Ihr habt keine Ahnung Ihr seid Solche widerliche Heretiker Seid ihr Das ist der Wahnsinn Ihr habt keine Ahnung Weder noch habt ihr Das Alte Testament gelesen Weder noch habt ihr Das Alte Testament verstanden Ihr nehmt nur das an Was eure Lügen Imame euch weitergeben Ihr nehmt nur das an Was eure Gelehrten sagen Die sowieso In der heretischen Lüge Sind Ihr habt keine Ahnung Ihr seid Also in meinen Augen Seid ihr wirklich Heuchler Und meine Meinung Wird sich auch niemals ändern Ihr seid Wahrhaftige Heuchler Und meine Meinung Bleibt auch Ich werde niemals Bezüglich euch Meine Meinung ändern Ihr seid Heuchler 600 Jahre später Dann kommt er mir mit einem Muhammed an Der nie prophezeit hat Und dann wurde er von Sahih al-Bukhari In der Höhle So auseinandergenommen Die Geschichte Ey Mann Und dann gehen sie trotzdem In der Moschee Muhammed Rasul Allah Oh La ila ila Allah Muhammedan Rasul Allah La 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 Ja genau Und dann kommt der Engel Und drückt ihn in der Höhle Und nimmt ihn so auseinander Und dann kommen sie zu uns Ja aber sag uns wohl Und uns was über ihren Glauben erzählen Was total eine Irrlehre ist Und wollen uns was sagen Leute ich bete für diese Menschen Ich sag euch ganz ehrlich Das ist Ey Das ist Leute es tut mir weh Ihr seid nur reingekommen Zum lachen Ich hab schon Ja Leute Leute das ist eigentlich traurig Ja Da kommt einer Ja Die sagen Er hat die Offenbarung Von Gott bekommen Leute jetzt hört mal zu Die Offenbarung hat er von dem Engel bekommen Und nicht von Gott Lies geht alle mal An meine Brüder und Geschwister Geht mal bitte alle In Sahih Al Bukhari 3 Und bitte liest es Liest und liest und liest Ihr werdet sehen Dass er in der Höhle Auseinander genommen worden ist Und dieser Engel Dieser Engel hat sich nicht mal vorgestellt Wer er ist Und der hält ihn fest Der nimmt ihn so auseinander Bis zur Erschöpfung drückt ihn ein Engel Seit wann schickt Gott Seine Engel Um einen Propheten in der Höhle zu drücken Wie geht das Wie geht das Nur ein Satan drückt Nur ein Satan drückt Ein Engel kommt Und er drückt ihn richtig gegen Der nimmt ihn komplett auseinander Und dann kommen sie zu uns Du musst muhammad rasul Du musst ihm folgen Was Was Wir müssen ihm folgen Wir müssen gar nichts folgen Wir folgen ganz bestimmt Nicht einem Propheten Der in der Höhle Von einem Angeblichen Jibril Der sich nicht mal vorgestellt hat In der Höhle An so jemanden müssen wir nicht glauben Warum Galater 1 8 sagt uns Wenn ein Engel kommt Und euch ein anderes Evangelium verkündet So ist er verflucht Und er hat die Offenbarung Von einem Engel bekommen Wo hat in der Höhle Allah zu muhammad gesprochen Nirgendswo Ja aber der Engel ist herabgesandt worden Dieser Engel hat sich nicht mal vorgestellt In der Höhle Oh lai 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 Mohammed rasul Police bioporno Ja genau Police bioporno Ja und das Schlimmste noch an der Sache Daran ist Denn fester noch eine neunjährige an Die Aisha Die neun Jahre alt war Traurig Police bioporno Wie soll ich so jemanden respektieren Der Engel der kam Der hatte wahrscheinlich Hörner gehabt Wahrscheinlich hat er das auch übersehen Wahnsinn 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 So ist der Bruder Hanja da Hanja ist Hanja rausgegangen Vielleicht kommt er nochmal rein Ja vielleicht wegen Internetverbindung Ich habe gesehen Bei ihm ist es bisher Ne Leute Deswegen kläre ich auf Und deswegen Ich bin so froh Dass viele zum Glauben wieder gekommen sind Und ich bin so froh Dass viele ihr Glauben wieder gestärkt haben Weil diese Leute kommen mit vergammelten Honig Und lügen euch an Und deswegen muss ich meine Brüder und Geschwister Davor warnen Und ich muss darüber reden Leute Das mache ich für euch Ich zeige mich auch Ich habe auch gar keine Angst Das interessiert mich alles gar nicht Ja Ich habe auch keine muslimischen Freunde Warum? Wir machen uns mit der Dunkelheit nicht gleich Ganz einfach Ja Dann kriege ich immer wieder diese Fragen Ja aber hast du muslimische Freunde? Nein habe ich nicht Habe ich nicht Null Nicht mal einen einzigen Nur mit meinesgleichen Nur mit meinesgleichen Ganz einfach Ich bin da radikal unterwegs bei sowas Nur meinesgleichen Um den Menschen selbst Da habe ich kein Problem Der Mensch selbst Damit habe ich kein Problem Ja Aber ich kann eine Lehre nicht vertreten Die gegen Christen und gegen Juden sind Das kann ich niemals unterstützen Das kann ich niemals unterstützen Und dann sagen sie Ja aber der Koran ist nicht so Der Koran ist nicht so Der Koran ist nicht so Doch der Koran ist so Der Koran ist so Doch Da gibt es tausende Verse Gegen Christen und Juden Genug Verse Das ist immer so Nein Koran ist nicht so Doch Der Koran ist so Das ist so Ja Sie stehen in der Beweispflicht Flex Das ist immer so Unser Vater Der du bist im Himmel Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Oh ups Ich habe gerade eine Nachricht bekommen Deswegen bitte nicht wundern Wenn ich kurz unterbrochen habe Genau Unser Vater Der du bist im Himmel Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel So auf Erden Gib uns heute Unser tägliches Brot Und vergib uns unsere Schulden Wie auch wir vergeben Unseren Schulden Und führe uns nicht in Versuchung Sondern errette uns von dem Bösen Denn dein ist das Reich Und die Kraft Und die Herrlichkeit In Ewigkeit Amen Leute Amen Amen Ja Wir sprechen die Wahrheit Wir brauchen hier nicht rumheucheln Ganz einfach Wir gehen klar Und wir sprechen einfach Fakten Leute Amen Im Namen des Herrn Jesu Christi beten wir Leute Amen Amen Ja Amen Vom Fasten Bergpredigt Fasten Jetzt sprechen wir mal vom Fasten Ja Ich gucke jetzt erstmal Ob Ich hole gleich auch Leute hoch Aber ich mache jetzt erstmal Die Bergpredigt hier zu Ende Und dann haben wir eigentlich nochmal eine Bergpredigt Aber das machen wir danach Ich möchte nur nicht gestört werden Leute Deswegen bin ich mit Abusteschik gerade hier alleine Ich hole aber auch gleich die Leute hoch Vom Fasten Wenn ihr aber fastet Sollt ihr nicht finster dreid sehen Wie die Heuchler Denn sie verstellen ihr Angesicht Damit es von den Leuten bemerkt wird Dass sie fasten Wahrlich Ich sage euch Sie haben ihren Lohn schon empfangen Ist euch mal aufgefallen Wenn diese Leute fasten Ja Sie wollen von allen gesehen werden Dass sie fasten Sie posten das überall rum Sie wollen es preisgeben Wie sehr sie Gott ehren und so Aber nach dem Fest Nachdem sie fertig sind Alle gehen im Puff Alle sündigen dann Ein Monat lang sind sie so streng gläubig Danach wenn es vorbei ist Leute Danach wenn es vorbei ist Leute Oh ja ich habe diese Frau gesehen Ja diese schön Diese gute Ja Ein Monat lang sind sie Hardcore Hardcore gläubige Ein Monat lang Und danach Hardcore Hey Guck mal diese Frau Oh guck mal Oh diese Frau Schöne Frau Ich habe gesehen gestern Hast du gesehen? Puh Diese schön Diese sehr schöne Frau Oh guck mal Oh guck mal Diese Arsch habe ich gesehen Lann Aber diese Arsch Ich habe gesehen Was für Heuchler Mann Was für Heuchler Mann Was für Heuchler Mann Und dann wollen die uns Christen was sagen Dann wollen die uns Christen was sagen Dann wollen die uns Christen was sagen Dabei sind das die größten Heuchler Die es überhaupt gibt Wallah billah Guck mal Hayatin Guck mal Diese Frau Ich habe gesehen im Club Und dann in den Club gehen Wochenende Oh Alkohol Oh ja Mit Rebstöcke und so Junge Knaben Die bedienen Oh ja Ja Leute Sorry Ist die Wahrheit Ist die Wahrheit Ist die Wahrheit Leute Wir müssen klare Fakten sprechen Da dürfen wir nicht Das bleibt vor den Mund nehmen Das ist die Wahrheit Ja Ich habe gelernt Nie wieder in den Club zu gehen Nie wieder Ich gehe nicht mehr in den Club Warum ist einfach nicht meine Welt Ist einfach nicht meine Welt Dann geht man wenigstens gemütlich In einer Bar Mit Freunden Kumpels In einer Bar Und dann ist es okay Club Das ist einfach Zu extrem Da kommen viele in Versuchung Und man sollte sich vor sowas Eigentlich fernhalten Das sage ich auch an euch Meine lieben Geschwister und Brüder Haltet euch fern von den Clubs Da kommt ihr einfach Auf dumme Ideen Und das muss nicht sein Ich meine es nur gut Leute Ich hoffe ihr versteht das Ich hoffe ihr versteht das Klar wenn der eine feiern geht Aber Leute Ich sage euch ganz ehrlich Da kommst du auf gewisse Sachen Das ist nicht schön Deswegen Leute Ich hoffe ihr habt mich gut verstanden I love you guys Ich liebe euch Und deswegen spreche ich darüber Deswegen spreche ich darüber Bei aller Liebe Ein Monat lang sind sie sehr sehr streng Und danach Hey Bruder Guck mal Hey 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 Achmat Achmat Guck mal Leng auf Guck mal diese Blondine Ich habe gesehen Im Club Wie ich sie haben würde Wie gut Wie schön Hayat diese Schrecklich Schrecklich Kannst du niemanden erzählen Ja wirklich nicht Kannst du niemanden erzählen Hauptsache kein Schweinefleisch Aber Hauptsache kein Schweinefleisch Nein Mann Nein Mann Das ist Echt Das geht echt nicht Ja gut Also Gucken wir mal Nehmen wir mal Den hoch Sei gegrüßt alle Sei gegrüßt mein Lieber Wie geht's dir? Gut Dankeschön Wie geht's dir Flex? Mir geht's hervorragend Ich kann mich nicht beklagen Das freut mich Inshallah geht es dir Und deine Familie Und ganze Freunde von dir Immer gut Ja danke Uns geht's gut Ich kann mich nicht beklagen Super Eine Frage habe ich an dich Ich möchte nicht lange Ich habe absolut Ich habe eine Ich habe eine Beschränkung bekommen Ich muss raus Und nochmal wieder rein Ich habe eine Beschränkung bekommen Leute Alles klar Ja ja Ich bin gleich wieder da Leute Ich habe eine Beschränkung bekommen Ich gehe raus Und wieder rein Ich gebe nur das Was du widerspiegst Du bist in meinen Augen Ein Salafi Christ Richtig bin ich auch Ein Takfiri Ich bin ein richtiger Christ Ja hardcore Ja genau Aber warum verurteilst du mich? Du kennst mich doch gar nicht Ich verurteile dich nicht Aber wenn du von Anfang an Ja Sei doch ein bisschen entspannter Wir reden über Gott Das Gespräch über Gott Sollte doch Ruhe in den Herzen bringen Oder nicht Ich bin ganz entspannt Ich spiegle nur das Dann habe ich jetzt eine Frage an dich Okay Also du hast zum Beispiel Das angesprochen mit der Höhle Seit wann schickt Gott einen Engel Der einen Propheten erpresst Bei euch im Alten Testament Presst Gott Jakob höchstpersönlich Und ringt mit ihm Und verliert sogar gegen Jakob Wie kommen wir jetzt plötzlich Wie kommen wir jetzt plötzlich auf Jakob? Du hattest gesagt Du hattest eine Frage bezüglich der Almosen Und bezüglich des Fasten Weil du hast danach gesagt Weil du hast danach gesagt Ich darf nur eine Frage stellen Ich kann ja auch die Frage mit Almosen stellen Wenn du möchtest Aber dann darf ich zwei Fragen stellen Nicht nur eine Okay Da hat jemand wohl Okay Alles klar Ja bezüglich Jakob Gib mir mal den Vers Du kennst den Vers nicht Das erste Buch Mose 32 Das erste Buch Mose 32 Warte Da geht es um Warte Erstes Buch 2 Ab Vers Ab Vers 25 glaube ich Oder 24 Ne 25 Ganz kurz 32 Warte mal Vers was Erste Buch Mose 32 Und dann Vers 25 Also 32 Vers 25 Hast du Hast du Überhaupt Vor 23 Ja Ja Lies es bitte vor Für alle Damit Alle wissen Über was wir hier reden Weil du hast Das ist kein Problem Du hast Daran glauben Guck mal Erstmal Ich glaube Sowieso nicht an Sahi Bukhari Aber du hast Alle Muslime Damit einbezogen Ja Und du hast dich Über den Islam lustig gemacht Deswegen sehe ich mich auch Als Schiite Den Islam zu verteidigen Du hast gesagt Dass Gabriel Dass Gott Gabriel Geschickt hat Einen Engel Deinen Propheten Gepasst hat Lass mich bitte kurz ausreden Aber hier Kommt Gott Höchstpersönlich runter Und kämpft gegen Jakob Und gewinnt sogar Also Jakob Gewinnt sogar Gegen Gott Okay Alles klar Schauen wir mal Schauen wir mal Ob das entsprechend ist Was du sagst Ja Okay Finde ich gut Dass du das mit Jakob Angesprochen hast Jetzt schauen wir mal Ob du das wirklich gelesen hast Wer hat zu wem Wo und wann Und warum ist das passiert Kannst du mir das mal Bitte erklären Und dann können wir weiter Fortfahren Dann lege ich dir Den Vers auch aus Das ist kein Problem So guck mal Ich sag halt nur das Was in der Bibel steht Und in der Bibel steht Jakob Aber blieb allein zurück Kannst du bitte Auf meine Fragen eingehen Kannst du bitte Auf meine Fragen eingehen Was ist deine Frage Ich stelle sie nochmal Wo Wann Warum Und wer hat zu wem gesprochen Und warum ist diese Sache passiert Diese Sache ist passiert Weil Jakob gesegnet werden wollte Okay Warum 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 Segen ist doch was Gutes Von Allah Meine Frage ist Warum Ich will nur sehen Ob du das wirklich gelesen hast Warum Ich glaube Mit dieser Frage Ich glaube Gib uns doch mal ein Vers Warum Gut gut Okay Und ich glaube Mit dieser Frage Willst du einfach nur dem Thema ausweichen Weil du Angst hast Nein nein Wir sind immer noch beim Thema Guck mal Du hast keine Ahnung Was die Anfragen 25 Lies doch erstmal die Bibel Stellen vor Guck mal Hier steht es Jakob aber blieb allein zurück Da rang er Da rang einer mit ihm Bis die Morgenröte anbrach Und als er sah Dass er ihn nicht übermochte Rührte er an das Gelenk seiner Hüfte Und das Gelenk der Hüfte Jakobs Wurde über dem Ring Mit ihm verrenkt Ja nee Du machst dich lustig Über unseren Propheten Mohammed Hast du Gestank Was ich gesagt habe Einen Moment Einen Moment Einen Moment Und Gott persönlich Kommt runter Und verrenkt die Hüfte von Jakob Und er sprach Lass mich gehen Denn die Morgenröte bricht an Aber Jakob antwortete Ich lasse dich nicht Du segnest mich denn Das habe ich ja gesagt gerade Er sprach Wie heißt du Er antwortete Jakob Er sprach Du sollst nicht mehr Jakob heißen Sondern Israel Denn du hast mit Gott Und mit Menschen gekämpft Und hast gewonnen Stagfurullah Allahu Akbar Ist das deine Religion Dass Jakob mit Gott kämpft Meine Frage ist Warum ist das passiert Du musst mir erklären Warum Weil du hast es ja gesehen Warum Er wollte gesegnet werden Steht doch hier Genau Er wollte gesegnet werden Aber warum Wie warum wollte er gesegnet werden Siehst du Das zeigt schon mal Das zeigt schon mal Dass keine Gesegnet werden Ganz kurz Ganz kurz Ich erkläre es dir Das war ein geistlicher Kampf Du hast keine Ahnung Wenn du wenigstens die Verse lesen würdest Lass mich mal reden Ich beweise dir vor 400 Leuten Dass du echt keine Ahnung hast Du zeigst mir den Vers von 25 Und hast aber Ab 28 Du hast all diese Sachen weggelassen Du kennst die Geschichte nicht mal Habe ich nicht Du hast mich nicht weiterlesen lassen Hast du mir überhaupt zugehört Außerdem habe ich 28 gelesen Und 29 auch Nur mal so zur Info Da sieht man wie viel Ahnung du von der Bibel hast Du hörst mir gar nicht zu Du hörst mir null zu Das ist ein Knockout eigentlich Was du da sagst Rede dich raus Rede dich raus Wie kann es sein Dass du dich lustig machst Über Mohammed Weil Gott einen Engel schickt Der ihn presst Aber dein Gott kommt höchstpersönlich runter Und verrenkt sogar Jakob die Hüfte Okay Also noch mal Für jemand wie dich Der keine Ahnung hat Guck mal Ich erkläre es dir noch mal Ich erkläre es dir noch mal Du hast keine Ahnung Es war ein geistlicher Kampf Hör mal auf mich kurz zu unterbrechen Weil ich zeige dir Dass du keine Ahnung hast Das ist nicht böse gemeint Es war kein fleischlicher Kampf Es war ein geistlicher Kampf So Zum Thema Du hast Wissen Zum Thema Zum Thema Zum Thema Du hast Wissen Weil du sagst selber Du hast eine Frage Aber komischerweise Kennst du die Geschichte Aber du weißt nicht Dass es ein geistlicher Kampf war Sondern du denkst Es war ein fleischlicher Kampf Das beweist schon mal Dass du die Bibel Nicht mal verstanden hast Und nicht mal gelesen hast Geschehen Weil würdest du das richtig lesen Dann würdest du verstehen Dass es kein fleischlicher Kampf war Sondern es war ein geistlicher Kampf Ja Zum Thema Ich habe wissen Das ist schon mal ein Lockout Darfst darauf eingehen Ist denn die geistliche Hüfte Oder die physische Hüfte Von Jakob verrennt worden Was hat das Was hat das jetzt mit Die physische und geistliche Was redest du für Naja Guck mal Naja Du sagst ja Es ist ein geistlicher Kampf Wie kommt es Dass dann Jakob Ob seine Hüfte Verrennt wurde dabei Und auch wenn es Weißt du warum Du gerade Switch auf die Hüfte Weil du weißt Du hast Guck mal Weißt du warum Du das sagst Weil du weißt Du hast gerade Einen fetten Knockout Bekommen Du wusstest nicht mal Ich merke gar nicht Lass mich zu Ende reden Du hast Einen fetten Knockout Bekommen Weil du nicht mal Wusstest Dass es ein geistlicher Kampf war Was Selbst wenn Guck mal Selbst wenn wir sagen Gut ich habe verstanden Willst du es wiederholen Oder Wollte ich dir nur mal mit Dann wiederholen Das nochmal Rede nochmal Sag ich habe keine Ahnung Wollen wir ernsthaft So ein Gespräch führen Lass uns doch Ein wegweisendes Gespräch führen Auch für die Zuschauer Damit sie was lernen Okay Und nicht die ganze Zeit Du hast keine Ahnung Du hast keine Ahnung Du hast keine Ahnung Hör mir mal zu Erst einmal Woher hast du das Dass das ein geistlicher Kampf war Das musst du mir jetzt Beweisen aus der Bibel Das erstens Zweitens Ich muss dir Guck mal Weißt du warum Das ist eine Behauptung Die musst du beweisen Lass mich bitte ausreden Ich muss dir eigentlich Gar nichts beweisen Lies den Vers Und komm nochmal zurück Bruder 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 Guck mal Einen Moment Zweitens Wie konnte er seine Hüfte In einem geistlichen Kampf Verrenken Drittens Selbst wenn wir sagen Geistlicher Kampf Denkst du du hast Irgendwas damit erreicht Gerade Selbst in der geistlichen Welt Wie kann es sein Dass Jakob Gott besiegt Ist das dein Ernst Und dann machst du uns dafür an Einen Moment Einen Moment Und dann machst du uns dafür an Dass wir an eine Geschichte Beziehungsweise Dass unsere sunnitischen Geschwister An eine Geschichte glauben Wo Engel Gabriel unterkam Und den Propheten gepresst hat Das ist doch viel Räum doch erstmal bei dir auf Gott selbst Alles klar Okay Guck mal Jetzt spielen wir mal ein bisschen Ich spiele das Spiel Die drei punkte ein Bitte Bitte auf die drei punkte Nein 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 Wir bleiben immer noch Auf die drei punkte Bei den geistlichen Kampf Wir bleiben immer noch Bei den geistlichen Kampf Steht das sein geistliche Kampf Lies mal Lass mich doch reden Hab doch keine Angst Lass mich doch reden Lass mich doch mal reden Sogar kein Problem Wenn wir 27 lesen Lies mal 27 mal für uns alle vor Und er sprach Nein Weißt du was Nein Nein Lies mal Lies mal 23 und 24 mal für uns vor Dann lege ich ihn dir 23 und 24 ist da Wo er mit seiner Frau unterwegs ist Was hat das damit zu tun Aber ich lese es gerne vor Und Jakob stand auf in der Nacht Und nahm seine beiden Frauen Und die beiden Mägde Und seine elf Söhne Und zog durch die Furt des Jabok Er nahm sie Und führte sie durch den Fluss So dass hinüber kam Was er hatte Okay stopp Jakob aber blieb Lass mich weiterlesen Stopp Jakob aber blieb Allein zurück Da rang er Da rang einer mit ihm Bis die Morgenröte anbrach Und als er sah Dass er ihn nicht übermochte Rührte er an das Gelenk seiner Hüfte Und das Gelenk der Hüfte Jakobs Wurde über dem Ring mit ihm verrenkt Das in einem geistlichen Kampf Also Wir lesen einmal vor Wir lesen einmal vor Von 23 und 24 Dem wir Dass Jakob erscheint Und voller Unruhe ist Und in einer nächtlichen Aktion Versucht er seine Familie In Sicherheit Zu bringen Okay Wenn wir 25 bis 26 lesen Dann lesen wir Dass es darum geht Wie Jakob Bei seiner Flucht Vor dem Bruder Gott allein begegnet war Und das lesen wir Bei 28 10 bis 22 Und ebenfalls So steht er wieder Ganz persönlich Ja Einem mächtigen gegenüber Beide Ringen In Hebräer Ein Wortspiel zu Jakob Und ja Ja Bock Ja Keiner besiegt Denn anderen Schließlich wird Jakob An der Hüfte Verletzt Okay So Wenn du 27 lesen tust Ja Wenn du 27 Jetzt einfach nur noch mal vor Was ich vorgelesen habe Wo steht hier Dass ein geistlicher Kampf war Und dann musst du mir noch erklären Wie die Hüfte verrenkt ist Und ob es nicht schlimm ist Wenn man geistlich gegen Gott Du hast mich Du hast mich Zu Ende lesen Weil du unterbrichst Nur das vor Was ich auch gerade vorgelesen habe Nein Ich habe dir die Verse ausgelegt Du hast mich nur nicht verstanden Leg sie mir aus Und beantworte bitte die drei Punkte Das habe ich doch gerade Beantwortet Wo steht der geistlicher Kampf? Darf ich zu Ende reden? Wo steht da geistlicher Kampf? Darf ich zu Ende reden? Ja natürlich Ich frage dich doch Wo steht da geistlicher Kampf? Guck mal Weißt du was bei dir das Problem ist? Das Problem ist Nein Du wirst mir aber bestimmt Wir haben eine Sache Eine Sache Eine Sache habe ich gemerkt Ich habe dir den Vers ausgelegt Ich habe dir gesagt Um was es geht Aber du hörst gar nicht zu Wo steht da geistlicher Kampf? Hast du Guck mal Du hörst mir gar nicht zu Guck mal Ist dir mal aufgefallen Ich stumm dich gar nicht Ich hätte Wenn ich ein Problem hätte Ich hätte dich schon längst Aber ich stumm dich nicht Aber du lässt mich gar nicht reden Ich unterbreche dich nicht kontinuierlich Ich höre auf so zu tun Als ob ich dich kontinuierlich unterbrechen würde Ich erinnere dich einfach nur an die Frage Die ich gestellt habe Wo steht da geistlicher Kampf? Und ich bin jetzt still Okay Bist du fertig? Hä? Bist du fertig? Kann ich reden? Ja Du sollst reden Ich warte Kann ich reden Also Also Wir lesen einmal Wie Jakob bei seiner Flucht vor dem Bruder Allein begegnet Das lesen wir in 28 1. Mose Kapitel 28 Vers 10 bis 22 So steht er wieder ganz persönlich einem mächtigen gegenüber Beide Ringen Okay Ein Wortspiel zu Jakob und Jabok Keiner besiegt den anderen Schließlich wird Jakob Was an der Hüfte verletzt Und das lesen wir bei 28 10 bis 22 Okay So Wenn wir den Vers 27 auslegen wollen Lesen wir Der Gegner will unerkannt bleiben Aber Jakob lässt nicht los Und bittet um Segen Damit macht Jakob deutlich Dass er um die Überlegenheit seines Gegners weiß Und das lesen wir was in Hosea Kapitel 12 Vers 45 Und besonders in Hebräer Kapitel 7 Vers 7 Und so wie er sich an den Versen seines Bruders hielt 25 6 So Und um den Segen kämpfte So hält er sich hier an die größere Macht Und bittet um Segen Und diese Versen die ich dir gegeben habe Schlag sie doch auf Und liest es uns mal ganz drauf Und dann kassierst du auch dein Knockout auch gleich Dankeschön Flex So Erst einmal habe ich nie bestritten Und ich habe das selber sogar vorgelesen Lies doch mal Ich habe dir die Versen gegeben Lies uns das mal drauf Dann hast du dein Knockout Ich habe dich ausreden lassen Bitte lass mich auch ausreden Okay Bruder Also Jetzt schau mal Jetzt schau mal Selbst wenn wir davon ausgehen Ich gehe mit dir mit Kein Problem Selbst wenn wir davon ausgehen Dass das ein geistlicher Kampf ist Okay Vielleicht ein Knockout Lies uns doch mal vor Ich habe dir die Versen gegeben Lies uns das mal vor Ich gehe mit dir 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 das mal vor Ich will nur nicht, dass du flüchtest zu anderen Versen. Bleib bei diesen Versen. Das sind die Auslegungen zu diesem Vers. Gut, okay. Die Bibel ist deine Bibliothek. Gut, gehen wir davon aus, dass es so ist. Dann musst du mir jetzt immer noch erklären, wie es sein kann, dass in der geistlichen Welt dein Jakob gegen Gott im Ringen gewinnt. Und vor allem, wie kann es sein, dass er sich die Hüfte verrenkt hat? Und warum machst du dich lustig? Hebräer Kapitel 7, Vers 7, Hosea 12,45. Lies uns das mal laut vor, damit du deinen Knockout kassierst. Ich bin sofort fertig. Ich sage doch, ich gehe sogar mit dir mit, obwohl das da nicht drin steht. Ich gehe sogar mit dir mit. Ich gehe mit dir mit und sage zu dir, pass auf, Bruder, ich folge dir, okay? Das war ein geistlicher Kampf. Meine Frage ist jetzt, wie kann Jakob selbst in der geistlichen Welt gegen Gott im Ringen gewinnen? Lies uns mal die Verse vor. Lass mich bitte, kannst du bitte aufhören, dich zu wiederholen? Ja, ja, lies mal den Vers vor. Kannst du bitte aufhören, dich zu wiederholen? So, pass auf. Warum machst du dich lustig über islamische Literatur? Das interessiert mich nicht. Lies mal den Vers vor. Damit du deinen Knockout kassierst. Lies mal bitte vor. Kannst du auch, wenn du dich mal wiederholen kannst, hast du auch was anderes drauf, als zu sagen, du hast keine Ahnung, kannst du dich bitte, kannst du bitte vorlesen? Lies die Verse vor. Lies du es doch vor. Hast du einen Computer da, ja oder nein? Nein, habe ich nicht. Ich bin gerade unterwegs. Lies du es doch vor. Also, wenn du unterwegs bist, was soll ich mit dir weiterreden, wenn du nicht mal was dabei hast? Lüchte nicht, flüchte nicht. Guck mal, ohne dass ich was dabei habe, kannst du nicht auf die Dinge eingehen, die ich dir gerade genannt habe. Beflüchte nicht, Flex. Du bleibst schön hier. Du machst dich lustig über eine Religion, du machst dich lustig über eine Religion, wo angeblich der... Okay, also, nochmal. Lese uns das vor oder geh raus, weil du bist sowieso ein Heuchler. Lies es doch vor, damit du einen Knockout kassierst. Hebräer Kapitel 7, Vers 7. Lies uns das doch mal vor. Hör auf zu heucheln, Mann. Du bist echt ein Heuchler. Geh auf Hebräer Kapitel 7, Vers 7, Hosea Kapitel 12, Vers 45. Da hast du eine Antwort. Hör auf zu heucheln. Also, geh doch darauf ein. Die Bibel ist eine Bibliothek. Geh darauf ein. Das ist mehr als eindeutig. Geh doch einfach mal auf die Verse ein. Geh doch einfach mal darauf ein. Ja? Und wenn wir diesen Vers auslegen, das ist ganz einfach zu verstehen, was ich dir vorhin gesagt habe. Jakob hat geistlich gesiegt, weil er Jakob was? Erkenntnis gezogen hat, weil er da, was? Er ein Betrüger, Dieb, etc. Ein Sünder ist. Lies uns doch mal die Verse vor. Ich habe dir sogar die Verse gegeben. Hebräer Kapitel 7, Vers 7, lesen wir das einmal. Und einmal Hosea Kapitel 12, Vers 45. Lies uns das doch einfach mal vor. Hör auf mit irgendwelche Sachen. Ja, wie kann er geistig seine Hüfte brechen? Du hast deine Antwort. Geh doch einfach mal darauf ein. Großes Problem. Wenn du nicht antworten kannst, lass es einfach. Ich meine das ernst. Geh doch mal darauf ein. Lies uns doch mal vor, damit du deinen Knockout kassierst. Das ist so anstrengend mit denen. Das ist Wahnsinn. Das ist so anstrengend. Hast du meine Frage nicht verstanden, Flex? Ich werde es vorlesen. Hosea Kapitel 12. Welcher Vers? Sag. Das hat keinen Sinn. Nein, sag nicht. Abusteschik. Sag gar nicht. Ohne Mutterleib hinterging er seinen Bruder. Und als er ein Mann war, rang er mit Gott. Er wurde Herr über den Engel und siegte. Weinend flehte er ihn um Gnade an. Er fand ihn in Beth El, also Hause El, und dort sprach er mit ihm. Der Herr, der Gott der Heere, dessen Name Jahwe ist, sagte, Du wirst mit Hilfe deines Gottes heimkehren. Bewahre die Liebe und das Recht und hoffe immer auf deinen Gott. Doch dieser Händler hat eine falsche Waage in der Hand. Er liebt den Betrug. So. Jetzt kannst du mir bitte nochmal erklären, wie die Hüfte verrenkt wurde und wo das ein geistlicher Kampf war. Und warum du dich lustig machst. Und warum du dich lustig machst. Guck mal, das Einzige, was du hier von dir... Staschik, jetzt mal im Ernst. Jetzt mal im Ernst. Warte, Staschik. Jetzt frage ich dich jetzt, Abusteschik. Asuna, geh mal auf Stumm, du bist ein Unwissender. Abusteschik, bitte. Geh mal auf Stumm, du bist echt Unwissender. Geh mal auf Stumm. Staschik, was ich gesagt habe, kannst du das widerspiegeln? Bitte erklären, das mal. Okay. Also, es geht eigentlich hauptsächlich darum in dieser Geschichte. Also ich finde allgemein, wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis hier. Was flex, was flex eigentlich... Geh mal auf Stumm, weil Abusteschik widerspiegelt das, was ich gesagt habe. Geh mal auf Stumm. Geh mal auf Stumm. Abusteschik erkläre ich das, was ich gesagt habe. Weil der versteht das immer noch nicht. Erklär ihm das mal. Ja, also flex hat eigentlich gezeigt mit Hosea 12, Vers 4 bis 5 und mit dem Hebräer Vers, dass es ist ein geistlicher Kampf, ja, aber sie haben ja, sie haben schon gerungen miteinander. Ah, flex, siehst du... Nein, 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 lass mich kurz ausreden. Lass mich kurz ausreden. Lass mich kurz ausreden. Flex meint mit geistlich dem psychischen Kampf, den sie bis zur Morgenröte gekämpft haben. Genau. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein. Doch, steht drin. Weißt du, warum? Weißt du, warum ich nicht verstehe, was du meinst? Ja, klar, ja, ich höre zu. Weil er sich die Hüfte dabei verrenkte und außerdem steht die Frage dann immer noch im Raum, wenn wir hier in dieser Welt darüber sprechen, oder in der geistlichen Welt, wie kommt es, dass jemand Gott besiegt? Gott hat, also er hat Gott ja nicht besiegt. Der hat nicht zugehört. Das steht nicht. Ja, 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 aber es ist nicht so... Er hat mit Gott und Mensch gerungen und hat gesiegt. Steht doch da. Der hat nicht zugehört. Glaub an deine Bibelflex. Das ist der Schick. Das ist der Schick. Guck mal, ich lese es nochmal. Der hat keinen Wert. Der hat keinen Zentimeter zugehört. Ich lese es nochmal vor einem Moment. Lass mich bitte die Bibel vorlesen, okay? Guck mal, also. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Allahu Akbar. Wirst du mich zu einem Gott einladen, der einen MMA-Kampf gegen Jakob verliert? Guck mal, guck mal, allein das Jakob, allein das Jakob. Der schick, der schick, der schick. Ich mach kurz und bündig mit dem, der hat keine Ahnung. Geh, Hosea, Kapitel 12, Vers 45, lies uns das mal vor und dann können wir die Auslegung ebenfalls bei Hosea 12, Vers 5 machen. Dann gehen wir ebenfalls zusammen. Guck mal, ich gehe sogar mit dir mit, damit du dich selber lächerlich machst. Guck mal, ich gehe sogar mit dir mit. Dann lesen wir einmal Hosea, Kapitel 12, Vers 5. Du sagst also, Gott hat gegen Jakob einen Feind verloren? Nein, nein, ich habe es dir sogar vorhin ganz genau erklärt. Hat er nicht? Hat er nicht? Warum leugnest du seine Bibel? Du hörst mir gar nicht zu, warum leugnest du deine Bibel, Flex? Ich leugne nicht meine Bibel, ich erkläre es dir. Ja, in der Bibel steht doch hier, du hast gegen Mensch und Gott, gegen Gott und Mensch gekämpft. Asuna, bist du Omni? Bist du Omni? Was bin ich? Bist du Omni, Omni? Was ist das? Was ist Omni? Hey, Mann. Bist du Omni? Bist du Omni? Was ist Omni, Omni? Was ist das? Weißt du nicht, was Omni ist? Nein, erklärst mir. Verstehst du, wenn man mit dir redet? Ich denke, ich habe genug Kompetenzen, um zu verstehen, wenn du mit mir redest. Aber verstehst du, was ich zu dir sage? Was habe ich dir von Anfang an ausgelegt in 23, 24, 25, 26 und 27? Was habe ich dir da ausgelegt? Er hat gesagt, es war ein Kampf im Geiste, weil er segen wollte und er hat gewonnen, indem er Segen bekam. Okay? Er hat den Segen bekommen. Okay. Und jetzt? Warum ist aber seine Hüfte verrennt worden? Das ist als Zeichen der Abhängigkeit. Bruder, sag's nicht, sag's nicht. Der hat den Vers selber vorgelesen. Der hat keine Ahnung. Warum ist seine Hüfte verrennt worden? Lass ihn reden. Antworte, Antworte, ich bin hier, um zu lernen von dir. Antworte. Warum ist seine Hüfte verrennt? Okay, ich wiederhole mich nochmal. Ich wiederhole mich nochmal. Machst du ja gerne. Ja, okay. Ich habe dir ja gesagt, dass ich ja den Vers 23, 24 ja ausgelegt habe. Ebenfalls habe ich die 25, 26 ausgelegt. Ebenfalls habe ich die 27 ausgelegt. Ich habe dir die Erklärung gegeben von Hosea Kapitel 12, Vers 45. Ebenfalls lesen wir in Hebräer Kapitel 7, Vers 7. Das habe ich dir doch schon längst ausgegeben. Du hast es vorgelesen. Jetzt fragst du mich schon wieder, warum hat er sich die was ausgerenkt? Also hey, du hörst mir gar nicht zu. Gut. Wir lesen nochmal Hosea. Wir schauen, ob da wirklich die Antwort ist auf meine Frage. Und dann lies bitte auch in Hebräer Kapitel 7, Vers 7. So. Also. Er wurde Herr über den Engel und sagte, weinend fliehte er ihn um, Gnade an. Er fand ihn in Beth-El und dort sprach er mit ihm. Der Herr, der Gott der Heere, dessen Name Jahu ist, sagte, du wirst mit Hilfe deines Gottes heimkehren. Bewahre die Liebe und das Recht und hoffe immer auf deinen Gott. Doch dieser Händler hat eine falsche Waage in der Hand. Er liebt den Betrug. Wo steht jetzt die Antwort auf meine Frage, warum seine Hüfte verringt wurde, Flex? Ich habe ihn irgendwo gefunden. Ja, du lachst. Du lachst. Also. So steht da. Also ich erkläre es dir noch mal. Wo steht aber auch mal seine Hüfte verringt. Wenn wir von 23 bis 27 lesen, lesen wir, dass der Gegner will unerkannt bleiben. Aber Jakob lässt nicht los und bittet um einen Segen. Damit macht Jakob deutlich, dass er die Überlegenheit seines Gegners weiß. Und deswegen wurde was, seine Hüfte verringt. Und deswegen hat er nach einem Segen gefragt. Und er hat diesen Segen bekommen von Gott. Verstehst du? Das war ein geistlicher Kampf und kein physischer Kampf. Das ist immer noch nicht meine Frage gewesen. Meine Frage ist, wenn es ein geistlicher Kampf ist. Okay, okay. Du bist rum. Ich merke schon, du bist rum. Ein Moment. Ein Moment. Okay, warte. Dann ist nur ein geistlicher Kampf. Also warte. Ganz kurz, ganz kurz. Ich fange mal ganz von vorne an. Bist du, bist du, bist du. Bist du. Ich finde es sehr schade, dass du so redest. Nimm es mir nicht übel. Meinst du, Jesus wäre mit dir zufrieden, wenn du so mit mir leidest. Warte mal kurz, warte mal kurz. Was habe ich gerade eben gesagt? Du hast mal wieder deinen Punkt unterstrichen, dass es sich hierbei um einen geistlichen Kampf handelt. Das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, wie kommt es dann, dass er sich die Hüfte verringt hat? Okay. Und meine andere Frage war, auch in der geistlichen Welt, wie kommt es, dass ein Jakob gegen Gott siegt? Ganz kurz, um zu beweisen, dass du nicht zuhörst. Abu Steshik, was habe ich gerade eben gesagt? Kannst du das bitte widerspiegeln, Abu Steshik? Bitte, ganz kurz. Nur für ihn nochmal. Also, soll ich das einfach erklären, die Geschichte allgemein? Nein, nein, Bruder. Wiederspiegel mal das, was ich gesagt habe. Weil er hat von der Hüfte gesprochen und ich habe es ihm gerade eben erklärt, warum das passiert ist. Und er fragt mich schon wieder, ja, warum hat er seine Hüfte verringt? Also, der hört nicht zu. Aber Abu Steshik, erklär ihm das bitte noch einmal. Weil er ist anstrengend. Er ist wirklich anstrengend. Erklär ihm das bitte nochmal. Er hat seine Hüfte verringt. Jakobs Hüfte. Jakobs Hüfte wurde verringt, weil sie gerungen haben. Dieses Ringen ist unter anderem auch ein geistlicher Kampf. Unter anderem auch ein geistlicher Kampf. Also auch ein körperlicher Kampf, richtig? Ja. Boom! Aber, ja, was für Boom. Was für Boom. Genau wie er gemacht hat. Ich gehe mit ihm genauso um, wie er mit mir umgeht. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist okay. Das ist okay. Aber wir gehen jetzt weiter darauf ein. Warum steht, dass er gegen... Also Flex, deine gesamte Argumentation war gerade für die Cuts. Nein, 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 nein. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich baue auf seine... Ich baue auf seine Argumentation. Okay, aber es ist... Erzähl. Okay, ganz kurz. Wo ist dir... Guck mal, du hast ja gesagt... Boom! Nicht mal... Du checkst nicht mal, wenn du kämpfst. Ja. Guck mal, ich spiele jetzt das Spiel mit dir mit, damit ich dir zeige, dass du keine Ahnung hast. Wenn ich mit dir kämpfe, wenn ich mit dir kämpfe, ja, weil du sagst, wie hat er sich verletzt. Und ich erkläre dir gerade, sie haben gekämpft und dabei hat er sich verletzt. Und du fragst mich aber, ja, wie hat er sich denn verletzt? Ja, sie haben gekämpft. Jetzt habe ich doch die ganze Zeit gesagt, flex, was willst du von mir? Ja, aber du sagst, wie, warum, geteilt? Du stellst komische Fragen. Also gibst du mir jetzt recht. Dankeschön. Wo habe ich dir recht gegeben? Das war ein Geist. Lass mich dir das erklären. Lass mich dir das erklären, okay? Nein. Damit du es vielleicht verstehst, okay? Nein. Lass mich dir das erklären, Bruder. Einen Moment. Guck mal, hör mal zu, Bruder. Ja, bitte schön. Ich habe doch die ganze Zeit gefragt, wie kann es sein, dass ein Mensch, also Jakob, gegen Gott gewinnt. Du hast die ganze Zeit damit argumentiert. Es war ja nur ein geistlicher Kampf. Es war ein geistlicher Kampf. Genau, du hast die Aussage damit relativiert, weißt du. Plötzlich frage ich dann, warum hat er sich dann die Hüfte dabei gerankt? Auf einmal war es nicht nur ein geistlicher Kampf, es war auch ein körperlicher Kampf. Meine Frage ist jetzt also wieder, nicht mehr disqualifiziert, sondern qualifiziert. Wie kann ein Mensch gegen Gott im Ringen gewinnen? Kannst du mir das erklären? So, Flex, du machst dich lustig darüber, dass bei unseren sunnitischen Geschwistern steht, dass ein Engel runterkam und den Propheten gepresst hat. Okay, woran ich selber nicht glaube. Aber du als Christ machst dich lustig darüber, während Jakob bei dir Gott besiegt in einem MMA-Fight. Nein. Du bist, du bist schwer vom Begriff, Hassuna. Nein, du bist schwer vom Begriff. Nein, weil wir haben dir was erklärt. Guck mal, weißt du, was dir nicht passt? Weißt du, warum du hochgekommen bist? Guck mal, ich erklär's dir sogar, warum du hochgekommen bist. Warum? Du bist hochgekommen, weil es dir nicht passt, dass wir über deinen Glauben sprechen. Hör mir mal zu. Plus, lass mich mal reden. Lass mich mal reden. Natürlich passt es mir nicht, dass du über meinen Glauben sprichst. Das ist doch ohne Frage. Und dann sprichst du darüber, das Spenden, weil die... Genau. Also, ich mach das nochmal ganz kurz für dich. Das war ein geistlicher Kampf, so wie ich es dir erklärt habe. Du hast mich schon richtig verstanden, nur du willst es gar nicht annehmen, was ich sage. Ich habe dir die Verse gegeben, ich hab dir sogar Hebräer Kapitel 7, Vers 7 gegeben und deswegen stimme ich dich, weil du unterbrichst mich die ganze Zeit. Ich habe kein Problem mit dir, darüber zu sprechen. Ja, aber wenn ich dir etwas erkläre, geh doch ruhig darauf ein, das ist doch gar kein Problem. Ich habe es sogar sehr gut erklärt. Was soll ich denn jetzt noch erklären? Flex, mach mal Tanks, vielleicht kann ich es besser erklären. Ja, weil anscheinend haben wir keine... Bruder, er hat das verstanden, er will es nur nicht verstehen. Er hat das schon verstanden. Er will nur nicht verstehen. Leute, guck mal, ich mache das nochmal klar und deutlich. Wenn wir von 25 bis 26 lesen, okay, lesen wir was, wir lesen hier, wie Jakob bei seiner Flucht vor dem Bruder allein begegnet war, und zwar, es geht ja um den Vers 28, Vers 10 bis 22, so steht er wieder ganz persönlich einem mächtigen Gegenüber, beide Ringen, okay, und Jakob und Jabok, keiner besiegt den anderen, schließlich wird Jakob an der Hüfte verletzt, im Kampf, es ist ein geistlicher Kampf, okay, wenn du 27 lesen tust, ja, lesen wir was, der Gegner will unerkannt bleiben, aber Jakob lässt nicht los und bittet Gott um einen Segen, wo ist das Problem? Er bittet Gott um einen Segen, okay, damit macht Jakob deutlich, dass er um die Überlegenheit seines Gegners weiß, und das lesen wir in Hosea Kapitel 12, Vers 25, wir erklären es dir sogar noch viel, viel besser, und du verstehst es immer noch nicht, er hat mit Gott gerungen, ich bin mal gespannt, ob du das widerspiegeln kannst, was ich dir gerade eben gesagt habe, ich entstumm dich jetzt, tue mal das widerspiegeln, was ich gesagt habe. So, du hast im Allgemeinen gesagt, es war ja Jakob klar, dass Gott siegen kann über ihn, aber er hat dadurch gesiegt, dass er den Segen bekommen hat, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, darf ich ganz kurz, und flüchte bitte nicht, Hallo, hallo, hallo. Lass mich ausreden, bitte, unterbricht mich nicht. Ihr habt genug geredet, du wiederholst dich auch nur ganz kurz. Unterbricht mich nicht, unterbricht mich nicht. Ganz kurz, du hast genug geredet, weil du hast dich tausendmal auch wiederholt. Einen Moment. Okay, ganz kurz, Bruder, frag dich. Bruder, lass mich ganz kurz, ich mach das jetzt ganz kurz, Bruder, weil dieses Hin und Her, lass mich ganz kurz, ich mach das ganz kurz. Also, Jesaja 45, Vers 5. Die Hüfte als Symbol für Macht und Autorität Gottes. Ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir gibt es kein Gott. Ich habe dich gerüstet, auch wenn du mich nicht kennst. Die Verletzung oder Verrenkung von Jakobs Hüfte während seines Ringens mit Gott symbolisiert die menschliche Schwäche und die Abhängigkeit Gottes. Lies mal Hebräer 7, bitte. Lies mal Hebräer 7, bitte vor, für ihn nochmal. Ich muss dann ums Zwitschen ganz kurz. Ja, ja, kein Problem. Lies das mal bitte vor, weil die Verse habe ich ihn tatsächlich auch gegeben. So. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat um den Segen gekämpft und das habe ich ihn auch schon erklärt. Hebräer 7. Hebräer Kapitel 7, Vers 7. Okay, ohne jeden Widerspruch, aber wird das Geringere von den Besseren gesegnet. So, stopp, nochmal, wiederhole das nochmal, den Vers, den ich Ihnen auslegen wollte. Ohne jeden Widerspruch, aber wird das Geringere von den Besseren gesegnet. Dankeschön. Aha. Aber was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich habe Ihnen den Vers Hebräer Kapitel 7, Vers 7 gegeben. Der wollte das ums Verreck nicht vorlesen. Lies das bitte nochmal laut vor, frag dich. Ich habe Ihnen Hebräer Kapitel 7, Vers 7 gegeben. Lies das bitte nochmal vor. Ich habe Ihnen jeden Widerspruch, aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Dankeschön. Hast du noch mal hier? Wie gesagt, nochmal, das mit der Hüfte ist sehr, sehr wichtig nochmal zu erwähnen, dass es seine symbolische Bedeutung hat. Genauso wie das. Bruder, das ist nicht mal wichtig, das zu erwähnen. Es geht darum, das auszulegen und zu erklären, um was es da wirklich geht. Bitte, Bruder, liest mal Hosea Kapitel 12, Vers 45, bitte. Hosea Kapitel 12, Vers 45, weil der wollte das nicht vorlesen. Bitte liest das mal vor. Hosea Kapitel 12, Vers 45. 45 ist nicht auf Hosea. 4, 4, 5, sorry, ich sage 45. Hosea Kapitel 12, Kapitel 4, 5. Genau, ich habe 45, sorry, 4, 5, 4, 5. Sodass du stürzt am hellen Tag, ja auch der Prophet stürzt mit dir. Ups, sorry, kleinen Moment. Lies mal vor, lies mal nochmal vor. Jetzt, sorry. Sorry, das war jetzt aus. So, dass du stürzt am Tag, ja auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht. Bam. Bam. Aber, wie gesagt, er wollte das mit der Hüfte wissen. Äh, es steht auch ganz genau nicht in der Bibel, wie das passiert ist. Vielleicht ist er auch gestürzt, steht nicht, wir können das Ganze nochmal lesen, es steht nicht ganz genau, wie das mit der Hüfte passiert ist. Aber, das mit der Hüfte hat diese Symbolik, die ich vorhin, äh, auch vorgelesen hab. So, ähm. Bruder, das brauchst du gar nicht erklären, er hat es schon verstanden. Er war, okay. Er war, okay. Er war, darf ich bitte reden, ohne dass sie mich unterbrechen. Hast du mal, darf ich dir erklären, hast du, ne? Nein, nein, ich bin jetzt erstmal dran. Warum nicht? Ganz kurz, meine lieben Geschwister, alle mal, alle mal bitte leiden, ich bitte eure Herzen. Lasst mich bitte reden, aber unterbrecht mich bitte nicht, okay? Ich bitte euch. Ja, dann wiederhole dich nochmal, okay, wiederhole dich nochmal. Okay, und was soll diese Polemik? Übrigens, ich will sowieso auf diese Polemik eingehen. Ich habe nie behauptet, dass ein geringeres Wesen, ein größeres Wesen den Segen gibt, dass ihr so argumentiert und sagt, guck mal, da steht ein größeres Wesen, gibt immer den geringeren Wesen Segen, Abo, Boom. Ist das euer verdammter Ernst gerade? Eure Polemik, die ihr hier macht, guck mal, Gott kennt euer Herz, das ist Heuchelei und nicht das, was ich hier mache. Das, was ihr macht, ist hier Heuchelei. Ihr versucht, euren Zuschauern irgendwie weiß zu machen, dass ihr gerade punktet. Wie möchtest du jetzt weiter, wenn sie stöhnen wie dein Prophet? So, bitte, guck mal, bleib respektvoll und beleidige bitte mich. Nee, geht darum, du darfst nur ein Müllig. Lass mich bitte ausreden und unterbricht mich, ich habe euch auch zugehört, lass mich bitte ausreden, okay? Ja, dann fang mal an deinen Scheißen zu. Vorhin, guck mal, also, ist der Begriff jeder Hüfte in der Bibel eine Symbolik für die Macht Gottes? Das wäre fatal, denn dann würde es bedeuten, wenn wir über Schlachtopfer reden im Alten Testament und die Hüfte geschlachtet wird, dass die Macht Gottes... Jetzt geht es nicht um Schlachtopfer. Bleib beim Thema. Lass mich bitte ausreden. Guck mal, dieses Gleichnis mit der Hüfte hat überhaupt nichts mit dieser Geschichte hier in der Bibel zu tun, wo Jakob gegen Gott ringt und gewinnt sogar gegen Gott. Er hat gegen Gott und Menschen gerungen und gewonnen. Bezieht man geistliche Segen vom Menschen, wenn man gegen sie ringt? Nein. Gott erwähnt das in der gleichen Art und Weise. Er verringt sich die Hüfte. Er wird als Belohnung Israel genannt und nicht mehr Jakob, weil er gewonnen hat gegen Gott. Und ihr wollt mir gerade weismachen, dass das alles ja anders gemeint wäre. Lass mich bitte ausreden und unterbrich mich nicht, Flex. Ich weiß, das ist gerade gezählt bei dir. So, dann hast du am Anfang deines Vortrages gesagt, wir wären alle Heuchler, weil wir ja sagen würden, dass wir spenden. Wir haben im Alten Testament bei Hiob 31, Vers 16, folgende Verse. Habe ich den Bedürftigen ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe verschmachten lassen? Habe ich meinen Bissen allein gegessen oder hat nicht die Weise auch davon gegessen? Nein, ich habe sie von Jugend aufgehalten wie ein Vater und ich habe sie von Mutterleib angeleitet. Ist Hiob jetzt ein Heuchler in deinen Augen, wenn er diese Dinge erwähnt? So, aber kommen wir nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, Flex. Mir ging es nicht darum, jetzt den Christentum in irgendeiner Weise zu widerlegen. Mir ging es wirklich nicht darum. Mir geht es nur darum, dass du die ganze Zeit gegen Muslime hier drinnen hetzt. Verstehst du? Bleib mal beim Thema. Das interessiert mich nicht. Ich werde auch morgen weitermachen. Dann ändert sich nichts. Bleib mal beim Thema. Ich bin beim Thema. Okay, bleib beim Thema. Und sich bei dir Dinge befinden, die viel schlimmer sind, viel kranker sind, weißt du, als die, die du den anderen vorwirfst und dann ein Prädikat wie Heuchler und Höllenbewohner und so weiter achten. Okay, ich möchte auf deine Frage eingehen. Meine Frage jetzt ist nochmal, wie kam es dazu, weil das mit der Hüfte, das ist die Macht Gottes darstellen soll. Erstmal war es die Hüfte von Jakob in diesen Versen und nicht die Hüfte Gottes. Okay? Ja. So, das erstens. Zweitens, du hast vorhin die ganze Zeit darauf appelliert, dass es ein geistlicher Kampf war. Bis dein Bruder hier, Augustasic oder wie er heißt, dich widerlegt hat. Er hat mich nicht widerlegt, er hat das bestätigt, was ich gesagt habe. Es ist ein körperlicher und ein geistlicher Kampf, weißt du. Jetzt kommt ein anderer, weißt du, und fängt an dir zu sagen, ja, mit Hüfte ist Allmacht gemeint. Ihr bastelt eure Religion zusammen, wie ihr möchtet. Das ist der Punkt. Geh mal auf Stumm, du hast einen Monolog gehalten. Fakt ist, Jakob hat deinen Gott besiegt. Ja, 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 du hast keine Ahnung. Geh mal auf Stumm. Ich habe keine Ahnung, das steht in der Bibel. Wenn ich keine Ahnung habe, dann hat die Bibel also keine Ahnung. Das steht in der Bibel. So, das heißt, du willst mich zu einem Gott einladen, der besiegt wird von einem Menschen. Du willst mich zu einem Gott einladen, der am Kreuz ist. Also, wenn ein Moslem, also es ist ganz einfach, wenn ein Moslem im Dschihad, zum Beispiel, jemanden tötet, egal, ich will das gar nicht sagen, weil das ist schon mehr als traurig. Guck mal, eine Sache verstehe ich jetzt gar nicht. Eine Sache verstehe ich jetzt nicht. Wir haben dir den Vers ausgelegt. Wir haben den Vers ausgelegt. Wir haben es dir sogar erklärt. Was willst du denn noch? Was willst du denn noch? Jetzt mal ehrlich. Also, jetzt, ich entstumme dich mal. Was willst du denn noch? Jetzt mal im Ernst. Ihre Erklärung ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich will ihm jetzt kurz antworten, weil er mitatiert über Polemik und ist selber einfach der Polemischste hier drin. Okay, ich erkläre dir, wenn du wirklich wissen willst, um was es da geht, ich erkläre es dir jetzt. Mach dich bitte auf Stumm, Hasuna Matata, und dann hör zu, ja? Nein, erstmal rede bitte nicht so respektlos. Ja, komm, dann, du bist genauso respektlos gewesen, hör zu. Nein, bin ich nicht. Respektlos ist dein Jakob, der deinen Gott einfach am Ring gesiegt. Das ist respektlos. Ich erkläre dir das jetzt. Ich erkläre dir das. Mach dich bitte auf Stumm. Komm mal, respektlos ist eure Bibel, die behauptet, dass Jakob... Ah, du hast jetzt Angst, weil deine Frau dir das erklärt, ne? Nein, nein, alles gut. Tanker, Tanker, eine Frage, Tanker, weil du hast sehr, sehr viel Wissen bezüglich der Bibel. Das, was ich Ihnen ausgelegt habe, ich möchte bitte, dass du ehrlich antwortest. War es richtig oder war es falsch? Also, das mit dem geistigen Kampf war zu 100 Prozent richtig. Ich habe tatsächlich am Anfang nicht alles mitbekommen, aber ich erkläre es ihm, weil das, was er hier behauptet und was für Dinge hier rausspuckt, ist alles einfach falsch. Also, es geht um Folgendes. Das Neue Testament erklärt uns ganz genau, mit was wir es da zu tun haben. Es steht im Epheserbrief, denn wir kämpfen oder ringen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Das heißt, das sind das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt. Jakob kämpft hier nicht mit Gott. Jakob, es steht zwar Elohim drin, richtig, was wir auch als Gott verwenden. Dieses Wort kann aber auch für ein Engel oder ein höheres Wesen verwendet werden. Jakob kämpft hier nicht mit einem Engel des Lichts. Woher weiß ich das? Weil dieser Engel möchte gehen, sobald das Licht kommt. Das heißt, er kämpft gegen ein Engel der Finsternis. Du sagst, es ist ein körperlicher Kampf. Ja, alle Kämpfe im Alten Testament waren körperlich, aber sinnbildlich sind sie alle geistig gemeint. Das sind geistige Wahrheiten, die uns die Bibel im Alten Testament mit irdischen Geschichten erzählt. So, der Engel, in dem Vers steht dort Isch. Isch heißt einfach großer oder starker, starker Mann, was auch immer. Dieses Wort wurde auch für Goliath verwendet. Deswegen wissen wir, mit wem kämpft hier Jakob. Warum kämpft er mit ihm? Er hat keinen Segen, weil, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, wahrscheinlich kurz, Flexa. Weil er steht unter einem familiären Fluch. Wir sehen das, weil wir hatten seinen Vater, Großvater Abraham und sie haben beide gelogen. Ja, und die Identität von Jakob wurde zu einem Betrüger. Er wurde sogar Betrüger genannt. Und in der Bibel sind Namen ganz wichtig. Wenn du, Gott hat immer Namen geändert, um deine Identität und deine Zukunft. Kann ich weitersprechen? Hört man mich? Um deine Zukunft. Hört man mich? Ich höre jetzt irgendwie nichts mehr. Wir hören dich sehr gut, wir hören dich sehr gut. Danke. Zum Beispiel sehen wir das bei Abraham. Der war kinderlos wegen einem Fluch. Da gab es sehr viel Kinderlosigkeit in seiner Generation. Und die wurde später gebrochen. Und deswegen wurde er auch unbenannt von Gott in Abraham. Und jemand, der Betrüger genannt wird, hatte keine Zukunft. Das heißt, ein Engel der Finsternis hatte seinen Segen in der geistigen Welt in der Hand. Und unser großer Jakob kämpft mit diesem Engel und gewinnt gegen ihn und bekommt den Segen, der ihm gehört, aus seiner Generation zurück. So ist es zu erklären. Und jetzt kannst du unseren Gott annehmen, weil unser Gott ist groß und mächtig. Halleluja. Halleluja. Also, in der Bibel steht, hier habe ich den Vers nochmal vor mir, das, was du gerade gemacht hast. Du sollst Wissen haben, jetzt mal ohne respektlos zu klingen. Okay. Der Kerl, der Kerl, der Kerl spielt. Die schwächsten Antworten, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Hör mal zu, bitte. Hey, Mick. Du spielst. Guck mal, hör, hör. Du willst gar nicht zu. Ich habe Wortstudien gemacht. Hör auf, komm mir nicht. Ich habe Wortstudien. Ja, du liest Gott auf Deutsch. Hör mal zu. Lass mich bitte ausreden. Weißt du, was da steht? Weißt du, was da überhaupt steht? Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Ich habe dich auch ausreden lassen. Lass mich bitte ausreden. Okay? Dankeschön. So. Du musstest mich ausreden lassen. Hm? Nochmal bitte. Du musstest mich ausreden lassen, weil du gestummt warst. Okay, erzähl. Komm. Ja, aber ich war danach entstummt und habe dich bis zum Ende reden lassen. Mach keine Polemik. Rede. So. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, frührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Ja, Elohim. Was bedeutet Elohim? Lass mich ausreden. Geh auf stumm. Geh auf stumm. Ich bin Tanker der Tanker. Ich habe dich beantwortet. Elohim bedeutet auf keinen Fall Engel der Finsternis. Nein. Okay? Guck mal, lass mich bitte ausreden. Lass mich ausreden. Nein, du lügst gerade hier. Geh in die Wortstudie rein. Du hast gesagt, damit ist ein Engel der Finsternis gemeint. Er lügt. Sei gerecht. Hasuna. Hasuna. Sei gerecht. Lass mich ausreden. Ich muss uns eine Sache sagen. Nein, du lässt mich jetzt bitte ausreden. Ich habe auch gewartet. Lass mich ausreden, bitte. So, jetzt leugnet sie selber. Wir können einen Heuchler mit dir nicht zunehmen. So, einen Moment, Bruder. Einen Moment. Du bist ein Heuchler. Was heißt dir, Bruder? Erst habt ihr beide gesagt, du und Abustatich. Und der andere, der hochkam und hier voll auf Intelligent machte, ja, damit ist die Allmacht Gottes gemeint mit der Hüfte. Es war Gott. Wir haben hier das ganz genau erklärt. Einen Moment, einen Moment. Jetzt kommt sie und sagt, nee, damit ist nicht Gott gemeint. Damit ist ein Engel der Finsternis gemeint. Jetzt lese ich die Verse vor und sage, mit Elohim ist auf keinen Fall Engel der Finsternis gemeint. Und sie regt sich darüber auf. Sie sagt, nein, du lügst. Wo lüge ich denn? Du hast gerade gesagt, dass damit ein Engel der Finsternis gemeint ist. Engel. Ich habe gesagt, nein. Nein, stopp. Ich will es korrigieren. Zitier mich richtig. Ich habe gesagt, dass das Wort Elohim für Gott verwendet wird. Ihr habt verschiedene Versionen. Hört doch zu, Mann. Du widersprichst gerade Flex. Nein, hör doch zu. Es ist egal, ob ich widerspreche. Es ist egal. Ja, ihr widerspricht euch. Er hat es dir schon erklärt. Ihr widersprecht euch gegenseitig. Er hat doch schon. Es ist egal. Es ist egal. Kannst du mir bitte erklären, warum ihr euch gegenseitig widersprecht die ganze Zeit? Guck mal, jetzt Polemik. Guck mal, jetzt wirst du rauskennen. Das ist keine Polemik. Das ist gerechtigt. Du windest dich jetzt raus. Das ist peinlich. Guck mal, Flex sagt, das ist Gott. Du sagst, das ist ein Engel. Das ist nicht Gott, hast du gesagt. Darf ich es? Mach ihm mal bitte stumm, Flex. Bitte mach ihn stumm. Das hast du gesagt. Lass mich. Danke. Nein, nein, ich will das kurz korrigieren, was er gerade gesagt hat. Danke. Alles gut. Alles gut. Lass uns das machen, weil er hat das schon verstanden. Er dreht hier gerade. Guck mal, ich sag dir, warum Flex das besser machen sollte. Weil du hast Flex und Abu Sanchez gerade auseinandergenommen. Ich habe niemanden auseinandergenommen. Ich habe die bestätigt und habe das noch... Nein. Ja, ey, guck mal. Die haben ja beide gesagt, das ist ein Geist. Gummer, weißt du, was du eigentlich hier versuchst? Ich erkläre dir, was du gerade versuchst. Du versuchst gerade, den Islam ins gute Licht zu rücken, indem du versuchst, einfach deine Leute, die sowieso Omni sind, die sowieso nichts verstehen, zu verdrehen und indem du dann sagst, hey, guck mal, ihr widerspricht euch alle. Nein, sie tun das widerspiegeln, was ich gesagt habe. Keiner hat sich hier widersprochen. Nur deine Leute hier unten, die sind Omni, die verstehen es sowieso nicht. Was wir hier besprechen, nicht mal das checken die. Die geben dir einfach nur recht. Ja, es ist einfach so. Es geht darum, dass wir über diese Verse hier sprechen und wir haben dir das ganz genau ausgelegt. Der Bruder fragt dich, haben wir dir den Hebräer Kapitel 7, Vers 7, Vers gegeben. Wir haben dir Hosea Kapitel 12, Vers 4 bis 5 gegeben und auch da willst du nicht verstehen, um was es geht, sondern du kommst nur hier rein, um zu verdrehen und das tust du gerade. Du willst es gar nicht verstehen. Ja, guck mal, Patrick, du kannst dich kurz entstummeln. Patrick, eine Frage an dich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange bist du schon hier drin? Patrick? Sehr lange, sehr, sehr, sehr lange. Was ich Ihnen erklärt habe und ausgelegt habe, bitte, du bist sehr, sehr wissend in dem Bereich, kannst du das bitte widerspiegeln, was ich gesagt habe? Ja, das stimmt und das ist auch alles richtig. Ich muss aber hier noch ein paar wichtige Sachen jetzt richtigstellen, wegen der Schwester. Die hat ein paar Sachen gesagt, die, liebe Schwester, nicht zutrifft, dass ich möchte die nicht angreifen. Aber wir werden das jetzt, diese Frage, weil jetzt ist ein bisschen ein Durcheinander gekommen, richtigstellen. Das ist immer ganz wichtig. Aber sonst, was du gesagt hast, ist richtig, gemäß dem Wort Gottes. Was du jetzt gesagt hast. Also zu dem, was ich gesagt habe, brauchen wir eigentlich nichts mehr hinzufügen, Patrick. Oder willst du noch was hinzufügen? Also eigentlich ist es ein Knockout, eins nach dem anderen. Guck mal, Patrick, ich möchte bitte, dass du den Hebräer Kapitel 7, Vers 7 bitte nochmal vorliest für diesen Kerl, damit ihr seht, dass er sich im Kreis dreht. Weil wir haben ihn eigentlich schon gesagt. Ja, wir haben ihn ja schon alles gesagt. Aber bitte, Patrick, geh nochmal in Hebräer Kapitel 7, Vers 7, lese ihn das bitte noch einmal vor. Also Hebräer 7, Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Hörer höhergestellten gesegnet wird. Amen. Amen. Das war's. Genau. Also was spielst du hier rum? Ja und da. Warum hat er seine Hüfte gebrochen? Er hat um Segen gebetet. Was müssen wir da weiter rum machen? Es ging um den Kampf, dass er diesen Segen bekommt. Ja, aber warum hat er das da gemacht? Warum hat er das? Hey. Also Patrick, wenn du was hinzufügen willst. Ja gerne. Ja gerne. Kannst du mir zwei Minuten geben? Ja gerne. Kleinen Moment. Ich muss, ich muss nochmal dich reinnehmen. Kleinen Moment. Machen wir so. Das ist ganz einfach erklärt, aber der Kerl wird es gar nicht verstehen. Okay, jetzt Patrick. Jetzt Patrick. Danke vielmals. Kann man mich da also hören jetzt? Ja natürlich. Also erstens einmal ringen heißt nicht kämpfen. Mit Ringen muss man sich das vorstellen, wenn du mit deinem kleinen Sohn fünf Jahre alt ein bisschen kämpfst. Und dann hältst du ihm so einen Kopf und er will dich da so schlagen. Und dann tust du ihn ja auch nicht nieder. Du könntest ihn mit einem Schlag, könntest du den Kleinen ja niederstrecken. Also mit Ringen heißt, der Kleine versucht die ganze Zeit dich weg zu ringen. Es ist wichtig, dass man das versteht. Die haben nicht gekämpft. Das ist wichtig. Er hat gerungen, hat ihn nicht losgelassen. Dann um diese Säge ist wichtig. Hier geht es um den erstgeborenen Segen, der Jakob Esau geklaut hat. Hier geht es um diesen erstgeborenen Segen. Denn das ist Gott, der hier spricht. Denn nur Gott kann Segen geben. Und Gott verändert den Namen Jakob in Israel. Das war nie und nie mal ein Engel. Und Engel dürfen nicht segnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Passage dürfen wir ja nicht falsch verstehen. Und was wichtig ist, was der Moslem ja nicht verstanden hat, erkennt die ganze Geschichte Jakobs nicht. Denn wenn wir ein bisschen vorher lesen, in 1. Mose Kapitel 32, Abvers 23 steht, Es stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jakob. Und er nahm sie, führte sie aber den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Das heißt, Jakob wollte wieder betrügen. Er wollte wieder sich nicht auf Gott verlassen. Und dann hat sich Gott ihm in den Weg gestellt. Und zwar der Herr Jesus Christus hat sich in den Weg gestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und warum hat er gerungen so lange? Wegen dem Erstgeborenenrecht, das er geklaut hat, weil er trifft sich jetzt mit Esau. Und das Zweite ist, er hat ihm die Hüfte gebrochen, um ihm endlich einmal zu zeigen, dass er sich auf Gott verlassen soll. Darum hat er ihm die Hüfte gebrochen, dass er abhängig sein soll, Jakob, von Gott und nicht immer seinen eigenen Ideen und hinterlistigen Strategien, die Jakob hatte, nachzugehen. Und so ist die Geschichte eigentlich zu erklären. Aber wichtig ist, liebe Schwester, bitte sei mir nicht böse. Aber wenn du hier einen Engel verwechselst mit Gott, dann haben wir ein Riesenproblem. Danke dir, lieber Flex, liebe Brüder und Schwestern, danke. Also, ich mach das mal noch viel besser, wenn wir sogar ein Gegenargument nehmen würden, ja. Wenn ein Moslem im Dschihad einen anderen tötet, dann hat Gott diejenigen getötet, ja. Und das lesen wir ebenfalls bei Sura 8, Vers 17. Okay, aber wenn der Feind den Moslem tötet, hat er dann Gott getötet? Verstehst du? Also, sorry, du wendest etwas an, was gegen dich verwendet werden kann und das ist total dämlich eigentlich, was du sagst. Das ist ja nicht böse gemeint, ja. Aber, Patrick, seine Frage war auch noch, wie hat er es verrenkt? Das ist die Frage. Oh Mann. Dieses Gespräch ist einfach nur witzig. Der hat die vollste Erklärung bekommen, aber der will einfach nicht verstehen. Darf ich jetzt bitte darauf eingehen? Weißt du was? Ja, ich sag doch, stell dir mal, kannst du darauf eingehen. Schau mal, das Problem, wo das Leben in ist. Dankeschön, Patrick. Patrick, er wird jetzt wieder fragen, wie hat er seine Hüfte verrenkt? Obwohl wir es ihm schon erklärt haben, aber er frägt nochmal, wie hat er es verrenkt, Patrick? Nein, das frage ich nicht nochmal. Wieso redest du für mich? Patrick, wie hat er seine Hüfte verrenkt? Er hat seine Hüfte berührt mit seiner Hand und dann hat sie so gebrochen. Und jetzt sehen wir auch, dass Jesus Gott ist. Dankeschön, Patrick. So, geh aufs Sturm bitte, okay? Lass mich bitte antworten. So, wir haben jetzt wieder eine neue Version dazu bekommen. Also Tatanka, du siehst, die widersprechen dir, wo es nur geht. Und Patrick, du hast am Ende gesagt, wenn wir hier Engel mit Gott verwechseln, dann haben wir ein ernstes Problem. Dieses Problem habt ihr definitiv, weil ihr sagt, es war ein Engel. Aber die Bibel sagt, denn du hast mit Gott und Menschen gerungen oder gekämpft. Das heißt, ihr verwechselt gerade hier Gott mit einem Engel und nicht umgekehrt. Keiner verwechselt. Lass mich bitte ausreden, Flex. Okay. So, meine Frage ist jetzt. Muss ich mit Gott kämpfen oder mit ihm ringen, damit ich gesegnet werde von ihm? Wie ist das euer Leben? So eine dämliche Frage. Warte, warte. Warum rennst du vor so eine Frage? So eine dämliche Frage. Oh, Netflix. Oh, Moment. So eine dämliche Frage. Wir müssen ja das, genau, eine dämliche Frage, eine dämliche Frage, die aus der Bibel abgeleitet wird. Er bittet Gott um Segen. Das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Also ganz ehrlich, Hosea, ich verwechsel, hör auf, guck mal hier, Hosea, hör zu, ich muss gleich, hier, guck mal in Hosea, ich verwechsel, hör mal zu, in Hosea 12, 5, 7 steht, warte mal, 12, 5 steht, denn der Kämpfte mit dem Engel, hier steht, nein, ich, hör zu, hier steht, ich habe nichts verwechselt. In Hosea 12, Ruhe, in Hosea 12 steht, er kämpfte mit dem Engel und siegte, wir lesen Hosea 12, 5, das ist ja, was ihr hochgebracht habt, hier steht wortwörtlich, er kämpfte mit dem Engel und siegte, ich habe hier gar nichts verwechselt, ich habe es so erklärt, wie es ist, und das Neue Testament erklärt es uns. Danke. Dieser Hasuna, der ist nicht blöd, ich habe ihn, als ich ihn die Verse ausgelegt habe, habe ich den Hosea, Kapitel 12, Vers 4 bis 5, habe ich ihn gegeben, Hebräer, Kapitel 7, Vers 7, habe ich ihn gegeben, er tut nur blöd, er hat das schon verstanden, Tanker, du musst es nicht nochmal wiederholen, was ich gesagt habe, er hat es schon verstanden. Weißt du, was er jetzt machen möchte, guck mal, die Bibel ist ein Buch, das ist nicht so wie der Koran, den du mal in einem halben Tag liest, die Bibel ist ein, das sind 66, für manche sogar noch mehr Bücher, da brauchst du ein Leben lang wirst du das nicht in der Tiefe verstehen können, weil das wirklich nur Gott ist. Und was du jetzt machst, ist, der Bruder hat das schon wunderbar erklärt, Bruder Stasic und Flex, dass es ein geistiger Kampf ist, und weil jetzt jemand kommt, der vielleicht noch ein anderes oder tieferes oder einfach anderes Verständnis davon hat, versuchst du uns jetzt aufeinander zu hetzen, und du kommst mit deinem Koran, den ich in einem halben Tag gelesen habe, ich weiß gar nicht, was du willst, und kommst hier voll hochmütig, okay? Ich habe das jetzt nochmal erklärt, weil wir genau sehen, dass im Neuen Testament wir eben nicht gegen Menschen ringen, sondern wir kämpfen gegen Mächte, und dieser Engel möchte bei Tageslicht weggehen. Weggehen. Das ist für mich definitiv ein Zeichen, dass es hier ein Engel der Finsternis ist. Wir haben zwei Wörter, die da benutzt werden. Einmal Isch, das wird für Goliath verwendet, und das zweite Mal ist Elohim, was für Gott natürlich, aber auch für Engel verwendet werden kann. Und in Hosea habe ich gerade, ich bin gleich fertig, weil ich muss eh raus, in Hosea haben wir gerade gelesen, ich habe da eben nichts verwechselt, lieber Bruder, da steht, er kämpfte gegen den Engel. Ja, und es ist nicht der Engel des Herrn, weil der Engel des Herrn ist Jesus, und er hat keine Angst vor Licht. Warum flüchtet dieser vor dem Licht? Stellt euch die Frage. Ich muss raus, ich danke dir, dass ich sprechen durfte. Lasst euch nicht von dem Polemiker hier um die Nase herum führen. Gottes Segen, habt euch lieb. Oh, man hat mich die ganze Zeit gar nicht gehört. Okay, alles gut, ich gebe mal kurz an Patrick. So, jetzt, Patrick. Ja, also das mit der Morgenröte, das symbolisiert, dass Gott sagt, die Zeit ist jetzt genug. Also Gott hat keine Angst vor dem Licht, das war auch kein Demo. Du bist sehr leise, Patrick. Aha, hört man mich ein bisschen besser? Hast du Kopfhörer oder so, musst du rausziehen? Ja, hört man mich ein bisschen besser, nicht? Nee, die Kopfhörer, wenn du Kopfhörer hast, musst du sie ausmachen oder so. Ist es besser? Ist es besser? Zu leise. Ah, da muss ich nochmal raus und reinkommen. Oder nee, rede, rede einfach, alles gut, rede, es geht. Ja, also das mit der Morgenröte symbolisiert Gott, jetzt ist die Zeit genug, wo wir gerungen haben, ja. Und das hat wirklich nichts mit Dämonen zu tun, also wirklich. Und es war der Engel des Herrn, ja, der dort war, nämlich Jesus Christus war dort. Und Gott ist ja immer den Menschen so erschienen, dass sie seine Gestalt ertragen können, denn niemand hat Gott gesehen, ja. Und wenn man Gott sehen würde, das lesen wir auch bei Samson, ja, dann würde man sterben. Und darum ist Jesus Christus, hat mit ihm gerungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man darf diese Stelle auf keinen Fall mit Satan vergleichen, ja. Es geht hier um den erstgeborenen Segen. Und das ist Israel, Jakob, das sind die drei Patriarchen, Abraham, ja, Isaac und Jakob. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir die Geschichte lesen, merken wir, Jakob war immer ein Betrüger. Er hatte immer irgendwo einen Plan. Er wollte nie Gottes Plan machen. Er wollte immer herumgehen. Und Gott hat ihm mit diesem Ringen und mit der Hüfte ausrenken gezeigt, du musst abhängig sein. Du musst mir vertrauen. Jetzt werde ich dir zeigen, dass du dich mit Esa wieder verbrüdern kannst, Frieden machen kannst. Und du bekommst von mir sogar das Erstgeburtenrecht. Um das geht es in dieser Geschichte. Um die Abhängigkeit Gottes und das sollen wir auch immer sein. Ja. Patrick, kannst du, wir haben noch eine Minute und zwölf Sekunden. Kannst du uns bitte, Roser, Kapitel 12, Vers 4 bis 5 auch nochmal vorlesen. Hebräer, Kapitel 7, Vers 7 haben wir ja schon gelesen. Also, falls Patrick das jetzt noch schafft, in den nächsten 50 Sekunden und dann machen wir schon sein. Roser, wie viel? Roser, Kapitel 12, Vers 4 bis 5 haben wir nochmal die Erklärung für diesen Hasuna. Wobei es ja ums Verrückchen nicht verstimmt wird. Jawohl. Hosea, Kapitel 12, Vers 4. 4 bis 5. 4 bis 5. Genau. Da steht, schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Und jetzt hat er nach einem Segen gefragt, ja oder nein, Patrick? Ja, hat er gefragt. Dankeschön. Das war's. Und das ist das, was ich ganz kurz und knapp erklärt habe. Da müssen wir gar nicht mal viel rummachen. Das war's eigentlich. Darf ich bitte jetzt, Flex? So, ich habe doch nie den Segen zum Gegenstand der Diskussion gemacht, dass du hier so tust, als ob du mir die ganze Zeit gesagt hättest, dass er Segen bekommt. Das habe ich doch nie zum Gegenstand von meiner Diskussion gemacht. Da sind wir uns doch alle einig gewesen. Was aber sehr komisch ist, einmal ist es Jesus, auf einmal ist es jetzt Jesus. Vorher war es ein Engel, vorher war es die geistige Welt. Also ihr seid euch überhaupt nicht einig. Lasst mich bitte ausreden. Lasst mich bitte ausreden. Unten in den Kommentaren beschweren sich auch einige Christen, dass ihr am Anfang gesagt habt, dass es Engel waren und nicht Gott, weil die Kirchenväter sagten, dass es Gott war. Ihr seid euch von vorne bis hinten uneinig, was das betrifft. Wir haben gesagt, dass es Gott war. Und dann sagt ihr, ein Moment, und dann sagt ihr, das Wort Elohim, oder Tatanka hat das gesagt, oder wie die heißt, die Schwester Tatanka, die sagt, das Wort Elohim kann entweder Gott heißen oder Engel. Engel des Herrn ist Gott. Der Engel des Herrn ist Gott. Okay, also kann Elohim nur immer auf Gott bezogen werden. Nur auf Gott. Das ist ein Problem, weil dann haben wir im Alten Testament auch einen Gott neben Jesus, nämlich Moses, weil er im Alten Testament als Gott bezeichnet wird. Nein, nein, flüchtet nicht vom Thema. Ich bin immer noch beim Thema. Bleib beim Thema. Ihr zieht gerade Hosea jetzt als Beweis für eure Widersprüche, die ihr hier nennt, zieht ihr gerade Hosea zur Rate. Hosea, mein Lieber, kam aber ungefähr 700 Jahre nach dem Buch Mose. Okay, 700 Jahre ungefähr danach. 700 Jahre dachten also die Menschen, dass da mit Gott gemeint ist. Welche Erklärung hatten sie da, bevor Hosea kam? Außerdem sagt doch Hosea gar nicht, dass er nicht mit Gott gerungen hat. Okay, so, das heißt, hört auf hier rum zu lügen und euch die ganze Zeit zu widersprechen. Findet mal eine Übereinkunft erstmal. Guck mal, dieses ganze Thema ging von Anfang an nicht darum, euch in irgendeiner Weise fertig zu machen oder sonst irgendwas. Ich fand es nur lächerlich, dass du dich über... Und deswegen erwähne ich immer wieder, dass ihr Muslime Heuchler seid, so wie du jetzt gerade heucheln tust. Deswegen habe ich gerade wieder deine Rede recht genommen. Du bist nur gekommen, um deine Leute beispielsweise deine Schrift zu bestätigen. Du bist nicht gekommen, um zu verstehen. Du bist gekommen, um zu verwirren. Ja, dass deine Leute von dir sich bestätigt fühlen. Du willst die Schrift gar nicht hören. Du willst gar nicht die Erklärung verstehen. Wir haben es dir so oft erklärt. Du bist nur gekommen, um deine Leute eigentlich zu bestätigen. Ja, es ist leider so. Eigentlich sollte ich dich schon längst rausschmeißen, weil du hast keine Ahnung. Ich habe dich diesbezüglich den Versen gefragt, warum, weshalb, wieso. Denn habe ich dir die Verse auch ausgelegt, ja. Und nicht mal das wolltest du verstehen. Ja, und fragst immer noch mehrmals, warum die Hüfte gebrochen, warum die Hüfte gebrochen. Du bist nur gekommen, um deine Leute zu bestätigen. Hey, alles gut, ich komme, ich rette es, ja. Und indem du was? Indem du einfach nur die Sachen verdrehst. Die Leute, die hier drin waren, haben meine Argumente oder das, was ich dir gesagt habe, bestätigt. Du drehst dich nur im Kreis und versuchst, meine Worte zu drehen und sagst, Hey, aber der hat was anderes gesagt, der hat was anderes gesagt. Aber am Ende des Tages hat jeder mich eigentlich bestätigt, was ich gesagt habe. Du bist nur gekommen, um zu verwirren. Du bist nicht gekommen, um die Wahrheit zu hören. Du bist wirklich, meiner Meinung nach, du bist ein Täuscher. So wie dein Allah. Surah 3, Vers 54. Allah schmiedet auch Renke. Er ist auch ein Täuscher, genauso wie du. Das hast du genau von Allah übernommen. Du bist nicht gekommen, um zu verstehen. Du bist einfach nur einer, der täuschen tut. Das war's. Flex, oder? Wenn du innerlich so weinst, weil es so wehtut, weil ich deinen Islam so auseinandernehme. Ja? Hey Mann, dann geh heulen. Ist einfach so. Sorry. Das ist einfach die Wahrheit. Das Evangelium, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und daran wird sich nichts ändern. Wir sehen die Plagen. Das, was im Alten Testament passiert ist, ja? Wir sehen, dass all diese Dinge sich wiederholen. Das wiederholt sich. Und du hast nichts Besseres zu tun, als hier reinzukommen und für Verwirrung zu sorgen. Du hast keine Ahnung, Mann. Ja, du hast keine Ahnung. Du hast echt keine Ahnung. Flex, Bruder. All die Plagen, ganz kurz, Bruder, frag dich. All die Plagen, die der Pharao erlebt hat, das erlebt ihr in der Kabah, die Heuschreckenplage. Die Heuschreckenplage einmal in der Kabah. Einmal in Dubai, diese ganze Wasserflut. Ihr sollt umkehren, ihr Götzendiener. Ihr seid Götzendiener. Und auch durch diese ganzen Sachen werdet ihr trotzdem nicht wach. Und kommt hier rein und wollt immer noch die Schrift verwirren. Ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht mal, was ihr tut. Oh, Herr, verzeih Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Ihr wisst wirklich nicht, was ihr tut. Wahnsinn. Wahnsinn. Flex, Bruder, ein Moment, ganz kurz. Total unhöflich. Ganz kurz, ganz kurz, ein Moment. Ich war jetzt ganz zur Zeit still. Ein Moment. Der Hasuna ist respektvoll, kann man nichts sagen. Er ist ruhig, respektvoll. Er hat uns auch nicht beleidigt. So, das ist das eine. Das andere ist, er hat hier auch einen schweren Vers jetzt mitgebracht, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Das ist das zweite. Das dritte ist, ich muss dich korrigieren. Und Hasuna, ich muss dir eins wirklich ehrlich sagen. Du hörst aber auch nicht richtig zu. Danke. Du hast mir auch was unterstellt. Ganz kurz, ein Moment, nur noch das, lass mich nur noch das ausführen. Du hast mir was unterstellt. Und nicht nur mir, sondern uns. Erstens, was diese Unterstellung angeht. Flex und die anderen haben am Anfang alle gesagt, waren sich einig, es geht um Gott. Tankatu, die Schwester, hat jetzt was anderes reingebracht. Die war die einzige, ich weiß davon nichts. Patrick hat auch gesagt, dass es nicht irgendwie so stimmt. Wie gesagt, ich habe davor auch nicht das gehört, was Tankatu gesagt hat. Das andere ist, du hast mir unterstellt, dass ich irgendwas gebabbelt habe. Keine Ahnung, was du da jetzt nochmal gemeint hast. Ich habe dir gesagt, die Hüfte, die Hüfte, in diesem Fall im Ringen, die Hüfte symbolisiert die Kraft. Die Kraft, die Stärke und die Standhaftigkeit von Jakob. Und die wird ihm gebrochen. Die Kraft, die Stärke und die Standhaftigkeit. Warum wird die gebrochen? Damit er sich an Gott klammert. Seine eigene Kraft, menschliche Kraft, wird ihm genommen, damit er sich an Gott klammert. Bruder, Bruder, frag dich. Was? Kurz erklärt, kurz erklärt, er bittet um Segen. Fertig. Wollt ihr einen Monolog führen oder darf ich auch was dazu sagen? Jetzt, Bruder, frag dich, du kannst weiterreden, es passt. Alles gut. Guck mal, also ich finde das sehr schade, Flex, dass du die ganze Zeit so hetzt, verstehst du? Wenn du möchtest, dass die Menschen ins Reich Gottes gelangen, dann musst du das anders machen. Nur mal so als Tipp, okay? Als Tipp. Wenn du möchtest, dass die Leute dir zuhören, lass mich ausreden. Und wenn du Verse bringst, dann bringst du wenigstens die Wahrheit. Dann kannst du wenigstens die Wahrheit zum Beispiel. Guck mal, Patrick ist höflich, er redet angenehm, verstehst du? Ich kann in dem Moment, wenn du versuchst, zu verdrehen, kann ich einen Heuchler leider nicht mehr. Dann kann ich einfach nicht mehr. Ich muss da schon drauf aufklären. Keiner zwingt dich, vor der Kamera zu sitzen und hier das Reich von Jesu Christus zu verkünden. Wenn du das nicht kannst und keine Geduld dazu hast, dann lass es sein, dann lass es die Leute wie Patrick das machen. Genau. Und noch mal, siehst du, du bist ein Heuchler. Du bist ein Heuchler. Ja, du bist nur gekommen, du ärgerst eigentlich nur. Du bist nicht reingekommen, weil du das verstehen möchtest. Du fängst schon wieder an, du wiederholst dich schon wieder. Du kommst nicht drauf klar, weil ich nehme deine Religion komplett auseinander. Ganz einfach. Du kommst nicht drauf klar, weil ich jeden Tag darüber rede. Und deswegen sagst du, hey Flex, wenn du das nicht kannst, dann lass es doch bleiben. Hör auf zu heucheln. Du bist echt ein Heuchler. Sorry. Also du bist respektvoll, du bist ruhig. Ja, das stimmt, aber das tust du nur, das tust du nur, damit die Leute nur das Gute in dir sehen. In Wirklichkeit bist du ein Wolf in einem Schafspelz. Das bist du wirklich. Das muss man sagen. Du versuchst sehr ruhig zu reden, nur dass die Leute dich bestätigen. In Wirklichkeit bist du ein Wolf in einem Schafspelz. Ich sehe dich immer noch als Heuchler. Meine Meinung wird sich auch nicht ändern. Du bist in meinen Augen ein Heuchler. Ich sag dir das ehrlich. Meine Meinung ändert sich auch nicht. Du bist wirklich ein Heuchler. Sorry. Gut, weil ich will hochkommen, Bruder. Guck mal. Ich bin ehrlich. Für mich bist du ein Heuchler. Erster Linie bin ich bei dir Gast, verstehst du, und werde so von dir empfangen hier drin. Das ist nicht schön. Wärst du bei mir, würde ich dich anders machen. Okay, dann werden wir sehen, dann würden wir sehen, wer ein Heuchler ist. Ich werde die ganze... Okay, Flex, guck mal, hör mir mal zu, Bruder. Guck mal, hör mir mal zu. Wenn du diese Arbeit nicht machen kannst, weil du Aggressionsprobleme hast, Flex, dann lass diese Arbeit. Okay, Patrick hat selber zugegeben, und das ist sehr aufrichtig von Patrick, dass es sich hierbei um einen sehr schwierigen Vers handelt. Das ist sehr aufrichtig und ehrlich von ihm. Deswegen gibt es auch diese Widersprüche. Okay, aber du kannst sowas nicht, Flex. Er kann sowas. Warum? Weil er das alles für Gott macht. Du machst das einfach nur, weil du Hass gegen andere hast. Schau mal, Flex, ich will dir was sagen. Wenn du anderen beibringst, dass eine andere Religion falsch ist, hast du immer noch nicht bewiesen, dass deine richtig ist. Zeig doch den Menschen die Schönheit deiner Religion, indem du dich auch so verhältst. Und das ist keine Heuchelei, sich so zu verhalten. Du wirfst mir vor, gerade ein Heuchler zu sein. Du wirfst mir vor, ein Täuscher zu sein oder sonst irgendwas, weil ich mich gut verhalte. Ist das dein Ernst? Soll ich dir beweisen, dass ich kein Heuchler bin, indem ich anfange, dich zu beleidigen und gegen dich zu hetzen und gegen dich herzuziehen oder was? Was soll das denn? So, bleiben wir nochmal bei dem Text. Patrick hat vorhin was sehr Interessantes gesagt. Allerdings weiß ich nicht mehr, war das Patrick oder warst du das? Ich glaube, das war Patrick und du hast ihn bestätigt. Er hat gesagt, er hat ihn die Hüfte verrenkt, damit er sich nur noch an Gott wendet mit der Segensbitte. Gut. Man braucht nicht unbedingt eine Hüfte, um Gott nach Segen zu bitten. Also eine Hüfte ist nicht Gegenstand der Möglichkeit, ob man Gott nach Segen bittet oder nicht. Es ist ein eindeutiger Kampf gewesen zwischen Jakob und Gott in der Bibel, im Alten Testament. Und meine Frage ist jetzt ganz einfach. Wenn ich jetzt gegen Gott kämpfe, werde ich auch gesegnet? Okay. Also ich wiederhole mich nochmal. Ich versuche jetzt ganz ruhig zu reden. Er bittet Gott um einen Segen. Genau. Ich werde jetzt ganz ruhig reden, damit alle denken, ich bin so mega lieb, so wie du. Es ist wirklich alles okay. Er bittet Gott um einen Segen. Ganz einfach. Also ich versuche sehr lieb zu reden, so wie du, damit die Leute genauso sehen, was für ein Mensch du bist. Mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut. Ich rede ganz in Ruhe. Ich spiele mit. Okay. Und ich habe wirklich eine Frage an dich. Bist du auch so? Oder bist du nicht so? Aber weißt du was? Wir machen das Spiel zu uns. Antworten vielleicht. Es geht. Es geht darum. Und aufhören mit deiner Polemik. Und ein Segen bitte. Lass mich reden. Sei doch nicht so hasserfüllt. Komm doch runter. Was ist los mit dir? Ich bin nicht hasserfüllt. Ja, wieso? Stört sich das, wenn ich deine eigene Medizin anbende? Nein, das meine ich nicht. Du kannst gerne weiter so reden. Aber geh bitte auf meine Frage ein. Also dann bleib doch mal ganz entschuldigt. Sei nicht so emotional. Geh doch bitte auf meine Frage ein. Lass mich reden. Ich bin nicht emotional. Ich bin nicht emotional. Es ist alles gut. Bleib locker. Bleib locker. Gut, ich warte. Geh bitte auf meine Frage ein. Alles gut. Das haben wir dir erklärt. Wir haben dir Hebräer Kapitel 7, Vers 7 gegeben. Wir haben dir Hosea Kapitel 12, Vers 4 bis 5 gegeben. Es ist alles okay. Du hast es schon verstanden. Nur du willst es nicht verstehen. Es ist alles gut. Ja. Und wenn du sagst, hey, du hast es nicht verstanden, dann lies doch die Verse nochmal für uns vor. Ist doch gar kein Problem. Sei nicht so emotional. Geh auf Hebräer Kapitel 7, Vers 7. Lies uns das nochmal vor. Ganz einfach. Deine eigene Medizin, das schmeckt dir gerade nicht. Das ist das Problem. Lies uns das nochmal vor. Lies mal Hebräer Kapitel 7, Vers 7. Patrick hat es erklärt. Ich habe das erklärt. Es ging darum, dass er Gott um einen Segen bittet und diesen Segen bekommen hat. Ganz einfach. Und Gott wollte ihn damit zeigen, so hey, ich bin der Herr. Ganz einfach. Das ist so einfach erklärt in den Versen. Und es ist so einfach ausgelegt. Das habe ich nie geleugnet. Das habe ich nie geleugnet. Das ging um andere Fragen. Herr, auch Stromann-Argumente zu liefern. Sei nicht so emotional. Das sind Stromann-Argumente. Das sind Stromann-Argumente, Flex. Sei nicht so emotional. Du bist unehrlich, Flex. Du bist unehrlich. Doch, ich bin ehrlich. Aber das passt doch. Nein, das ist Stromann-Argumente. So, ich habe einen Punkt genannt. Warum kamen Sie in Hosea 700 Jahre nach dem Hosea? Was haben die Menschen dazwischen geglaubt? Lass mich doch mal reden. Sei nicht so emotional. Was haben die Menschen dazwischen geglaubt, Flex? Darf ich, darf ich, darf ich kurz reden? Und wenn es 700 Jahre sind, kannst du das anhand der Bibel beweisen, dass es 700 Jahre sind? Kannst du uns das mal bitte zeigen? Was? Wie bitte? Kannst du uns anhand der Bibel beweisen, dass zwischen diese Aussagen 700 Jahre liegen? Kannst du uns das bitte mal bestätigen? Anhand der Bibel? Die Bibel macht keine Chronologie. Ich habe gesagt, bitte sei nicht so emotional. Jetzt kannst du deine eigene Medizin testen. Ich wiederhole mich noch mal. Du hast gesagt, da liegen wirklich 700 Jahre dazwischen. So, jetzt rede ich nicht, dass die Leute denken, dass ich Hilfe brauche. Ich brauche keine Hilfe. Das Ding ist, du willst es noch nicht verstehen. Ich wiederhole mich noch mal. Du hast gesagt, zwischen dieser Auslegung sind 700 Jahre, ja, Unterschied. So, und ich frage dich, Hassuna, kannst du uns bitte anhand der Bibel beweisen, dass darunter 700 Jahre sind? Naja, wir können ja gerne zu einer separaten Quelle gehen, die sich weder mit sich anhand der Bibel beweisen kann. Ich habe gesagt, Hassuna, sei nicht mehr mit uns anhand der Bibel. Lass mich bitte ausreden. Gib mir mal anhand der Bibel, die weder islamisch ist noch christlich ist. Wusstest du nicht, dass das 700 Jahre ist? Wenn du sagst, dass das 700 Jahre ist entfernt, gib uns doch mal eine Quelle in der Bibel, das dazwischen ist. Wann hat Hosea gelebt? Meine Frage war, du hast Angst, du hast Angst, du hast Angst gerade. Gib uns eine Quelle in der Bibel, gib uns eine Quelle in der Bibel, wo wirklich darunter 700 Jahre... Möge Gott dich recht leiten. Hey, hab keine Angst, bleib hier, geh nicht weg, bleib hier. Ich geh doch gar nicht weg, ich bleib hier. Gib uns bitte, gib uns bitte, gib uns bitte anhand der Bibel eine Quelle, wo wirklich 700 Jahre entfernt sind. Weil das hast du in den Raum gestellt. Bitte gib uns mal eine Antwort anhand der Bibel. Machen wir, machen wir. Okay, jetzt bin ich gespannt. Anhand der Bibel, gib uns das mal. Die Bibel gibt keine chronologischen Angaben. Doch, die Bibel gibt natürlich Angaben dazu. Chronologische Angaben, wann diejenigen gelebt haben und so, das gibt die Bibel. Gib uns mal, guck mal, flüchte nicht. Flüchte nicht, bleib hier. Nein, weil, weißt du warum, ich will dir nur aufwenden, was du gerade versucht. Flüchte nicht, flüchte nicht. Gib uns mal bitte einen Beweis, dass du gerade... Man untersucht dir gerade allen weiß zu machen, dass die Bibel chronologische Angaben gibt, was falsch ist. Nein, bleib hier. In deiner Fragestellung ist ein Fehler. 700 Jahre. Ein Fehler. Flüchte nicht. Ich weiß, dass du Angst hast jetzt. Ich hab dich auch. Gib uns mal anhand der Bibel einen Beweis, dass da 700 Jahre Unterschied ist. Gib uns doch mal bitte einen Beweis. Bitteschön. Gib uns mal anhand der Bibel bitte einen Beweis, dass da 700 Jahre Unterschied sind. Flüchte nicht vor meiner Frage. Komm, bitteschön. Ja, natürlich musst du runter. Gib uns eine Antwort. Alles gut. Ich weiß, dass du einen Anruf bekommen hast. Alles gut. Gib uns bitte eine Antwort, warum 700 Jahre. Weil das hast du in den Raum gestellt. Jetzt bist du rausgegangen. Ich hoffe, dass du nochmal eine Anfrage stellst. Komm nochmal hoch. Bitte. Komm nochmal hoch und sag uns, warum 700 Jahre. Wo bist du? Okay, da ist er. Jetzt. Bitte gib uns eine Antwort, warum 700 Jahre. Kannst du uns das anhand der Bibel bitte bestätigen? Ich sage nochmal für dich auf Deutsch. Hör genau zu. Die Bibel gibt keine chronologischen Angaben. Die Bibel gibt Angaben. Gib mir bitte dann aus der Bibel, dass Hosea genau zur gleichen Zeit gelebt hat wie die Bibel. Keine Panik in der Titanic. Aber du sagst, die Bibel macht chronologische Angaben. Gib uns anhand. Was hast du gesagt? Wiederhole das nochmal. Was? Was? Es gibt was nicht in der Bibel. Was? Du hast gerade gesagt. Guck mal. Gib uns. Sei vernünftig und respektvoll. Okay? Du hast gerade gesagt, dass die Bibel chronologische Angaben macht. Okay? Ich sage zu dir, Flex, wir können zu einer wissenschaftlichen, separaten Quelle gehen. Also weder islamisch noch christlich. Und da können wir nachschauen, wann Hosea kam und wann das erste Buch Mose kam. Okay? Können wir gerne machen. Geh auf meine Frage ein. Eine neutrale Quelle. Du sagst aber, die Bibel... Geh auf meine Frage ein. Ich gehe ja gerade darauf ein. Guck mal. Nein, nein, du lenkst ab. Du lenkst ab. Geh auf meine Frage ein. Nein, ich lenk nicht ab. Du sagst gerade, die Bibel macht chronologische Angaben. Du hast gesagt, zwischen Hosea und das sind 700 Jahre Unterschied. Flex, guck mal. Hör mir mal bitte zu. Okay, wenn du Jesus liebst, hör mir kurz zu, okay? Ja, alles klar. Wenn du Mohammed liebst, dann wirst du auch noch zu. Du hast gerade gesagt, davon hängt es nicht ab. Guck mal. Du hast gerade gesagt, dass die Bibel chronologische Angaben macht. Zeig mir jetzt aus der Bibel, dass Hosea und Hosea... Ich habe dir nicht gesagt, hey, sehr gut. Doch, hast du. Flüchte nicht. Gib mir bitte eine Antwort. Guck mal, siehst du, das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Nein, flüchte nicht. Du hast Angst. Du möchtest auf meine Fragen nicht eingehen, weil du diese Antwort nicht hast. Geh doch mal darauf ein. Du bist die Geisel deines eigenen Wortes gerade. Richtig. Du hast gesagt, zwischen diesen Versen liegen was? 700 Jahre. Flüchte nicht. Gib uns doch eine Antwort anhand der Bibel. Wollen wir uns verständigen? Wollen wir uns verständigen oder wollen wir miteinander... Gerne. Gib uns anhand der Bibel eine Quelle, dass diese so weit entfernt sind. Komm, gib uns doch mal eine Anfrage. Komm, sag uns, gib uns doch mal eine Quelle. Lass mich bitte meinen Gedanken formulieren. Nein, du lenkst davon ab. Ich lenk es nicht ab. Hör auf mit dieser Polemik, Flex. Nein, flüchten. Flüchten. Guck mal. Gebe mir anhand der Bibel eine Antwort. Die Bibel gibt keine chronologischen Antworten. Also, das ist schon dein Lockout. Du sagst zu mir gerade, beweis mir Quantenphysik aus einem biologischen Buch. Die Bibel macht das nicht. Aber du sagst, sie macht das. Du bist der Meinung, dass die Bibel das macht. Deswegen bist du jetzt in der Bringschuld. Beweise allen hier, dass ich Unrecht hatte mit meinen... Genau, indem ich dir sage, beantworten meine Fragen. Du hast gesagt, 700 Jahre. Du hast das in den Raum gestellt. Bitte dich bei Gott. Dann gib uns mal eine Antwort auf. Renn nicht weg. Renn nicht weg. Du drehst dich Fragen. Bei Allah, du bist ein sehr unehrlicher Mensch. Du drehst dich Fragen. Ja, weil ich dich habe. Gehe in Reue um zu Gott. Du hast das in den Raum gestellt. Du drehst dich selber an. Bruder, guck mal, es bringt gar nichts. Dieser Typ widerspricht gerade seine eigene Aussage. Welche Aussage? Dann lass mich aus, der Nasuna. Welche? Ah, Elia Nata. Jetzt beantworte ich dir. Ah, okay. Ja, der Elia Nata. Tafsir al-Jazra. So, und jetzt beantworte ich. Jetzt hört mal bitte alle hin. Ich frage dich jetzt ganz höflich. Das Urin und das Code von Mohammed und von den zwölf Imame, unterscheidet das von dir? Ja oder nein? Nein. Das ist nicht unser Thema, Elia. Doch, das ist unser Thema. Nein. Beantworte meine Frage. Das ist nicht unser Thema, Elia. Warum bist du so aggressiv? Hör mir zu. Warum bist du so aggressiv? Weil du feinlich bist, weil du unehrlich bist. Warum werde ich hier beleidigt? Ich stelle euch ganz einfach zu sagen. Und jetzt schweifst du von meiner Frage an. Jetzt beantworte bitte meine Frage. Warum lenkst du vom Thema ab? Warum willst du über Urin reden? Warum möchtest du über Urin reden? Wir reden gerade über die Bibel. Mach mich mal bitte, mein Groß. Sei bitte still. Guck mal, dieser feinliche greift unsere Bibel an. Ich habe euch nicht angriffen. Ich habe mich gegen deine Angriffe verteidigt. Guck mal deine Schia-Quelle. Guck mal deine Schia-Quelle. Mach mich mal bitte groß. Jeder soll schauen, dass seine schiitische Quelle die feinlichste Quelle ist, die es überhaupt gibt. Mach mich mal bitte groß. Bruder, ich kann komischerweise irgendjemanden groß machen. Bildschirm während der Show vergrößern geht nicht. Der Ria, bleib beim Thema. Der Ria, bleib beim Thema. Der Ria, bleib beim Thema. Er soll beantworten. Er darf von seinen zwölf Imamen seinen Kot und seinen Urin trinken. Mach mich mal bitte groß. Bleib beim Thema. Das Thema ist chronologische Angaben in der Bibel. So, erstmal, du hast 700 Jahre erwähnt, dann sagst du auf einmal, die Bibel ist nicht chronologisch. Du widerspiegst mich in einem anderen Satz. Mach mich mal bitte groß. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich das von der Bibel habe. Mach mich mal, mach mich mal groß. Hast du Angst? Ich habe nicht gesagt, dass ich das von der Bibel habe. Hast du Angst, was da drin steht? Du lügst doch gerade vom Thema ab. Ich flüchte nicht. Ich flüchte nicht. Du hast gerade ein Thema, das wechselt. Aber ich habe ein anderes Thema. Du erwähnst gerade dieses Thema, um wegzurennen. Hört ihr mich, Leute? Hört ihr mich, Leute? Ja, man hört mich. Guck mal, wie er sich schäme. Guck mal, wie er sich schäme. Wenn das Christentum ist, dann höge Gott euch diese Religion. Seine zwölf Imame, seine zwölf Götter hier, seine zwölf Imame. Was hat das damit zu tun? Hört zu, hört zu. Guck mal, wo steht das? Wo steht das? Ah, das sind deine zwölf Imame, wo du deren Kot und deren Pipi trittst. Wo steht das? Uninteressant. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Al-Akbar, Buch 1, Kapitel Nummer 35. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Guck mal, ich bitte dich, trink von deinen Imamen, deren Kot und deren Pipi doch zu trinken. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Sei leise und hör zu. Für die Imame sind Zeichen, dass der Wissende unter den Menschen ist, dabei ist. Elia, was hat das mit unserem Thema zu tun? Hört zu. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Guck mal, die zwölf Imame haben, guck mal, deren Hintern, so wie vor uns. Warum flüchtest du? Elia, warum flüchtest du? Die Imame haben keine Schatten, ja? Warum flüchtest du? Als er aus dem Bauch seiner Mutter auf die Erde fällt, fällt er auf seine Handfläche. Hallo, Herde am Elia. Er gibt seine Stimme mit der Zeichen. Und jetzt guck, 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 guck. Hört zu, hört zu und sei leise. Von ihm sind weder Uri noch Fäker leer zu sehen. Denn Allah, der Habene, seine Kaka steht hier, Duft, sein Duft ist besser als die Duft von Moschus. Seine Kaka und Pipi, ja, ist nicht von dieser Mensch zu vergleichen. Und das darfst du trinken. Er hat mit der Autorität der Menschen sie über sich selbst und die Mühe zu unter den Menschen als ihre Väter und Mütter. Maschallah, deine zwölf Imame, deren Kaka stinkt besser als Parfüm. Jetzt frage ich dich, jetzt kannst du das in deinen Mund nehmen. Und da steht da drin, es ist sogar Halal von den zwölf Imame, deren Kaka und Pipi zu trinken. Es dient als Heilmittel. Alhamdulillah, Mashallah. Ja, und das ist dein schiitischer Gott. Und ich frage dich jetzt, Punkt 2. Und jetzt gehst du auf die nächsten Schritte, was ich dir jetzt sage. Du darfst sogar gelbe Schuhe tragen. Deine gelbe Schuhe hast du an, hast du nah oder nicht? Oder hast du nicht an? Hast du an oder nicht? Guck mal, ich zeige dir jetzt, dass gelbe Schuhe ist sogar, das stärkt den Penis, ja, und heilt sogar und heilt dich von Depressionen. Gelbe Schuhe, wenn du schwarze Schuhe trägst, schwächt der Glied, ja, schwächt der Glied, schwächt der Glied, aber wenn du gelbe Schuhe trinkst, ist das erlaubt. Jetzt meine Frage an dir. Darfst du Pipi und Kaka trinken? Würdest du das tun? Duftet von deinen zwölf Imamen die Kaka wie Parfüm, ja oder nein? Dir wird sogar ganz klar erklärt, hier, eine andere Quelle, erwähnt sogar, dass du sogar deine eigene Pipi trinken darfst. Alhamdulillah, du darfst deine eigene Pipi trinken? Er sagte was, er sagte, dass er Krankheit hatte und befahl ihm zu, es zu Urin trinken, aber er sagte, er soll es nicht trinken. Ich sagte, es müsste es aber. Wenn er gezwungen wird, es zu trinken und keine Heilmittel für seine Krankheit findet, dann soll er seine eigene, was? Pipi trinken, aber nicht der Urin anderer. Al-Satsuna, wenn du krank bist, darfst du deine eigene Pisse trinken. Von deinen zwölf Imamen darfst du deren Kaka und deren Urin auch trinken. Alhamdulillah, Maschallah. Ja? Erzähl mir nicht mit deiner Pipi. Nein, das kann ich nicht mehr. Du trinkst jetzt deine eigene Urin jetzt, von deinen schiitischen Quellen. Lehnst du das ab, bist du ein Heuchler. Also steh zu deiner Quelle jetzt. Also, ich will noch kurz was sagen und dann kann ich den Hasuna reden lassen. Eigentlich, Leute, ich bin ganz ehrlich, ganz kurz Nathan, ich mach Dinger rein. Ich will nur kurz meine, mein Ergebnis oder beispielsweise, ich will nur kurz nochmal was hinzufügen. Also, Leute, das wird heute das allerletzte Mal sein, dass ich solche Menschen wie diesen Hasuna reinnehme. Wenn ich merke, dass jemand reinkommt und so heuchelt wie er, werde ich ihn eigentlich gleich unternehmen, bin ich ganz ehrlich. Eigentlich, das versteht mich bitte nicht falsch. Er hat von Anfang an den Vers ausgelegt bekommen. Ja, ich will nur wirklich alles nochmal zusammenfassen. Eigentlich ist dieses Gespräch, das stört unser Programm hier eigentlich. Der Kerl ist eigentlich nur gekommen, um zu verwirren. Wir haben ihn, diese Verse im erster Buch Mose, haben wir ihn gut erklärt. Ich, der Vers ist schwer, tatsächlich, ja, aber wir haben ihn das trotzdem ausgelegt, indem wir ihm was, die Verse gegeben haben, wo wir das nochmal finden. Ja, ich finde, Hasuna, du bist your waste of time. Du bist wirklich waste of time. Du bist eine Zeitverschwendung und du bist ein Täuscher. Ja, und ich hoffe, bei aller Liebe, ja, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass du zur Wahrheit kommst, ja, und nicht für deinen Glauben weiterhin beispielsweise Wörter verdrehst, ja, oder lügst, ja, wirklich. Ich meine es nicht böse, ich sage es auch in aller Liebe, wenn ich sage, du bist ein Heuchler, geht es nicht darum, um dich zu beleidigen, sondern du bist ein Heuchler in Person. Du bist ein Heuchler, ja. Deswegen kehre um, ja, und ich hoffe, dass du durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet wirst, ja, das ist das, was ich dir nur mitgeben kann, ja. Und ich hoffe, dass deine Art, die du trägst, ja, dieses Heuchlerische, dass du das ablegst und einfach ehrlich zu dir selber bist, ja. Es ist tatsächlich für mich total, es ist sinnlos mit dir zu reden, das habe ich schon gemerkt, ja. Eigentlich sollte ich gar nicht mitmachen, eigentlich sollte ich dich direkt rausschmeißen, ja. Aber ich kann dir nur eine Sache sagen, diese Aufklärung hier ist eine ehrliche Aufklärung. Wir versuchen hier nicht irgendwas zu drehen, zu wenden, sondern wir sprechen und zitieren nur aus den Schriften. Ja, deswegen, ganz ehrlich, ich hoffe, du kommst so weit und ich hoffe, dass der Herr Jesus Christus dir vergibt für das, was du tust, weil du wirst dafür bestraft werden. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, wirklich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du nicht den zweiten Tod schmecken tust. Weil wenn du den Herrn Jesus Christus nicht mit deiner Zunge bekennst und mit deinen Herzen, wirst du für immer und ewig verloren sein. Und das wirst du. Also wir wollen nicht deine schiitischen Quellen auspacken. Ich bleibe sogar immer noch bei der Bibel, habe ich kein Problem damit, ja. Aber du hast einfach gezeigt, dass du wirklich ein Heuchler bist. Du bist am Anfang reingekommen wie ein Wolfs in einem Schafspens. Und hast versucht, schön und zu wenden, zu drehen und alles. Traurig eigentlich. Vielleicht traurig. Eigentlich sollten du Menschen wie dich gar nicht abgeben, ja, weil du bist einer, der nur verdreht. Es wird Zeit, dass wir den Gast verabschieden, bin ich der Meinung. Willst du das sagen, willst du das Schlusswort sagen? Willst du das Schlusswort sagen, danke, dass du da warst? Ja, eigentlich, das ist sinnlos mit dem. Das ist keiner mit dem. Also Leute, ich mache das kurz und knapp. Seine Mission ist es einfach nur, er ist reingekommen, weil ich über seinen Islam rede. Deswegen ist er reingekommen. Er ist nicht reingekommen, um mit mir eine respektvolle Diskussion zu führen. Er ist gekommen. Am Anfang ist euch mal aufgefallen, jeder, der das aufgenommen hat. Ich hoffe, dass ihr das aufgenommen habt, ja. Er ist reingekommen und hat gesagt, er hat kein Wissen über seine Religion. Und komischerweise hat er aber Wissen über diesen Vers in der Bibel. Ist das nicht heuchlerisch? Bitte mal alle in den Kommentaren, ist das nicht ein Heuchler? Bitte mal. Ich meine es ernst. Ohne ihn zu beleidigen. Ist das nicht ein Heuchler? Mal alle in den Kommentaren, es würde mich mal interessieren. Ist das nicht ein Heuchler? Ich habe ihn extra von Anfang an gefragt, hey, hast du Ahnung über deine Religion? Da hat er gesagt, nein, er ist nicht Wissen. Dann habe ich ihn zum zweiten Mal gefragt, ja, etwas. Aber komischerweise hat er Ahnung über diesen Vers und dreht sich in diesem Vers und wendet sich. Also du bist ein Heuchler. Also meine lieben Brüder, ihr könnt mit ihm reden, aber ich finde, es hat keinen Wert. Eigentlich ist es eine pure Zeitverschwendung. Es ist pure Zeitverschwendung. Wir geben ihm mal Rederecht, aber wie gesagt, meine Meinung ändert sich nicht bezüglich ihm. Weil ich sehe ihn immer noch als Heuchler. Sorry. Und ja, wir lassen ihn mal reden und dann. Einmal glücklich darüber, einer Religion angehören zu können, wo Allah im Koran sagt, rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung. Und nicht so, wie ihr das tut. Das erstens, okay? So viel, was sich gerade verhalten hat und wie Flex sich schon die meiste Zeit verhält. Ich werde meiner Religion treu bleiben und weiterhin mit Weisheit und schöner Ermahnung argumentieren. Seid ihr eure Religion treu? Erstmal, mein lieber Hassuna, du weißt doch, damals im Klopas habe ich dich schon zerlegt. Du schlafst in der Tablette. Ja, alleine, dass du sagst, zu dem Bruder Flexa, dass du sagst, du hättest keine Ahnung über deine eigene Religion, zeigt einfach nur, dass du ein Takiyah-Boy bist. Das sagst du. Es ist schon bekannt, dass ihr Schieten sehr, sehr, sehr viel lügt. Aber der zweite Punkt ist, mein Lieber, ich fordere dich heraus um 21.30 Uhr. Was ist dein Problem, wenn ich deine eigene Quelle einblende? Und das ist Al-Kafi, das ist Sahih, dass du deinen eigenen Urin trinken darfst. Punkt eins. Punkt zwei habe ich nur deine Quellen gezeigt. Die zwölf Imame, deren Urin und deren Kot ist nicht von dieser Welt. Es duftet sogar besser als ein Parfüm. Ja, und wir haben auch ein Schier-Gelehrter, ein großer Gelehrter, der gesagt hat, ich würde sogar, ich zitiere, ich würde sogar deren Blut und deren Kacke essen. Ja, Punkt zwei. Punkt drei. Er sagt zu Flexa, er versteht nicht wie, was? Das zweite Buch Mose, Kapitel 32, wo Gott mit Jakob gerungen hat. Und da macht er noch einen Fehler, indem er sagt, ja guck mal, von Gott seine Hüfte ist gelenkt. Hättest du richtig gelesen, weil es nicht Gottes Hüfte eingelenkt ist, sondern von Jakob. Und dann Punkt fünf. Allah sagt in Surah Al-Anfal, Surah 8, Vers 17. Nicht ihr habt sie getötet, sondern ich habe sie getötet. Aber du Peinlicher, in den Versen davor haben die Muslime verloren in den Kacke. Somit hat Allah verloren. Alhamdulillah. Also wenn... Nicht nur das. Wer hat ihn entfernt? Er ist freiwillig rausgegangen. Nein, nein, die Leute werden hier entfernt. Ja, ich wurde auch entfernt einmal. Wer war das? Das weiß ich nicht. Aber ist gar kein Problem, guck mal. Um 21.30 Uhr, 22 Uhr. Und ich halte jetzt später einen Bibelvortrag. Deswegen kann ich nicht um 20 Uhr. Komm, wir werden... Ähm, Leute, ganz kurz. Wer entfernt die Leute? Irgendjemand schmeißt die Leute raus. Wahrscheinlich wurdest du gehackt, oder? Gehackt? Naja. Das kann nicht sein. Warte mal kurz. Okay, das ist echt komisch. Ich wurde... Moment. Ich will nach Hanja wieder rein. Okay, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Okay. Also ich wollte nur mal sagen, dass sein Allah etwas versprochen hat, aber am Ende hat er verloren. Merkt durch diesen Satz. Allah sagt, nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. In Versen danach haben die Muslime verloren. Und somit hat Allah verloren, oder? Hasuna? Und nochmal, trink von deinen zwölf Imame deren Urin. Also ganz kurz. Ich mach mich... Ich mach mich ganz... Ich mach Show beenden und will nur kurz nochmal was dazu sagen. Okay? Ganz kurz, Leute. Und dann könnt ihr alle reden. Ganz kurz, Leute. Ja? Dann könnt ihr alle reden. Eine Sekunde. Gebt mir wenigstens zwei Minuten, wenn ihr euch alle kurz stumm könnt. God's View, kannst du mich kurz stumm? Ja. Leute, ich werde meine Religion weiterhin treu bleiben. Und ich werde es in Liebe verbreiten. Indem ich was, 600 Leute täuschen werde. Ja? Ich bin ein Moslem. Und ich will euch alle täuschen, indem ich so schön rede, um euch alle zu verwirren. Ja? Ich bin nur hier reingekommen. Indem ich was? Indem ich euch alle täusche. Ich will diesen Flex eigentlich nur was? Ja? Ich will nur schön reden, damit alle sehen, wie toll und schön ich bin. Ja? Ich werde weiterhin, ja, ein Moslem bleiben. Ich werde weiterhin, ja, in Liebe predigen. Ja? Und weiterhin ein Heuchler sein. Ja? Und so schön werde ich es auch predigen, damit es auch alle verstehen. Ja? Mein Name ist Hasuna. Ich täusche meine Leute. Ich bin eigentlich nur gekommen, um was? Um schön zu reden, damit die Leute sehen, wie toll ich bin, ja? Und wie respektvoll ich bin, ja? Aber in Wirklichkeit, ja, bin ich ein Wolf in einem Schafspilz, ja? Und, ähm, genau. Und ich habe sehr viel vergammelten Honig in meinem Mund, ja? Ja, und versuche damit, die Leute zu täuschen, ja? Ich habe Flex verstanden, aber ich bin nur aus Wut hier drin, weil Flex über meine Religion spricht, ja? Ja, und deswegen komme ich hier rein. Ich bin nur gekommen, um Flex zu ärgern. Ich bin nicht gekommen, um zu verstehen. Genau. Und so sieht es aus. Und ich werde in Ruhe reden, damit die Leute sehen, wie Flex wirklich ist, ja? Dass ich besser bin wie Flex und dass ich so ruhig bin und ganz entspannt bin, ja? Und so schön bin ich, ja? Genau. So schön bin ich, ja? Also ganz ehrlich, ich könnte niemals so heucheln wie dieser Kerl. Niemals. Da bin ich lieber knallhart und spreche das aus, was ich denke, ja? Und bleibe so, wie ich bin. Und spiele nicht einen auf, ich bin aber lieb, ich bin der Netteste. Ich bin hier reingekommen, um mit dem Nächsten meine sehr respektvolle Weise zu sprechen. Kann ich was sagen, Bruder? Ganz kurz. Um dich, um was zu widerlegen. Meine Worte sind so schön. Um was, um meine Leute zu hören. Also ganz ehrlich, Leute, lasst euch nicht von so solchen Heuchelern verwirren. Er hat schon sehr, sehr gut verstanden. Er weiß das. So, Ranja. Ganz kurze Sache, Bruder. Ich bin da gerade arbeiten, ich bin extra angehalten. Er soll mal bitte hochkommen. Hasuna, hol er bitte einen sehr, sehr starken Scher. Nein, 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 nein. Er soll gegen mich und Elia machen, Bruder. Ich werde nur über das Thema, ich werde nur über sein Tawhid sprechen. Wir werden gucken, wie viele Götter er anbetet. Bruder, Bruder, nein, kein Problem. Abu Kanjar, sagt diesen Hasuna und jedem Schiiten, 22 Uhr, kommt auf meinem Stream oder bei Abu Kanjar um 22 Uhr. Habt ihr bemerkt, wie Hasuna weggerannt ist, nachdem man seine Quellen eingeblendet hat, wie er sich geschämt hat? Bruder, du musst nur über seinen Tawhid sprechen. Wir können ja nicht über seinen Tawhid sprechen. Nur über seinen Tawhid, nur über das Gotteskonzept der Schia reden, Bruder. Dann werden alle sehen, dass die Imame sogar die Augen Allahs sind. Ja, genau. Und das Gesicht von Allah. Dann gucken wir, wer über das Universum herrscht. Wir werden alles holen, Bruder, das ist kein Problem. Wir werden sehen, welche Attribute ihre Imame haben. Und dann werden wir sehen, was der Tawhid bei denen noch übrig hat. Nichts. Alles, was Allah ist, ist auch der Imame. Das werden wir alles zeigen, Bruder. Er soll bitte hochkommen. Er soll hochkommen, Bruder, weil er ist vorhin Sachen angesprochen, die aber, ganz kurz, guck mal, diese Sachen, die er angesprochen hat, hat nichts mit dem Heil zu tun. Die sind heilsinrelevant. Lasst uns doch lieber über das Gotteskonzept sprechen. Lasst uns nur über das Gotteskonzept sprechen. Also ich bin ehrlich, Leute. Leute, lasst uns das Evangelium verkünden. Leute, der hat eigentlich das Programm gestört. Ich bin ehrlich zu euch. Flex, deswegen bin ich. Genau, wir sollten uns nicht mit so solchen Heuchlern geben. Lasst uns das Wort verkünden. Er hat das verstanden, was ich gesagt habe. Er hat es sehr gut verstanden. Er ist nur gekommen, dass er seine Leute befriedigt sozusagen damit. Er ist nicht gekommen, um das zu verstehen. Flex, also eigentlich, ich bin ganz ehrlich, wir haben viel zu lange rumgemacht mit dem. Und das war mein Fehler. Das war wirklich mein Fehler. Deswegen haben meine Geschwister und Brüder, es tut mir mega leid. Okay, ich werde das in Zukunft einfach besser machen. Solche Heuchler eigentlich gleich von Anfang an, während sie diese Erklärung bekommen haben, gleich zu kicken, wenn sie es nicht verstehen wollen. Und dann passt das. Alles gut, ich gehe wieder raus. Gott segne dich, Brüder. Flex, Flex, Flex. Alles gut, Brüder, Gott segne dich. Aber du kannst ja, Gott segne dich. Gott segne dich. Flex, Flex. Ja, Brüder. Uje, 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 Bibi. Engel Bad Bad. Guck mal, was ich dir sagen wollte. Deswegen habe ich die hundertmal geschrieben, dass du mich reinmachen sollst. Schau, schau. Dieser Harsuna, der reinkam, okay? er wurde gesendet vom Teufel X persönlich ich erklär dir wieso er ist hier reingekommen um uns zu verwirren er wollte hier reinkommen und Christen verwirren das war sein Job sein Job war es, Christen zu verwirren deswegen ist er reingekommen ich hab mir das hier eineinhalb Stunden lang angeguckt und ich hab mir gedacht Flex, 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 Flex schmeiß ihn raus weißt du wieso? Patrick hat es ihm erklärt praktisch hat es ihm erklärt wir haben ihm das alle erklärt alle haben erklärt er hat eine klare Antwort bekommen er hat aber jedes Mal irgendwie es umgedreht damit die Leute hier drin sich denken, wir sind unwissend sein Job war es nur dich unwissend darzustellen aber du hast ihm theologisch, hast du ihm alles erklärt ich bin sauer geworden aus dem Grund du hast dich gestummt Bruder hörst du mich jetzt? jetzt hören wir dich ok, ich bin sauer geworden jetzt hören wir dich nicht mehr hörst du mich jetzt? jetzt hören wir dich ja Bruder, was machst du? wir hören dich jetzt nicht mehr ich werde angerufen ja dann block die Person wenn sie dich die ganze Zeit anruft ok Patrick, wenn du das wieder spiegeln möchtest dann gerne ich lass dich ein bisschen sprechen und dann predigen wir weiter Patrick hören wir mich ein bisschen besser jetzt Flex ja du bist ganz ganz leise bist du ich muss neue Kopfhörer mal zutun ja ja ich versuche mal laut zu reden ja also das war schon hast du Kopfhörer dran oder sind die Kopfhörer raus? also die Kopfhörer die sind dran das Kabel ist dran im Handy drin ok nimm mal andere Kopfhörer weil du hattest letztens mal viel viel bessere Kopfhörer gehabt ja genau ich muss mal schauen ob ich jetzt noch einmal den Kopfhörer tauschen kann warte mal schnell ok ok weil dann hört man Patrick viel besser ähm genau ich hole dich hoch kleinen Moment und dann machen wir auch weiter Leute also ja ja Gott ich hab's gesehen ok also was ich sagen wollte schau ihr habt es dem theologisch erklärt komplett erklärt der ist reingekommen um nur Verwirrung zu machen ok der hat auch gegen unseren Gott geschossen ok und ich bin richtig sauer geworden eigentlich dem sein eigentliches Ziel ist es ok damit jeder es versteht der Mann sieht diese Streams und sieht wie seine Religion tagtäglich auseinandergenommen wird ok tagtäglich werden hier Verse reingebracht über den Koran die Christen haben mehr Wissen über euer Koran als ihr selber ok er sieht tagtäglich wie Muslime Fragezeichen stellen über ihren eigenen Koran und er ist hier reingekommen um uns schlecht dastehen zu lassen damit die Leute denken die ein bisschen Fragezeichen im Kopf haben oh Flex liegt falsch und das war sein Ziel du hättest den direkt rausschmeißen sollen weil Flex du darfst nicht vergessen du hast eine riesen Reichweite und es gibt sehr viele Leute die hier lernen und die meisten Leute die hier lernen die wollen sich auch weiterentwickeln und wenn du dich die ganze Zeit um diese eine Person kümmerst die eh nicht lernen will und die ganze Zeit die Unruhe stiftet hast du 600 andere Leute die nur zuhören und nicht nach vorne kommen und nicht weiterentlernen hier sind 600 Leute hier sind 600 Leute drinnen du musst denen zeigen wer Allah ist ein Gott mit zwei rechten Händen und einem Schienbein ok ein Prophet der der Frauen mit Frauen der zwölf Frauen hat der der auf seinen Klamotten spritzt auf gut Deutsch etc ok ein Prophet der sagt wenn du in die Luft guckst und betest wirst du blind ne wirklich also so ein Prophet verteidigst du und kommst hier rein und willst unsere Religion schlecht reden wisst du du musst ihn direkt wenn du ihm erklärt das Bibel und er will nicht erklärt verstehen nach zweitem Mal schmeiß ihn raus ich mein es ernst ganz radikal schmeißt die raus diese Leute schmeißt die raus und dann wenn die ein Problem damit haben dass du gegen den ihr Gott redest etc dann gibst du nochmal sieben Verse drauf sieben Verse drauf ok sein Gott nennt sich Al-Makuh der große Täuscher der einzige der in der Bibel als große Täuscher benannt wird ist der Teufel Allah hat den selben Namen wie der Teufel in der Bibel und du machst hier blablabla blablabla beim nächsten Mal schmeißt die raus weil hier waren 600 Leute 600 Leute drinnen die wollen das Evangelium von dir hören oder hören wie du Apologetik machst wie du ja immer machst aber diese Person ist hier nur reingekommen und hat zwei Stunden Zeit genommen in den Zeit genommen nur um zu nerven und in diesen zwei Stunden hätten Leute weiterkommen können und darum geht es deswegen habe ich dir so richtig viel geschrieben weil ich wollte nicht reinkommen aber ich wollte dir nur sagen das ist ein demon possesster Junge der unbedingt unbedingt hier Verwirrung reinbringen wollte und auf so Leute musst du achten wenn du Leute hochbringst und die wollen Verwirrung bringen raus mit denen und mach nochmal fünf Verse gegen den Koran okay nochmal fünf Verse drauf damit der nochmal lernt damit der lernt der soll zu Hause innerlich der soll kotzen der soll kotzen die Moslems sollen kotzen okay die sollen kotzen wenn die ihre eigene Schrift lesen weil das in ihrer eigenen Schrift die sollen kotzen okay und wir erzählen dem das Evangelium und erzählen dem die frohe Botschaft wenn er nicht hören will Pech und wenn er nochmal der nächste der nochmal hier reinkommt und über Jesus Christus unseren Gott nochmal her schießt oder so glaub mir aus euren eigenen Koran wir zitieren Dinge gegen euch okay wie kannst du einen wie kannst du einen Propheten haben der sagt wenn du betest und in die Luft guckst dass deine Augen blind werden wie ist das möglich wie kannst du einen Gott glauben wie kannst du einen Gott haben der sagt wenn du in die Luft guckst und betest gehen werden deine Augen blind sei Albuqari 750 wie kannst du deinen Propheten glauben was los mit euch okay Bruder kann ich ich finde du hast wirklich sehr sehr schöne Sachen gesagt Bruder Flex hört man mich jetzt hört man mich besser jetzt hört man sich super ja super ganz kurz weil ich habe keinen Akku dann lasse ich die reden nochmal an alle die hier waren der Stream war gut ich weiß der war jetzt lange drin ich habe auch lange zugehört wir konnten es erklären die Botschaft ist durchgegangen und Flex du musst damit rechnen dass manche Streams so halt in die Richtung gehen ja wir lernen jeden Tag aber es war gesegnet die Menschen haben das gehört was Gott wollte und der Bruder hat es auch richtig gesagt das sind halt mühsame Leute ja die versuchen das aber das zeigt dir auch Flex dass dein Stream sehr gesegnet ist ja schau mal wenn dein Stream ganz kurz Gott's View du hast eine Beschränkung bekommen deswegen habe ich dich runtergenommen du hast eine Beschränkung bekommen Gott's View du hast eine Beschränkung du musst komplett die App verlassen TikTok verlassen und wieder reinkommen und guck mal dass du das rauskriegst okay jetzt Patrick sorry ja eben weißt du wenn dein Stream nicht gesegnet wäre nicht Frucht bringen würde dann wären solche Leute die kommen da gar nicht rein du siehst du siehst doch jetzt wie du schön wächst und jetzt kommen immer gefährliche Dämonen rein TikTok Sport jetzt kommen gefährliche rein schau mal der eine der drin war wollte mit dir philosophieren kann Gott dies kann Gott das weißt du noch der erste der drinnen war genau schau mal und da müssen wir uns immer ans Wort halten und sagen Gott ist der Schöpfer wenn solche Fragen kommen dass das jetzt wird es wird nur noch brutaler für dich Flex glaube mir es wird nicht mehr einfacher aber das ist der Preis den wir zahlen damit wir Apologetik betreiben und das Wort Gottes verkünden und du hast es heute gut gemacht klar die Schwester ist reingekommen die war liebe Schwester sei mir nicht böse ein bisschen unwissend und das was sie gesagt hat widerspricht total dem Wort Tanker Tanker hat das ein bisschen sagen wir mal also die Antwort von mir war eigentlich richtig da hätte man nichts hinzufügen müssen ja das stimmt ja aber dass sie gesagt hat dass es nicht Gott ist und das das dann schon ja ja aber aber sie hat auch geholfen und so also ich möchte mich auch noch mal dieser Schwester entschuldigen nicht dass sie meint ich sei da böse oder so ich hab da nur ja wollte ich das noch richtig stellen aber Flex ich muss jetzt auch langsam raus ich hab kein Akku ich hab nie Akku danke alles gut ich muss die Kopfhörer haben ja also Flex du ich wünsche dir Gottes Segen und ich komme gerne zu dir kein Problem so wie du kannst so wie du kannst ja gerne gerne okay Gottes Segen bis später ja Gott ist Segen Gottes Segen Tschüss mein lieber Bruder God's View du hast immer noch die Beschränkung Bruder du musst da glaube ich noch mal du musst eine Anfrage nochmal schicken du hast immer noch du musst Widerspruch machen du musst Anfrage auf Widerspruch machen den kannst du hochkommen meine lieben Geschwister und Brüder ich wollte erstmal an dieser Stelle sagen es tut mir mega leid ja ich hätte diesen Heuchler nicht weiter reden lassen ja dass er weiterhin täuschen tut das tut denen weh weil ich deren Schriften aufdecke und das tut denen weh und er ist gekommen um seine Leute quasi zu bestätigen oder beispielsweise ja die Worte in der Bibel zu verdrehen ja aber wir sehen hier dass es um einen Segen geht er hat um einen Segen gebeten und ich habe ihm die Verse ja gegeben ja und er hat das schon verstanden aber er wollte es nicht verstehen ja ich war klar und deutlich und vor allem ich bin ein Mensch ich erkläre die Geschichte meistens immer sehr kurz und knapp ich versuche da nicht irgendwie draus ein Monolog zu machen sondern ich mache es immer kurz und knapp einfach immer ganz kurz und knapp damit die Person auch versteht um was es geht pam pam fertig Verse geben und dann war es das ich werde diesen Fehler nicht nochmal machen ich habe diesen Fehler jetzt ich glaube ein zweimal gemacht dass ich solche Dämonen oder beispielsweise solche Heuchler hochnehme und ja mit denen darüber diskutiere und meine Arbeit kaputt mache ja ich mache diesen Fehler einfach nicht mehr deswegen Leute es tut mir mega leid ich entschuldige mich nochmal dafür und wir werden weiterhin die Wahrheit sprechen und wenn jemand da ist der Moslem ist und der über seine Religion zweifelt weil es nicht die Wahrheit ist weil sie 600 Jahre später gekommen sind ja dann erklären wir ihnen das ja und zeigen ihnen auch was wirklich das Problem ist gestern hatten wir jemanden hier drinne gehabt der war sehr sehr respektvoll ja und mit ihnen konnte man reden er war nicht so ein Heuchler wie dieser Hasuna der hier drinne war ja und so werden wir das machen wenn jemand reinkommt und wissen möchte dann werden wir ihnen das erklären und dann werden wir in aller Liebe mit ihnen drüber sprechen Gott, wie du hast immer noch die Beschränkung du musst nochmal du musst auf Widerspruch stell Widerspruch nochmal deswegen Leute wollte ich nochmal sagen wie gesagt ich wiederhole mich noch ein einziges Mal es tut mir leid ich entschuldige mich dafür ich mache bei sowas einen Kurzprozess ich erkläre die Verse wenn jemand etwas über einem Vers wissen möchte erkläre ich das und wenn ich merke dass die Person eigentlich reingekommen ist um nur zu widerlegen dann raus mit dem weil es hat einfach keinen Wert es hat dann einfach keinen Wert es geht nur darum dass sie ihre Religion bestätigen wollen indem sie heucheln und beispielsweise täuschen und ja ich bin auch nur ganz kurz hochgekommen und wollte eigentlich das gleiche sagen wie Nuflex wir hätten das viel viel früher machen also viel schneller wir hätten das viel direkter machen können und wir haben das einfach zu sehr ausschweifen lassen das ist ein bisschen leider und dann das beste ist auch noch dann kann man noch mit Exegese wenn die Verse einfach erklärt werden dann braucht man keine Exegese also ja ja wie gesagt ich bin nur kurz hochgekommen für das nicht also ich entschuldige mich auch weil ich war ja auch dabei am Anfang wir hätten das viel schneller machen können aber es hätte nicht so weit kommen sollen und müssen deshalb entschuldige mich auch nochmal und flex wir hören uns ich gehe wieder ich schaue wieder von unten zu ich wollte nur kurz kein Problem kein Problem oder und das Problem ist auch Leute er hat er hat er hat tatsächlich das ausgenutzt von mir weil ich so gut war und so nett war ja und das hat er ausgenutzt ja ja schade eigentlich ja er war sehr sehr unehrlich und ja das hat er von Anfang an auch gezeigt dass er unehrlich ist aber wie gesagt mit so solchen Heuchlern sollten wir uns nicht lange beschäftigen ähm ich mache die Bergpredigt gleich weiter Leute ähm ich hole mal erstmal ein paar Leute hoch ähm ich weiß der Bruder wieder locker will rein wer ist Viro? eine Minute nur eine Sekunde muss meine Nase putzen ein Momentchen ich bin degrante hallo hallo ja hallo also ähm ich habe ein paar Fragen zum Christentum also ich bin ich bin beziehungsweise war Moslem ich verfolge schon seit ein paar Tagen deine Streams und habe dann auch schon so paar Sachen erkannt die mich dann wirklich sehr zum Zweifeln gebracht haben zum Beispiel äh gestern hast du ja äh eine Suche vorgezeigt wo stand dass äh Gott dass Allah äh irgendwie Satane auf die Ungläubigen hätte zum Beispiel das hat mich sehr traurig gemacht und enttäuscht dann halt noch irgendwie dass ähm Mohammed seine äh Frauen anfasst TikTok sportlich während der Menstruation obwohl das eigentlich harm ist äh und ja diese Sachen haben mich dann wirklich sehr zum Zweifeln gebracht und ähm ich hab mich schon seit etwas längerem zum Christentum etwas hingezogen gefühlt gefühlt äh aber ich verstehe aber Piro Piro bevor du weiterredest ich möchte bitte 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 dass du ehrlich bist okay ich stelle dir diese Fragen ganz normal einfach nur als Test ähm du bist Moslem sagst du du warst Moslem oder bist Moslem richtig? war du warst Moslem okay ähm du bist jetzt momentan gar nichts gehe ich davon aus gar nichts weil ich bin gerade wirklich sehr am verzweifeln aber ich fühle mich zum Christentum wirklich hingezogen okay meine mein Ding ist einfach nur ich möchte bitte dass du ehrlich bist weil wir hatten ein Patient gehabt der sehr sehr unehrlich ist der war ja vorhin ich weiß jetzt nicht wie lange du hier drinne bist falls du zugehört hast ähm der war sehr sehr unehrlich und äh hat versucht die Worte die Wörter zu verdrehen und 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 ähm ja er war einfach ein Heuchler ja und ähm ich möchte bitte ich möchte bitte dass du ehrlich bist wenn du wirklich was wissen willst es ist mir egal bring jeden Bibelvers ja wir sprechen darüber ich wir legen es aus ist kein Problem ähm aber wie gesagt wenn ich merke dass du aber da bist um zu widerlegen weil du dann irgendwie verstehst du ich hoffe du bist ehrlich und dann können wir auch drüber reden ja wirklich ehrlich ich suche wirklich den Weg ich bin dir da wirklich ehrlich okay dann ist okay denn ey du kannst alle Fragen stellen ist kein Problem zuerst mal also ähm ich hab die Trinität jetzt nicht wirklich ganz verstanden also Jesus ist ähm ähm äh Vater Sohn und auch Heiliger Geist ich hab dann auch noch recherchiert aber genau verstanden habe ich es nicht ich äh würde dann gerne nach einer Erklärung fragen okay wieder locker ist jetzt auch schon hier drin wieder locker Bruder jetzt kannst du ihnen das erklären Bruder wenn du jetzt schon hochbekommen ja gerne ja gerne nur eine Sekunde nur eine Sekunde ich bin nur mehr Kaffee schneller mache habe ich bin eine Minute da ich dann erklärt das wenn du willst ja ist ganz gut das die Zeit also hier hat eine geschrieben haha also ihr seid schon sehr komisch wollt nur diejenigen haben die nicht widersprechen es geht nicht um widersprechen es geht darum dass es Heuchler sind die hier reinkommen die es verstanden haben aber die Worte weiterhin drehen darum geht es und so solche Heuchler brauchen wir einfach nicht ja sei in der Wahrheit und versuch wenn du es verstanden hast versuch nicht deine Religion zu bestätigen indem du heuchelst ja bestätige deine Religion mit der Wahrheit wenn du sagst dass deine Religion die Wahrheit ist bestätige es mit der Wahrheit darum geht mein Bruder ich bin gerade wieder da gerade nur eine paar Sekunde Entschuldigung aber erzähl mal Firo in dem Sinn betreffend also du du willst jetzt verstehen oder die christliche genau aber die Trinität also die Trinität war Vater Sohn Heiliger Geist ein Gott ja verstehst du und im Christentum ist nicht so dass man eine Schahada ausspricht wegen Islam sondern es geht darum dass du wirklich vom Herzen glaubst das ist so es geht nicht darum ah jetzt habe ich da verstanden dort verstanden ja ja jetzt bin ich Christ spreche hier in Schahada ja ich fühle mich auch irgendwie hingezogen ich habe dann auch so ein Gefühl dafür also deswegen denke ich auch dass das der richtige Weg ist nur noch so ein paar Verständnisfragen wären dann noch da ok aber welcher was für ein Verständnisfrage weil zum Beispiel die Trinität ist wie gesagt aber Vater Sohn Heiliger Geist das ist ein Gott drei Personen ein Gott und ja so was für ein Verständnisfragen brauchst du also ob die alle drei wirklich also ob die alle drei dann eine nicht eine Person halt ob die alle drei dann wirklich Gott sind halt als alle drei sind Gott und also der Vater ist eine Person der Sohn ist eine Person der Heilige Geist ist eine Person und das ist ein Gott oder es heißt und dann sehen wir auch im Alten Testament wie der also wie Jesus im Alten Testament erscheint weißt du und anhand der Bibel können wir wissen dann ja also wer Jesus ist du bist lautlos man hört dich nicht alle drei sind eins also Vater Sohn Heiliger Geist sind eins alles ein Wesen ja zum Beispiel deine Seele gehört doch zu dir oder ist deine Seele getrennt von dir sie gehört zu mir okay dein Geist gehört zu dir oder ist dein Geist getrennt von dir gehört zu mir okay Firo bist du jetzt dreimal oder bist du einmal Firo ich bin einmal froh genau Vater Sohn Heiliger Geist sind eins und in Johannes Kapitel 10 Vers 30 lesen wir ich und der Vater sind eins ja das habe ich jetzt verstanden dann habe ich noch eine Frage und zwar zum Alten und zum Neuen Testament also soweit ich weiß ist das Alte Testament nur da um den Messias zu verkünden verkünden und ich weiß jetzt auch nicht ob das Alte Testament also eine große Bedeutung für das Christentum hat oder nicht also das verstehe ich jetzt auch nicht genau mit dieser Unterteilung da wie genau wie genau möchtest du es denn haben möchtest du wissen um was es im Alten Testament geht oder also ja du musst mir ganz genau sagen was du was du möchtest ich würde schon gerne wissen um was es da geht und warum das dann noch so unterteilt wurde in Altes und Neues also ich glaube dass das Neue ich habe ja auch schon seit längerem etwas recherchiert das Neue ist ja erst nach nach Jesus gekommen sozusagen Jesus seine Worte halt also das Alte das Alte Testament ist eigentlich ganz einfach zu erklären das Alte Testament da geht es ja um das Haus Israel Israel wurde versklavt von den Ägypter okay und wir wissen dass der Pharao die Ägypter bestraft hat versklavt hat und Moses kam immer wieder zu den Pharao und hat immer wieder gesagt hey du lass mein Volk bitte ziehen damit du verstehst um was es wirklich geht weil die meisten Muslime bringen ja immer Verse wie hey guck mal da da werden Säuglinge umgebracht guck mal was Gott da macht der vernichtet dies und dies und das aber um es noch besser zu verstehen im Alten Testament es geht einfach nur darum dass der Pharao dass sein Herz verhärtet ist und dass er das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte okay und Moses hat immer wieder den Pharao gewarnt und gesagt hey lass mein Volk ziehen und deswegen kamen ja immer wieder die Plagen wenn du zum Beispiel in Ägypten dir den roten Nil wenn du das betrachten tust dann wirst du sehen dass dieser Nil rot ist okay warum diese Plagen kommen von Gott diese Plagen kommen von Gott das kannst du sogar googeln ja der rote Nil in Ägypten ja es wurde zu Blut ja das kannst du googeln alles ist alles zu sehen ist immer noch in Ägypten und wie gesagt Gott hat den Pharao bestraft warum er hat das Volk nicht ziehen lassen er hat das Volk nicht lassen und wir wissen auch ganz genau dass das alte Testament es gilt für das Haus Israel das alte Testament gilt immer noch für das Haus Israel das heißt also warum ich sage das Haus Israel Gott sagt er ist der einzige und er ist der wahre Gott und wir sehen ja dass die jetzigen Juden sie verwerfen ja den Messia sie glauben ja nicht sie glauben ja nicht also auf Jesus genau sie glauben nicht daran aber Gott möchte Gott möchte dass diese umkehren und das alte Testament gilt immer noch bis heute es gilt auch heute immer noch für das Haus Israel also sie haben immer noch die Chance den Herrn Jesus Christus mit der Zunge zu bekennen als Gott und vom Herzen ja und darum geht es im Alten Testament wenn jetzt irgendjemand dir Verse bringt wie ja aber guck mal da werden Menschen umgebracht Säuglinge dies dies das es geht darum dass der Pharao auf Moses hätte hören müssen ja kannst mir so weit folgen kannst mir so weit folgen genau und es geht darum dass Gott mit seiner Kraft das Haus Israel befreit hat verstehst du das ja genau kannst du so weit folgen okay bis jetzt bis jetzt kann ich gut folgen ja okay und das durch Gottes Kraft und so hat Gott mit seiner Kraft das Haus Israel herausgeführt und was das Haus Israel gesegnet und zum Kampf verholfen gegen die Amelikita wer waren die Amelikita also muss ich verstehen dass das das Neue Testament ist die Erführung des Alten Testament also das Neue Testament erfüllt das Alte und dort wird prophezeit dass der Messias kommt der selbst Gott ist genau und also daraus kommt ja der Messias oder das auswählte Volk Israel und daraus kommt der Messias der Erlöser und du als Ungläubige wirst du nach der Tora gerichtet also Jesus kommt hier zurück und die Ungläubigen sie sie werden nach der Tora gerichtet verstehst du nach dem Gesetz weil Jesus kommt zurück und er muss auch richten und wir die an Jesus glauben wir sind durch das Gericht hindurch gedrungen und alle die Jesus nicht annehmen sie werden alle gerichtet also ich hoffe konnte die Hilfe zum Neue Testament ist das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten ja also sozusagen Jesus hat das sozusagen halt dann so erfüllt erfüllen lassen halt oder nicht erfüllen lassen genau Jesus hat genau so Jesus hat auch gesagt zu den Pharisäern wurde dir Moses glauben dann wurde die auch mich glauben weil Moses ja von mir geschrieben hat wir sehen im Alten Testament ist immer Jesus der erscheint er ist die Person die kommt und sagt ich bin Yahweh ich bin Gott zum Beispiel der Engel des Herrn oder der Bote des Herrn das sehen wir auch im Islam du warst ja Muslim dann weißt du auch dass Allah die Tora geschickt hat das Injil geschickt hat und der Koran ist die Verdrehung der Bibel das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten und der Koran ist die Verdrehung der antichristliche Geist die probiert die Bibel zu verdrehen ja also der Koran hat das dann alles so irgendwie umgedreht also die ganzen Worte und ja ok nicht überall Gottes Segen nicht alles verdreht aber vieles entnommen und wir sehen einfach dass dass ich ein zum Beispiel wenn um das Kreuz geht das Kreuz die Erlösungsbotschaft dass diese antichristliche Geist im Islam ganz klar das verleugnet und diese diese Heil die Jesus uns gebracht hat vernichten will und das ist ganz klar der Teufel der Antichrist die das probiert ja genau also um es auch besser zu sagen wir müssen Apologetik betreiben wir müssen die Dunkelheit aufdecken aber diesbezüglich Leute wie gesagt ich wollte nochmal meine Entschuldigung aussprechen Leute das was heute passiert ist das wird uns nie wieder passieren und hört ihr mich Leute hört ihr mich gut ja wir hören dich vielleicht hör auf dich zu entschuldigen wir wissen dass du ihn ne ich finde wir haben das Programm sonst wärst du hast Angst sonst wärst du Flex hat Angst er hat ihn runtergemacht weißt du ich hab schon verstanden wieso du ihn die ganze Zeit umgelassen hast weil sonst würden die alle sagen oh Flex hat Angst oh Flex flüchtet weißt du aber vielleicht hat es ein bisschen zu lange gedauert aber alles gut ihr habt auf jeden Fall viel Geduld gehabt und das ist auch stärker das war Zeitverschwendung wirklich also der Kerl der Kerl hat wirklich das Programm hier kaputt gemacht muss ich ganz ehrlich sein ja er hat schon versucht euch gegeneinander auszuspielen das hat man schon ja das ist ja nicht scheiße aber egal nicht desto trotz Leute wir fahren fort wir fahren fort ich würde dir was sagen vielleicht wenn ich dir was sagen ja also erstmal freut es mich sehr dass du interessiert bist in dem Christentum das ist schon mal der erste Schritt auf jeden Fall ich würde dir raten einfach den Herrn Jesus selber zu Frage da du dich eh angezogen fühlst zum Christentum nimm dir einen ruhigen Moment geh auf die Knie oder setz dich auch ganz nochmal hin entspann dich 10 bis 10 atme ein und aus und dann fragst du einfach den Herrn Herr Jesus wie sieht es denn aus jeder sagt du bist Gott ich verstehe es nicht zeig mir doch die Wahrheit erklär es mir bitte und das ist halt einfach so ja es ist der Vater Sohn Heiliger Geist alle drei ein Gott wir haben den Vater und dann haben wir den Sohn ja der Sohn ist also Jesus ist das das Wort Gottes das heißt damals als Gott die Welt erschaffen hat hat er sie erschaffen durch unseren Herrn Jesus Christus und der Heilige Geist ist der Geist Gottes verstehst du was ich meine und für alle Leute hier im Chat auch nur zwischendurch so ne macht keine Spiele spielt nicht mit dem Heiligen Geist wenn ihr den Heiligen Geist wenn ihr Blasphemie macht also Witze macht über den Heiligen Geist das wird euch nicht verziehen das ist das Einzige was Gott euch nicht verzeihen wird deshalb bitte passt auf was ihr sagt denn das kann euch die Ewigkeit kosten in der Verdammnis auf jeden Fall ihr werdet auf jeden Fall einen Preis dafür zahlen also und wenn du den Herrn Jesus annimmst wenn du dir Buß tust und ihn fragst um wieder neu geboren zu werden dass du ihm folgen möchtest dass du der Wahrheit folgen möchtest dann wirst du den Heiligen Geist bekommen und der wird dich tagtäglich begleiten und dir helfen bei allen Entscheidungen die du triffst und dein Leben wird einfach einfacher weil du hast dann den Heiligen Geist der dich bei allem begleitet verstehst du was ich meine das ist der Geist Gottes und den kannst du nur bekommen indem du den Herrn Jesus annimmst als dein Herr als dein König als dein Gott als den einzigen Weg und die Wahrheit und alle drei sind sie ein Gott ja das stimmt weil der Herr Jesus ist das Wort Gottes und damit auch Gott weil er ist das Wort Gottes so wenn du redest dann hören wir dich dann bist du das wenn ich rede dann hört ihr mich dann bin ich das und der Herr Jesus ist auf diese Welt gekommen in Form von Fleisch ja um sich selber zu opfern aus Liebe für uns weil wir uns nicht an das Gesetz Gottes halten können aus Gnade werden wir gerettet und nicht aus unseren guten Taten wir können machen und tun was wir wollen egal wie viele Hassanat egal wie viele Spenden egal wie viel wie was für ein guter Mensch du auch sein magst du wirst niemals den Himmelreich verdienen nur durch das Blut von Jesus und durch die Gnade Gottes wirst du dort hinkommen wenn du dich erniedrigen kannst auf dem Niveau dass du das verstehst dass du verstehst dass du niemals gut genug sein kannst um irgendwas bei Gott zu gewinnen es ist egal ob jemand zehnmal in die Kirche geht oder jemand nur eine Minute in die Kirche geht es geht um dein Herz und dass du humble bleibst also auf dem Boden bleibst und immer wieder dir selber sagst hey ich verdiene das alles gar nicht nur durch die Liebe von unserem Herrn Jesus bekomme ich das die Gnade Gottes und das ist das Einzige was ich dir mitgeben kann rede mit dem Herrn Jesus direkt und er wird sich dir hundertprozentig und tausendmillionprozentig offenbaren wir sind alle Zeugen dass er uns alle sich uns allen offenbart hat dann wird er es auch bei dir tun wenn du wirklich von reinen Herzen das fragst wird er das machen das tut unser Herr der ist der ist der ist ein Lieber der ist ein Liebevoller der ist alles der ist das Leben Halleluja ich schwöre dir ich kriege gerade Gänsehaut ich fühle den Heiligen Geist auf jeden Fall red mit dem Herrn Jesus und der wird dir alles erklären die Antworten werden von selber auf dich zukommen und ich würde sagen folge dem Flex und auch den anderen Brüdern die täglich Berg predigt und alles andere machen dann wirst du ganz langsam und ganz entspannt zur Wahrheit finden und auch alles ganz langsam und entspannt verstehen ja werde ich machen einfach nimm dir die Zeit und öffne dein Herz dein Herz ist der Schlüssel mein Lieber dein Herz dein Herz also ja dann dein Herz dein Herz Jeshua jetzt lasse ich mich wirklich nicht mehr aufhalten jetzt nehmen wir mal richtig Vollgas jetzt ja Jeshua Amen alle mal einherzig für Jesus Christus jetzt legen wir richtig los ich lasse mich jetzt nicht mehr von diesen Heuchlern mir irgendwas erzählen sondern wir machen wir legen jetzt richtig los Leute ok eine Frage an dir du hast gesagt du führst den Herrn Jesus Christus angezogen richtig ja ok aber bevor bevor wir über die Bibel und über die Gottheit Jesu Christi sprechen möchte ich dir etwas zeigen und dann bekräftige ich das anhand der Bibel bist du bereit dafür bist du bereit zuzuhören ich bin bereit dir zuzuhören ja danke 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 wirklich du bist sehr respektvoll finde ich gut hast du ein Koran da unten aber nur auf Arabisch deswegen hast du hast du auf Deutsch hast du Computer Tablet irgendwas da ich habe hier gerade mein iPad immer wenn du irgendwelche Verse zeigst dann gucke ich auch selbst nach deswegen habe ich es oft neben mir ich mache es gerade an ok denn nimm dein iPad das reicht auch schon ja ok suche 43 vers warte mal 79 79 ok ich gucke mal ich muss jetzt ein bisschen runter scrollen äh oder haben sie sich eine Sache ausgedacht auch wir können uns auch wir können uns etwas ausdenken ok ich lese vor also Firo du bist ja du hast ja die Moschee des Öfteren besucht ja und du weißt ja der Koran ist ja Kelam Allah richtig ja ok wenn der Koran Kelam Allah ist jetzt musst du gut zuhören in Surah 43 Vers 79 lesen wir ja oder haben sie sich eine Sache ausgedacht auch wir können uns etwas ausdenken so hier spricht Allah und sagt oder haben sie sich eine Sache ausgedacht auch wir können uns eine Sache ausdenken also die Muslime sagen ja immer wieder dieses wir bezieht sich auf auf Allah aber hast du diesen Satz verstanden was Allah gesagt hat er hat gesagt auch wir können uns eine Sache dass sie selbst was ausdenken oder habe ich also ein Gott der sich etwas ausdenken tut finde den Fehler ja das geht gar nicht also verstehst du ein Gott ein Gott der sich etwas ausdenkt also ist er nicht wissend oder wiesen warum muss er denken um sich etwas auszudenken ein allmächtiger müsste nicht denken Dankeschön 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 darum geht es mir ja um einfach nur dir zu zeigen wie falsch deren Schriften sind ja ja das ist mir schon wirklich seit Tagen aufgefallen und das hat mich auch wirklich sehr beschäftigt ich bin damit aufgewachsen habe das auch eigentlich jahrelang sozusagen praktiziert und als ich wirklich seit Tagen beschäftige ich mich jetzt richtig damit und das war auch wirklich sehr schwer für mich aber es ist auch wirklich wichtig für mich dass ich jetzt nicht mich selbst belüge Anlüge und dass ich das einfach jetzt mal realisieren muss das ist mir wirklich auch sehr wichtig weshalb ich dann auch reingekommen bin Respekt Respekt für deine Ehrlichkeit aber darf ich dich mal was fragen also wo hast du diese ganzen Sachen gehört also im Livestream von Flex nur oder da war ich auch paar mal drin aber dann habe ich selber noch auf Google ein paar Fehler gesucht und ja bin dann schon auf einiges getroffen Halleluja Gott hat dich gerufen und du bist am richtigen Platz mein Lieber Amen Halleluja ich möchte bitte Firo ich möchte bitte mit dir eine Sache durch machen damit du erkennst, dass dieses Buch eine Kinder-Ehe eigentlich erlaubt Okay, gehen wir auf Sura 65 Vers 4 Sura 5, nochmal bitte Sura 65 Vers 4 Ah, 65 Vers 4 Okay, ich lese es dir vor ich lese es dir vor und dann kannst du mir sagen, was du verstanden hast Okay Okay Na okay Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung erwarten wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate also wenn die Wartezeit drei Monate sind bei Frauen wenn ihr als Männer euch unsicher seid dann ist wie gesagt die Wartezeit drei Monate jetzt geht es aber weiter und ebenso derjenige, die noch keine Monatsblutung haben Was haben wir da jetzt verstanden, Bruder? Dass eine Frau, die ihre Menstruation hat dass man sie drei Monate nicht berühren darf Nein, 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 nochmal, falsch, falsch nochmal, ich wiederhole nochmal Alles gut Ja Muss jetzt gut zuhören Okay Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr haben also wenn eine Frau keine Monatsblutung hat Okay Ja Erwarten, wenn ihr im Zweifel seid Das heißt, wenn du im Zweifel bist, dann warte drei Monate Kannst du soweit folgen? Ja, also wenn die keine Menstruation haben und deshalb dann auch am Zweifeln sind dass man dann drei Monate warten soll Genau Und jetzt kommt das wirklich das Entscheidende Und ebenso derjenige, die noch keine Monatsblutung haben Wer sind das? Die Männer Nein, Kinder Nicht Männer Männer können ja keine Monatsblutung haben Es geht um Kinder Ja, deswegen Kinder Kinder So Jetzt gehen wir Weißt du was? Jetzt gehen wir mal bei Altafsir Und dann sage ich dir, dass es um Kinder geht Dann sage ich dir, wie dreckig diese Religion unterwegs ist Ich zeige es dir einfach mal Wir gehen bei Tapsir 65 Warte, 65 Weil die leugnen alles Die sind nicht ehrlich Deswegen zeige ich dir das jetzt Wir nehmen jetzt Ibn Kathir Wir können auch Tapsir al-Jalelein nehmen Ist kein Problem Ich lese es dir vor Tfiro Und sag mir, was du verstanden hast Okay And And as for those of the women who read In both instances no longer expect the menstruate If you have any doubts about their waiting periods of the prescribed waiting Period shall be three months And also for those who have not yet menstruated Because of their younger age Shall be also three months Hefte Englisch ist jetzt nicht so wirklich meins Tut mir leid Ich habe versucht zu folgen Eigentlich kann ich auch nicht immer Ich übersetze es dir Also bei den älteren Frauen Wenn du unsicher bist Ich mache das immer Ich bin ein Mensch Wenn ich so einen Riesentext lese Fasse ich das immer ganz kurz zusammen Okay Weil wir brauchen daraus jetzt nicht irgendwie Keine Ahnung Eine Geschichte machen Es geht darum Ältere Frauen Wenn du im Zweifel bist Ja Warte drei Monate Ebenfalls auch Kinder Die jung sind Ja Drei Monate zu warten Würdest du Bei einem kleinen Kind Drei Monate warten Und dann anfangen Den hier zu machen Danach Würdest du ein kleines Kind anfassen? Nein Dankeschön 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 Und das erlaubt aber Der Koran Der Koran sagt, dass man kleine Kinder anfassen darf Bunga Bunga machen darfst Nach drei Monaten Wenn du dir unsicher bist Nach drei Monaten Jalla Nimm sie Kein Problem Jalla Habibi Nimm Also die Sura 65 heißt Talak Die Sura Talak Und das bedeutet Scheidung Und das heißt, dass du diese Mädchen geheiratet hast Und Bunga Bunga gemacht hast Und dann tust du dich scheiden Und bei der Scheidung musst du drei Monate warten Weil sie ist eventuell schwanger Also ein kleines Kind Und es geht dann darum, dass du wartest drei Monate Weil während dieser drei Monate Also du bist ja Muslim geboren Fino, bist du als Muslim geboren? Ja, ich bin als Muslim geboren Okay, dann weißt du, dass sehr wahrscheinlich Das während dieser drei Monate hast du Zeit zurückzukehren Zu deiner Ehe Zum Beispiel du gibst einmal Talak Dann hast du die drei Monate Zeit auch zurückzukehren Zu deiner Frau Nach drei Mal Talak Muss deine Frau Mit einem anderen Mann Bunga Bunga machen Damit du wieder zurücknehmen kannst Verstehst du? Ja, ich habe verstanden Also sie muss dann Mit einem anderen Ja, damit Damit ich sie wiederholen kann Also da geht es um deine Frau Aber wir sind jetzt bei Kinder Ehe Und da ich habe die Sure Talak Das bedeutet Scheidung Um dich zu heiraten, musst du Bunga Bunga machen Sondern ich geheiratet nicht gültig Das heißt, wir sehen hier, dass diese kleinen Kinder Die keine Menstruation hatten Sex, also Bunga Bunga gemacht haben Mit ihren Männern Und Allah erlaubt hier in dieser Sure Dass man sich von diesen Kindern scheidet Das ist so Ja Und Mohammed hat auch ein 6-jähriger Sich verlobt und mit 9 Mit ihrer die Ehe durchzogen Das heißt Bunga Bunga gemacht Aus Aiche Neuer Altwar Okay, reicht Leute, reicht Wirklich Ich glaube Um das ganz kurz zu erklären Bei kleinen Kindern Wenn du dir unsicher bist Warte einfach drei Monate Und danach ist kein Problem Also es ist schon richtig widerlich Dass dieses Buch sowas erlaubt Aber wie gesagt Egal Das ist deren Problem Ich hoffe, dass die Leute Die Wahrheit erkennen Und das auch lesen Was da drin steht Ja Kannst du Sure 4 Vers 171 aufmachen? Sure 4 Vers 171 Genau Ja Ja Hab Ja Hab Ich muss kurz auch mal runter scrollen Ja Firo Kannst du bitte deinen arabischen Koran holen? Ich möchte dann auch was Den letzten Versen mit dir zusammen machen Damit du verstehst, dass da ein riesen Fehler drin ist Nimm bitte deinen arabischen Koran Weil die deutsche Version wurde Korrupt Ist auf jeden Fall korrupt Weil die übersetzen das nicht richtig Und das tun sie mit Absicht Deswegen nimm bitte deinen arabischen Koran bitte Wenn du kannst Kein arabisch Ich kann keiner Oh, schluss Das habe ich nicht Nicht so schlimm Okay, dann machen wir diesen Vers Alles gut Sure 4 Vers 171 Ja Okay, flex Flax, Bruder, ich gehe runter Ja, ich mache Platz für andere Aber auf jeden Fall Ich würde mal sagen Der Junge hat schon seinen Zweifel Gibt ihm einfach ganz viel Liebe mit Und auf jeden Fall ganz viel von der Bibel Damit er ja auch die Liebe heute mal ein bisschen mitbekommt Absolut Absolut Kein Problem Der hat ja schon seine Zweifel Das Halbjahr Würde ich mal sagen Und flex Und flex Wir haben dich lieb, okay Alles gut Deine Familie reichlich sehen Und dann finden wir das auch 4 Bist du da 4 Ja, ich bin Ja, ich bin auch da Frage an dich Bist du Siehst du dich jetzt als Atheist Oder siehst du dich jetzt als nur ein wenig Muslim Moslem eigentlich nicht mehr Atheist irgendwie auch nicht Ich kann das gar nicht erklären Du glaubst du Gott einfach nicht am Koran Ich glaube nicht an den Also wie kann ich das beschreiben Ich glaube nicht an den Koran Nicht mehr Aber ich glaube an einen Gott immer noch Und das macht mich dann nicht zu einem Atheisten Und Jesus Das klären wir auf dem meisten Ja Das ist kein Problem Das klären wir heute Und dann Und dann wirst du auch verstehen Warum ich dir diese Verse gebe Hast du Hast du die Sura 4 Vers 171 offen? Ja, habe ich Okay Lies uns das mal bitte Oder ich lese es dir vor Ist das okay? Ist okay, ja Okay Oh Leute Der Schrift Moment Ja Dings Viele schreiben hier Agnostiker Aber ich würde mich auch nicht als Agnostiker sehen Also ich fühle mich ja schon zu Aber wir haben alles gut Ich lese es dir mal vor Und zwar Oh Leute Der Schrift Übertreibt nicht in eurer Religion Und sagt nicht gegen Allah Und sagt gegen Allah Nur die Wahrheit Aus Wenn wir uns jeden Christen fragen Kein Christ hat jemals gesagt Dass wir an drei Götter glauben Hier sehen wir Dass Allah den größten Fehler gemacht hat Weil kein Christ glaubt an drei Götter Vater, Sohn, Heiliger Geist Die Wesen Die eins sind Das ja Aber keiner hat gesagt Dass wir an drei Götter glauben Und hier sehen wir Dass Allah ein Unwissender ist Und hier ist schon mal der größte Fehler Hier sehen wir Dass hier Das von einem Von Menschenhand geschrieben worden ist Das ist von Menschenhand geschrieben Ja Das sehen wir klipp und klar Weil du kannst jeden Christen fragen Du solltest wissen, was wie ein Christ denkt Wie bitte? Also ist damit gemeint Also damit ist gemeint Dass ein Also Der Fehler ist Dass ein allmächtiger Wissen sollte An was ein Christ glaubt Oder Richtig Weil er ist doch allmächtig Er sollte ja wissen Dass wir an einen einzigen Gott glauben Aber wir sehen hier Dass er sagt Was Hey Die Christen glauben an drei Götter Wir glauben aber nicht an drei Götter Wir glauben immer noch an einen einzigen Gott Und daran merkt man Ich auch nicht Gott Wie bitte? Maria Ich auch nicht Gott Da kommen wir auch noch mal Deswegen Firo Meine Frage Meine Frage an dich Firo Findest du, dass dieser Gott wissend ist? Jetzt ehrliche Antwort Nein Dankeschön Lies uns mal den Vers selber mal vor Damit das Damit ich das, was ich gelesen habe Das ist dies bestätigt Nicht, dass es heißt, dass ich irgendwas verdreht habe Lies das mal bitte selber vor kurz Ich habe den Graf vor mir Okay Darum glaubt an Allah und seine Gesandten Er sagt, dass wir an drei Götter glauben Nie Nie Frag jeden Jeden einzelnen Christen Wir glauben nie an drei Götter Hier hat Allah einen Fehler gemacht Er sagt, wir glauben an drei Götter Was nicht stimmt Wir beten einen einzigen Gott an Und das ist der Herr Jesus Christus Das ist der eine einzige Gott, an den wir glauben Im Alten Testament Ein Glaube Ein Gott Eine Taufe Allah sagt aber, wir beten drei Götter an Da sehen wir schon mal, dass dieser Gott der Muslime Ich sage immer Gott der Araber Gott der Muslime Der größte Jahil ist ein unwissender Gott Sie beten zu einem Gott, der nicht helfen tut Der kann nicht helfen Wir haben die Heuschreckenplage in der Kabah gesehen Das Ereignis im Alten Testament Im Alten Testament, wo der Pharao von Heuschrecken überfüllt worden ist Wiederholt sich in der Kabah In der Kabah gab es Heuschreckenplagen In Dubai sehen wir wieder überall voll mit Wasser überschwemmt worden Weißt du, warum diese Ereignisse passieren? Diese Ereignisse passieren Weil Gott ein Zeichen setzt Dass diese umkehren müssen Weil das Götzendiener sind Und trotzdem stellen sie sich in der Moschee Gott hört euch nicht Und Gott wird euch niemals hören Warum wird euch Gott nicht mehr hören? Weil ihr Götzendiener seid Es ist nicht böse gemeint Aber ihr seid immer noch Götzendiener Es ist einfach so Und diese Ereignisse werden noch sehr oft passieren Es wird sogar noch viel schlimmer Also Heuschrecken in Mekka Heuschrecken in Mekka Und was war das andere? Überflutung? In Dubai Schau dir mal die Überflutung in Dubai an Ja Ja Dann schreibt der eine Warum treffe ich dich wie sowas nie draußen? Ich glaube, das willst du nicht Viro Was ich dir mitgeben möchte Einfach Ja Die Bibel spricht die Wahrheit Die Bibel spricht das Wort Gottes Das Evangelium Ist das Wort Gottes Dann ist da halt das nächste Problem Ähm Wenn ich jetzt sagen wir mal Eine Bibel kaufen würde oder so Weißt du was? Kauf die keine Ich schicke dir eine Ehrlich? Nein Nein Mit dem Geld Mit dem Geld ist auf gar keinen Fall Nein Das ist meine Arbeit Hör zu Hör zu Das ist meine Arbeit Ich mach das sehr gerne Ja Das Problem ist halt mit der Familie Also eine Bibel Das würden die noch glaube ich verstehen Aber Dann ist da jetzt noch das nächste Problem Sagen wir mal Ich würde wirklich den Weg finden Das mit der Taufe wäre Wirklich schwer für mich Ich denke Ich würde das hinkriegen Aber es würde Zeitbahn sprechen Es würde wirklich Zeitbahn sprechen Alles gut Guck mal Weißt du was wir machen? Bevor wir Guck mal Ich möchte Nicht zu schnell Alles gut Ich will dir noch mehrere Sachen zeigen Damit du diesen Fehler auch wirklich siehst Okay Damit du diesen Fehler auch wirklich siehst Ähm Wir kommen gleich zu dem was du gesagt hast Kein Stress Wirklich kein Stress Alles in aller Liebe Ähm Geh mal in Zure 5 Vers 160 Ich zeige dir mal Das allerschlimmste Vers hier drin Ich werde dir auch sagen Warum das der schlimmste Zure 5 Vers 116 Vers 116 Okay Nimm dir Zeit Solange du kannst Es kein Problem Alles gut Wir haben keine Eile oder so Okay Habs Ja Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Leute Er ist ehrlich Und er will wissen Leute Wirklich Alle mal ein Herz In den Chat Alle Ehre Dem Herrn Jesus Christus Dafür Dass der Kerl Ehrlich ist Und selber auch merkt Dass da ein Problem ist Und dass er kein verhärtetes Herz hat Wie dieser Pharao Im Alten Testament Er ist ehrlich zu sich selbst Er will die Wahrheit wissen Weil er will nicht verloren gehen Denn Jesus Christus liebt ihn Und deswegen Leute Zeigt ihnen die Liebe Alle ein Herzchen im Chat Zeigt ihnen die Liebe Leute Denn der Herr Jesus Christus Ist echt Und er ist lebendig Leute Ja Wow Jetzt bin ich wieder voll im Programm Dritte Oder Leute Bäm Bäm Mal wieder richtig voll im Programm Jetzt bin ich richtig voller Energie Ja Ich bin wieder da Und das ist wichtig Leute In aller Liebe Leute Also Suche 5 Vers 116 Firo Bist du drinne? Ja Bin drinne Okay Ich lese es dir vor, okay? Ja Alles klar Also Wir lesen hier Suche 5 Vers 116 Hier sagt Allah Oh Issa Sohn Merims Bist du es Der zu den Menschen gesagt hat Nimm mich Und meine Mutter Außer Allah Außer Allah Zu Göttern So Komma Firo Weißt du warum ich dir Diese Sache gezeigt habe? Ich habe dir das gezeigt Weil ich dir damit zeigen möchte Dass dieser Gott An dem sie glauben Ein falscher Gott ist Ja Ich erkläre es dir Ähm Hier sagt Allah Selber Ähm Hey Guck mal Sie nehmen Jesus Und Mutter Maria Zu Gott Du kannst Auf der ganzen Welt Jeden einzelnen Christen Fragen Ob wir sagen Dass Maria Gott ist Haben wir nie gesagt Du wirst Du wirst Keinen Christen finden Der jemals sagt Maria ist Gott Es Auf der ganzen Welt Kein einziger Christ Wird jemals sagen Mutter Maria Ist Gott für uns Das stimmt nicht Das ist eine Große Lüge Und das bestätigt Ja schon mal alles Dass dieses Buch Heuchlerhaft ist Voller Heuchler ist Und dieses Buch Bestätigt auch Dass dies Ein Mensch geschrieben hat Und das ist nicht Das Wort Gottes Weil ein Gott Sollte wissend sein Allwissend sein Und hier lesen wir Dass Allah sagt Hey Sie haben Mutter Maria Und Jesus Christus Zu Gott genommen Aber keiner von den Christen Hat jemals gesagt Dass Mutter Maria Gott ist Haben wir nie gesagt Wie eben Also Dass ein allmächtiger Gott Wieder unwissend ist Dankeschön Darum geht's Aber kannst du mir Soweit folgen Worauf ich hinaus möchte Ja Auf jeden Fall Okay In diesem Vers Sehen wir hier Ich möchte bitte Dass du Das selber Nochmal lesen Tust Kannst du das Nochmal lesen Okay Und wenn Allah sagt Oh Isa So Mariams Bist du es Der zu den Menschen gesagt hat Nimm mich Und meine Mutter Außer Allah Zu Gott Würde sagen Preis sei dir Es steht mir nicht zu Etwas zu sagen Wozu ich kein Recht habe Wenn ich es Tatsächlich doch Gesagt hätte Dann wüsstest du es bestimmt Du weißt Was in mir vorgeht Aber ich weiß nicht Was in dir vorgeht Du bist ja der Allwisser Der verborgenen Dinge Danke Guck mal Okay Okay Suche 19 Vers 83 Okay Okay Ich muss noch kurz runter scrollen Zum Vers Okay Habs Ja Ich bin gleich Ich bin gleich wieder zurück Ich bin gleich wieder zurück Okay Okay bitte Bis dann Und du hast verstanden Um was Um was das genau geht Ja Konnt bis jetzt Alles gut Allem gut folgen Okay Frage an dich Wie fühlst du dich So Jesus angezogen Wie ist das für dich So gemeint Kannst du uns das erklären Perfekt erklären kann ich es nicht Aber mein gewissen sagt mir Dass dort die wahrheit steckt Und an sich bekomme ich irgendwie so ein freudengefühl So ein Ich kann es nicht beschreiben Auch schon so gänsehaut ist auch dabei Also perfekt beschreiben kann ich es nicht Aber so ein Dass da so die wahrheit drin steckt Dass das das richtige ist Das fühle ich irgendwie Okay Ja das freut mich Hat doch so ein gutes Gefühl So ein freudegefühl Ist auch noch so drin Okay das freut mich Gibst du dein Wie gesagt Wie die Schwester vorher gesagt Dass Wenn du alleine bist Ins Bett Bitte zu Jesus Das werde ich auf jeden Fall machen Werde ich auf jeden Fall noch machen Dann gibst du Ja mag das Und gibst du dann dein Leben Jesus Christus Weil er sagt selber Er ist der Weg Die Wahrheit und das Leben Und niemand kommt zum Vater Außer nur du ihn Und wenn du dich so fühlst Dann gib dein Leben Jesus Nimm ihn an In deine Herzen Bei uns ist keine Schahada Weißt du wo du sprechen musst Dann bist du angeblich Muslim Viele Muslime wissen gar nicht Dass sie gar keine Muslime sind Weil die Schahada hat eine Säule Die erfüllt werden muss Damit deine Schahada überhaupt gültig ist Das wissen viele Menschen Nicht Muslime Vor allem Dass sie eigentlich von Allah her gesehen Käfer sind Ungläubige Das ist so Aber wenn du dann In dein Bett bist Beter für Der Herr Und dir in dein Leben Schalos Gott Werde ich heute auch Genau Amen Wir werden jetzt auch gleich Bisschen Bergpredigt machen Aber ich will die zwei Sachen zeigen Und dann werde ich dir was Schönes Aus der Bibel lesen Das habe ich auch vorhin schon Gezeigt Ja also die Brüder Und die Geschwister Die haben das schon gehört Aber ich mache das auch extra für dich Das ist kein Problem Hast du suchen 19 Vers 83 Hab ich gerade vor mir Okay Lies das mal vor Siehst du nicht Dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben Damit sie sie heftig aufreizen Okay Der Teufel richtig Weil er schickt ja Dämonen Um andere aufzureizen Sind wir einer Meinung Ja Dankeschön Der Teufel schickt Satane Und nicht Gott Gott schickt keine Dämonen Um Ungläubige aufzureizen Ja und da sehen wir Ja und da sehen wir Das ist der Teufel Höchstpersönlich Ja in diesem Vers So und jetzt Bitte Du musst gut zuhören Wir lesen ja hier einmal Dass dieser Gott der Muslime Satane schickt Okay Er schickt Satane Um Ungläubige Aufzureizen So Also sehen wir Dass dieser Gott der Muslime Mit den Satanen arbeitet Sind wir da einer Meinung Ja sind wir Wenn da schon so ein Chorat steht Genau Und jetzt geh mal in Sura 67 Vers 5 Okay 67 Vers 5 Okay Bin drauf Okay Jetzt wenn du 67 Vers 5 gehst Lesen wir doch Wir haben ja den untersten Himmel Mit Lampen geschmückt Und haben sie zu Wurf geschossen Gegen die Satane gemacht Also einmal schickt er Satane Um andere aufzureizen Jetzt aber hat er was Er hat Wurfgeschosse Gegen die Satane gemacht Findet den Fehler Wurfgeschosse Also Ich muss Links nach vor Ja Wir haben Ja den untersten Himmel Mit Lampen geschmückt Und haben sie Zu Wurf geschossen Gegen die Satane gemacht Und bereitet haben wir Für sie Die Strafe der Feuerklut Danke Hat er nicht im anderen Vers gesagt Dass er Dämonen schickt Jetzt plötzlich Ist er gegen Dämonen Das gibt auch keinen Sinn Ja Verstehst du jetzt Ich hab's verstanden Ja Er will die Dämonen bestrafen Aber andererseits Gibt er ihnen auch Aufträge Und so Dankeschön Ist das nicht ein Jahin Gott Ja Das Dankeschön Für mich ist das kein Gott Das ist ein unwissender Gott Auf jeden Fall So ergibt das wirklich keinen Sinn Er gibt gar keinen Sinn 0 0 0 0 0 Das ist niemals ein Gott Der hier spricht Einmal arbeitet er mit Satane zusammen Und schickt sie Um Ungläubige aufzureizen Hier wieder rundherum Bastelt er sich Ein Ball Ein Wurfgeschoss Ja Das muss man jetzt mal so sagen Und dann schießt er Gegen die Satane Also hier ist er plötzlich Gegen die Satane Aber im anderen Vers Ja in der Surah 19 Sehen wir Er ist für die Satane Und schickt sie Und was Um Ungläubige aufzureizen Wow Was ein wissender Gott Was ein Hammer Gottes ist Wow Allah-u-kbar Die Muslime würden jetzt sagen Allah-u-kbar 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 Ja wow Was ein Gott Der ist so wissend Allah-u-kbar Allah-u-kbar Genau Ja Allah-u-kbar Er schickt einmal Dämonen Und dann schießt er Gegen Dämonen wieder Wow Ich glaube der hat Zu viel Dragon Ball angeguckt Dieser Allah Er schießt Wurfgeschosse Gegen Satane Ja Wow Wow Er sagt sogar Allah-u-kbar Allah-u-kbar Tagbir 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 Und dann macht er Kamehameha Wurfgeschoss Bam Der schießt wieder Gegen Satane Boah Mashallah Masha Allah Masha Allah Und dann wollt ihr zu uns Christen kommen Und uns über unseren Glauben etwas erzählen Das kannst du niemanden erzählen Wenn das jetzt mein Bruder Arzach wäre Der hätte gesagt Das kannst du niemanden erzählen Das kannst du niemanden erzählen Ja Also Bruder Firo Ich hab's dir gezeigt Du kannst diese zwei Sachen Dir Merken Die Brüder wollen noch eine Sache von mir wissen Guck mal Firo Ich erzähl dir mal was Ich glaube du hast es auch sehr sehr oft gehört Dass Muslime immer sagen Warum haben die gebetet Er hat gebetet wie ein Moslem Also dass Jesus Christus gebetet hat wie ein Moslem Richtig? Genau Also halt sich so auf dem Boden Also wie soll ich das beschreiben? Darf man Allah Vater nennen? Nein Dankeschön Jesus sprach zum Vater Während er auf die Knie gegangen ist So Und dann sagen sie ja immer Warum hat er gebetet wie ein Moslem So Wir beide sind uns doch einig Der Islam kam ja 600 Jahre später Richtig? Ja Dankeschön So Also Denn haben ja die Muslime so gebetet wie wir Richtig oder falsch? Richtig Also dann haben wir den nachgemacht Dankeschön So Und jetzt musst du dir vorstellen Wenn die uns nachmachen Das einzige Was sie anders machen Ja Und das kann ich bestätigen Ja Ist Sie machen den hier Rechts Fuh Fuh Links Fuh Fuh Und dann machen die den hier Ja ok Ja wow Das ist das einzige was sie So anders gemacht haben Wow Danke Danke Ihr habt uns erleuchtet Thanks Das einzige Firo was sie anders gemacht haben Ist ihr Kopf nach rechts Fuh 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 Links Fuh Ich verkünde das evangelium für dich Ok Hast du die Hast du Hast du ein tablet da Was hast du nochmal da hast du gesagt iPad iPad Ok Ich möchte mit dir das evangelium durchgehen Kannst du bitte bibelserver aufschlagen Bibelserver das eine website Nochmal Ok Eine website ist das oder Es ist eine website genau Es ist eine website genau Einfach bibelserver auf google eingeben Dotcom Ok Bist du drinne Bin drinne Dann gehst du bitte auf Matthäus 6 vers 5 Aber bitte schlachter version kannst du auch elberfelder nehmen ist auch gar kein problem Matthäus weißt wie Matthäus geschrieben wird Ja Ja also m a t t h e us Ich weiß jetzt gar nicht wie ich hier den vers eingeben kann Das Ganz rechts auf dieser spalte wo du das eingibst kannst du die versionen eingeben Denn scrollst du runter und gehst auf schlachter 2000 Schlachter 2000 Ja genau Habs Genau Und jetzt Matthäus kapitel 6 vers 5 Hast du es offen Kapitel 6 Vers Einfach 6 und dann unten in Klammer 5 Das reicht schon Den kommt der Vers Vom Beten das war Terunza Und dann also sind wir jetzt zwei Dinger aufgeschlagen Zwei irgendwie zwei Seiten aufgeschlagen Genau Es sind zwei Weil du die Luther schließen musst Du musst nochmal auf rechts auf diese Leiste gehen Und Luther schließen Denn zeigt es nur die Schlachter an Okay Luther Ja genau Luther ist auch noch an Sehe ich gerade Genau Das musst du schließen Genau Okay Ja hab's Dankeschön Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Leute Sehr sehr schön Jetzt sind wir wirklich sehr sehr konzentriert Leute Alle tippen Alle mal ein Herzchen rein Wirklich Der Stream ist gesegnet Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Dass wir die Wahrheit sprechen können Und dass wir das Wort des Herrn verkünden können Und Ihnen einfach Gewisse Dinge zeigen Können Die einfach der Wahrheit entsprechen Komm mal Firo Es geht hier um eine Prophezeiung Was der Herr Jesus Christus Uns offenbart Okay Warum ich sage eine Prophezeiung Ich werde es dir vorlesen Und du sagst mir Auf wen das bezogen ist Ich lese es dir vor Du sagst mir Auf wen das bezogen ist Okay Und du bist sehr ehrlich Und das finde ich gut Ich lese es dir vor Und wenn du betest Sollst du nicht sein Wie die Heuchler Denn sie stellen sich gern In den Synagogen Und an den Straßenecken Auf und beten Um von Leuten Bemerkt zu werden Wahrlich Ich sage euch Sie haben ihren Lohn Schon längst empfangen So Wenn wir diesen Vers hier lesen Dass dieser Vers prophezeit etwas Sie schmeißen ihr Gebetsteppich Vor den Synagogen Und wollen von allen gesehen werden Sie stellen sich hin Vor der Menschheit Und von allen gesehen zu werden Auf wen bezieht sich das? Auf die Muslime Dankeschön Siehst du diesen Vers Als eine Prophezeiung? Ist ja schon aufgetreten Richtig Siehst du es Für jetzt An die heutige Zeit Siehst du es als Prophezeiung? Ja Als eigentlich schon Warum sehen wir das denn Warum sehen wir das Als Prophezeiung? Das erfüllt sich auch jetzt Das sehen wir ja auch jetzt, oder? Ja Das hat sich schon erfüllt Auf jeden Fall Das hat sich schon erfüllt Danke 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 Ich will nur von dir wissen Ob das stimmt Weil du bist ja Moslem gewesen Und Ich denke mal Nur du kannst es bestätigen Was auch hier drin steht Deswegen lese ich das auch vor Das was ich vorgelesen habe Bitte Firo Stimmt das Ja oder nein? Stimmt auf jeden Fall Das sieht man Und dass sie sich dann auch irgendwie so Versuchen bemerkbar zu machen Das ist auf jeden Fall auch richtig Das merkt man auch Egal wo man ist Also ich stimme dem Ganzen zu Danke Weißt du was Jesus Christus aber sagt Jesus Christus sagt was Und tun was und tun was und freuen sich und beten und sagen hey mein Gott ist allmächtig Aber Gott sagt mach es in deinem Kämmerlein Das ist auch viel besser so Richtig danke Tu es im Verborgenen Denn dein Herr wird es öffentlich vergelten Okay Ja Wir lesen sogar weiter Und wenn ihr betet sollt ihr nicht plappern wie die Heiden So warum sagt der Herr plappern wie die Heiden Ja Was bedeutet Heiden 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 sind so wie Götzendiener Einfach Statuenanbeter Steinanbeter Sowas Heiden Ja Heidenvölker Die Menschen zum Beispiel anbeten Das sind alles Heiden Ja beten einfach bestimmte Genau Genau Sowas zum Beispiel Ja das sind Heiden halt Ja Die einfach an was anderes glauben Und nicht an den einen einzigen wahren Gott glauben Ja das sind Heiden Ja Ja Genau Ähm Wir gehen jetzt mal In Wenn du runterscrollst Äh Firo Ähm Denn steht da vom Fasten Bist du auch da Genau Habs gerade Genau Habs gerade gefunden Ja Okay Und zwar Wir lesen hier einmal vom Fasten Ähm Wenn ihr aber fastet Sollt ihr nicht finster dreid sehen Wie die Heuchler Denn sie verstellen ihr Angesicht Damit es von den Leuten bemerkt wird Dass sie fasten Wahrlich Ich sage euch Sie haben ihren Lohn schon empfangen Ja So Ich erkläre dir jetzt mal was Wir lesen hier Dass der Herr sagt Wenn du fasten tust Ja Fasten nicht so wie die Heuchler Denn sie wollen Von allen gesehen werden Okay Sie tun es Um von allen gesehen werden zu wollen Okay Sie stellen Plakate hin Hey wir fasten Und 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 Etc Pp Auf wem bezieht sich Das Fasten Wenn ich dich fragen darf Auch auf die Muslime Dankeschön Ist das hier eine Prophezeiung? Auch Auch eine die erfüllt ist Eine die erfüllt ist Dankeschön Dankeschön Wir wissen Dass wir dem wahrhaftigen Gott dienen Der wahrhaftige Gott Gibt uns hier eine Botschaft Und warnt uns Klar und deutlich Vor diesen Heuchlern Sie versuchen ja Den Leuten zu sagen Hey Happy XXY Hallo Wir haben gefastet Hey Wir sind es Wer sind diese Leute? Die Muslime Dankeschön Okay Und das wird hier auch prophezeit Ja Wow Wow Ich will dir nur eine Sache auch mitgeben Fero Wenn du auf die Knie gehen solltest Und beten solltest Sprich Und bitte Gott um Vergebung Bitte Gott um Vergebung Und wenn du den Herrn Jesus Christus Heute noch nicht angenommen hast Dann nimm ihn heute an Ich werde mich auf jeden Fall heute noch Also ich werde heute noch versuchen Auf jeden Fall mit ihm noch zu sprechen Ich werde auf jeden Fall noch Irrfalt Ja Oh Irrfalt Okay Hey Leute Ich bin nochmal hoch Ich musste nochmal hochkommen Sorry Flex sorry Aber ich habe vorhin mitbekommen Dass da Fero irgendwas gemeint hat Wegen ein bisschen Angst vor der Familie und so Ähm Fero Das Einzige was ich dir sagen kann Ja Wenn du zu Jesus Christus gehören möchtest Wir sind seine Braut Verstehst du? Er wird kommen Und uns erlösen Bevor es auf dieser Welt richtig eklig wird Das heißt Wenn du Zu deinem Bräutigam gehören möchtest Wenn du Wenn du die Braut Des Bräutigams sein möchtest Dann musst du deine Eltern verlassen Klar musst du sie ehren und respektieren Das ist einer der Gebote Gottes Aber wenn du dich für den Herrn Jesus Christus entscheidest Da darf nichts dazwischen stehen Das ist eine Entscheidung Die triffst du für dich Es geht um deine Ewigkeit Nicht um die deiner Mutter Nicht um die deines Vaters Und deiner Familie Das heißt Okay am Anfang kannst du vielleicht langsam machen Versuche einfach wie gesagt mit ihm zu reden Bete zu ihm Tu Buße Frag ihn um Verzeihung Und sobald du eine Beziehung zu den Herrn aufbaust Wird er dir all deine Ängste nehmen Irgendwann wird dir das alles sowas von egal sein Du würdest sogar sterben wollen für ihn Es wäre dir egal Ja das würde auf jeden Fall meinen Glauben Ja ich würde auf jeden Fall meinen Glauben In die Familie stellen Das ist halt ein Prozess Das ist ein Prozess Und da musst du halt einfach durch Das ist ein Preis Den du bezahlen musst Und den du auf jeden Fall auch zahlen musst Weil es geht um deine Ewigkeit Und der Herr wird dir all deine Ängste nehmen Und er wird dir auch zeigen Wie du das machen wirst Mit deiner Familie und alles Und das geht dir Es ist nicht so schwer Es ist nicht so schwer Weil mein Vater ist Atheist Er war selbst Moslem Hat dann auch diese ganzen Suchen und so gelesen Er hat mich auch oft davon überzeugt Vom Islam abzukommen Aber ich habe mich oft selbst belogen Zum Beispiel hat er mir oft gesagt So dass Mohamed Angefasst hat Dann habe ich mir immer so gesagt So habe ich mir das immer so eingeredet So ja damals war es ja so und so Und heute bin ich dann auch reifer geworden Und habe dann auch gecheckt Dass das alles eigentlich damals nur Ausreden waren Und dass ich mich selbst belogen habe Meine Mutter ist muslimisch Aber jetzt auch nicht tränkläubig Es würde klappen Aber ich würde auf jeden Fall zum Beispiel meine Oma Aber ich werde das alles jetzt auch etwas langsam angehen Und werde ihnen das dann auch Falls ich den Glauben annehme Ihnen das dann auch so beibringen Genau Und ich denke auch nicht Die würden vielleicht ein bisschen Also mein Vater nicht Aber meine Mutter wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht Aber wenn ich den Glauben schon annehme Dann stelle ich ihn auch über meine Familie Auf jeden Fall Super, super Und weißt du, Firo Letzten Endes Wenn du den Herrn Jesus in deinem Herzen hast Wirst du eine Ausstrahlung haben Wo deine Mutter sogar guckt und sagt Boah, was ist mit meinem Sohn passiert Und dann wollen die auch das, was du hast Weil er ist der Einzige, der uns erfüllen kann Verstehst du, was ich meine? Und Jesus sagt auch Bevor sie euch gehasst haben Haben sie mich gehasst Das heißt, man muss auch sein Kreuz tragen In diesem Leben Das ist der Preis, den wir bezahlen Um zum Herrn zu gehören Er hat für uns bezahlt Jetzt müssen wir auch für ihn bezahlen So weißt du, was ich meine? Und auf jeden Fall Du berührst mein Herz Ich glaube, ich spreche den Namen der ganzen Zuschauer Du bist so süß Man spürt halt, dass du eine schöne Seele hast Und ich freue mich einfach von ganzem Herzen Dass du gerade hier bei Flex bist Und dass Flex mit dir reden darf Und dass wir dir alle zuhören dürfen Du bist eine schöne Seele Das spürt man Wirklich, Firo Ich weiß nicht, was für ein Landsmann bist Aber möge unser Herr Jesus dich beschützen Den Weg für dich frei machen Und seine Hand auf dich haben Immer, immer, immer Amen Okay, Amen Ich musste nochmal hoch, Flex Sorry, ich musste nochmal hoch Ich musste ihm das sagen Weil, hey, wenn man für den Herrn sich entscheidet Dann ist es alles oder nix Man gibt alles her Alles und trägt sein Kreuz Ganz einfach Gut Dann Dann mache ich nochmal Lese ich dir eine Sache vor Firo, hörst du mich gut? Ja, ich höre dich Firo, mach mal Matthäus Du musst einfach nur oben Bei dem Vers, den ich dir gegeben habe Die Zahlen wegmachen Und einfach 19 In Klammern 27 hinzufügen In Klammern Nicht in Klammern Komma Und dann 27 Genau 27 Ja, okay Vom Lohn der Nachfolge Jesu Vom Lohn der Nachfolge Jesu Genau Ich lese es dir mal vor Du kannst auch mitlesen Ja Da antwortete Petrus und sprach zu ihm Siehe, wir haben alles verlassen Und sind dir nachgefolgt Was wird uns zuteilen? Okay Jesus aber sprach zu ihnen Wahrlich, ich sage euch Ihr, die ihr mich nachgefolgt seid Werdet in der Wiedergeburt Wenn der Sohn des Menschen Auf dem Thron seiner Herrlichkeit Sitzen wird Auch auf zwölf Thronen sitzen Und die zwölf Stämme Israels richten Und da geht es darum Ja Jeder, der die Häuser Brüder, Schwester Vater, Mutter Frau, Kinder, Ecker Verlässt Um den Namenswillen Um den Herrn Für den Herrn Der wird es hundertfach empfangen Der wird es hundertfach empfangen Warum? Du hast alles liegen gelassen Du hast Gott an erster Stelle gesetzt Und du bist für den Herrn Jesus Christus Und so wirst du was die Ewigkeit für immer empfangen Ganz einfach erklärt Amen Und deswegen gebe ich dir heute eine Sache mit Mir würde auch nichts im Wege stehen Ich würde lieber den Herrn Jesus Christus an erster Stelle haben Warum? Denn durch ihn werde ich das ewige Leben haben Ein Mohammed Durch Mohammed Die Muslime wissen selber nicht mal wo Mohammed ist Mohammed sagt in Surah 46 Vers 9 Er sagte mal Ich weiß nicht was mit mir passiert Ich weiß nicht was mit euch passiert Weil er ein falscher Prophet ist Deswegen wusste er es nicht Weil ein Prophet Der ein angeblicher Prophet ist Sollte wissen, dass er im Paradies kommt Aber er sagte selber Ich weiß nicht was mit mir passiert Und ich weiß nicht was mit euch passiert Das ist auch sehr komisch Ja Danke Surah 46 Danke Get my Venom Vielen, vielen Dank Leute für euren Support Ich küsse eure Herzen Wir haben fast 300.000 Likes Vielen, vielen Dank Leute Ich küsse eure Herzen Du musst ganz gut verstehen Wir sehen hier Ein wahrhaftigen Gott, der spricht Der sagt Hey, wenn du an mich glaubst Wirst du das ewige Leben empfangen An Mohammed An die Muslime Die Muslime folgen Mohammed Und Mohammed sagt selber in Surah 46 Vers 9 Hey, ich weiß nicht was mit mir passiert Ich weiß nicht was mit euch passiert Also Die Muslime Die Muslime Wissen nicht mal Was mit ihnen passiert Weil Mohammed selber in dieser Surah zitiert hat Und gesagt hat Ich weiß nicht was mit euch passiert Ich dachte Allah spricht mit Mohammed Also sollte doch Mohammed Den Leuten die Botschaft geben Und sagen Hey, hör zu Allah hat gesagt Wenn ihr seine Worte folgt Wenn ihr die Gebote des Gottes folgt Kommt ihr im Paradies Aber stattdessen Weil er ein falscher Prophet war Dieser Mohammed Sagt er in Surah 46 Vers 9 Ich weiß nicht was mit mir passiert Ich weiß nicht was Ja 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 Super Prophet Alla illa illallah Und kommt dann Rasulallah Genau Toller Prophet Toller Prophet Wow Toller Prophet Und an dem soll ich glauben Und an so jemand soll ich glauben An so jemand soll ich glauben Da glaube ich lieber an Kikiriki 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 Sogar der hat mehr Ahnung Kikiriki Sogar der hat mehr Ahnung Und dann soll ich an einen Mohammed glauben Der selber Nicht mal weiß Was mit ihm passiert Und den Leuten sogar selber sagt Hey Ich weiß auch nicht was mit euch passiert Wow Jesus Christus in Wahrheit Jeschua al-Masihu Akbar Ja Jeschua al-Masihu Akbar Ja Vielleicht Was ich noch sagen wollte Bruder Hör mal zu Weißt du Dieser Heuschler Der am Anfang In deinem Livestream kam Der hat ja stundenlang Eure komplette Energie gesaugt Und von jedem Zuschauer Und dann Vielleicht hast du nicht Sobei nachgedacht Aber ich erinnere dich mal Unser Gott ist so Groß Flex Der bringt so Als Antwort Auf die ganzen Hater Bringt er eine reine Schöne Seele Zu dir Im Stream Wie dieser Firo Der einfach ehrlich ist Erstmal Wirklich ehrlich Der einfach Nicht heuchelt Der direkt ist Und Einfach nach der Wahrheit Sucht Und das schon seit längerem Spürt Das war so Eine Antwort Von unserem Herrn An all deine Hater Dass deine Arbeit Und die von Mensa Und den ganzen anderen Brüdern Nicht für nix ist Weißt du Das ist einfach So eine Belohnung So hier guck mal Jetzt bringe ich euch Ihr habt diesen Heuchler Jetzt gesehen Ihr habt alle Er hat eure Energie gesaugt Jetzt gebe ich dem Flex Mal eine neue Energieboost Und der hat diesen Jungen Da reingebracht Und du bist wieder aufgeblüht Und warst voll in deinem Element Und wir sind alle dabei gewesen Das war so schön Ich bin so glücklich Einfach gerade Wirklich Ja Also Firo Du hast uns alle glücklich gemacht Weißt du Glaub mir Der Herr freut sich mehr über dich Als alle die geboren sind Als Christen Er freut sich über die verlorenen Schafe Die zurückkommen Weißt du was ich meine Und Es ist einfach wunderschön Wir wollen dich einfach Von ganzem Herzen Willkommen heißen In unseren Glauben Aber erst musst du mit dem Herrn reden Und erst musst du Ihn annehmen Und dieses Gespräch mit ihm haben Bete zu ihm Und dann ist alles gut Alles wird gut Dankeschön Wirklich Dankeschön Für die Unterstützung Jeden Fall Ja Was ich dir noch sagen möchte Glaubst du an die Ewigkeit mit Gott gemeinsam Oder möchtest du Oder möchtest du 72 Jungfrauen im Paradies Ich glaube an die Ewigkeit mit Gott gemeinsam Das mit den 72 Jungfrauen hat mich dann auch wirklich schon verstört Dankeschön Dankeschön Du bist ehrlich Jeshua Al-Masihu Akbar Jeshua Al-Masihu Akbar Keine 72 Jungfrauen Dieses satanische Denken Dass man im Paradies 72 Jungfrauen bekommt Übrigens sind diese Lehren sogar sehr satanisch Ja Dass man Dass diese Männer 72 Jungfrauen bekommen XXY Das ist Katastrophe Ja Kriegt ihr nicht 100 Falsch Wir kriegen nicht 100 Sondern wenn wir aus Matthäus 19,27 zitieren Geht es um den Lohn der Nachfolger von Jesus Christus Es geht nicht darum Dass wir es 100fältig 100 Frauen bekommen Es geht darum Wenn wir alles liegen lassen Für den Herrn Jesus Christus Werden wir es 100fach bekommen Darum geht es Ja Und 100fach zu bekommen heißt damit Das ewige Leben Und die Gemeinde Das ist damit gemeint Da geht es nicht darum Dass wir 100 Frauen bekommen Hier steht auch nicht drinnen Dass wir Frauen bekommen Und hier steht auch nicht drinnen Dass wir 100 Frauen bekommen Ja Übrigens an die Heuchler Die Dass sie reinschreiben Wir bekommen keine 100 Frauen im Paradies Im Christentum Das ist totaler Schwachsinn Ja Flex Eine Frau reicht dir doch oder? Eine Frau reicht dir doch oder? Eine Frau reicht dir doch oder? Vielleicht will ich ja auch Die 72 Huris haben Oh nee oder? Niemals Ja 72 Jungfrauen Die haben mit sehr viel Gammelhonig und Patsch Ja Wow Was ein Glaube Zum Thema Islamwissenschaft Ey aber Juli ist dir mal aufgefallen Ich ziehe meine Sam'sche Moonkarte heute nicht raus Ich bin ganz entspannt Ganz entspannt Auf jeden Fall Du bist ganz entspannt Ganz entspannt Du bist ganz relaxed Und wir sind alle relaxed mit dir Alles gut Du hast alles unter Kontrolle Der Herr ist auf jeden Fall mit dir Ja 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 Absolut Wenn du dich so wohl fühlst in so einem Glauben Ob es jetzt richtig oder falsch ist Dann ist denen ihr Herz einfach dort Weißt du was ich meine? Absolut Ich verstehe was ich meine Deswegen Nicht jeder wird ins Himmelreich kommen Das wusste Gott ja auch von Anfang an Es werden nicht viele den Weg finden Das heißt viele verlangen mehr nach anderen Sachen Und wenn die sich einen Himmel vorstellen Wo man was weiß ich was machen kann Dann entscheiden die sich dafür Und sagen ja Ja mein Gott sagt das also ist das so Punkt aus Ende Da sollte man auch nicht zu viel Zeit verschwenden Aber guck mal wenn man jetzt jemanden hat So wie der Firo Der hochkommt und sagt Hey ich spüre da was Es zieht mich an Ich zweifle hier Dann kann man reden Und dann gibt es einem auch gute Energie Und es erfüllt dich auch mit Energie Weißt du was ich meine? Weil dann mein Mann dann halt einfach merkt Da kommt was an Und man sät etwas und es blüht Also die Früchte kann man sehen Weißt du was ich meine Flex? Ja Also es gibt viele Guck mal es gibt so Ganz ehrlich Es gibt so ein türkischer Junge Der sagt immer zu mir Ja also Der debattiert Ich will es nicht debattieren nennen Aber wir reden ganz oft über Glaube und so Und er sagt mir so Ja und er versucht mich halt zu überzeugen davon Aber kann er halt nicht Sagte ja aber du bist so dickköpfig Und dies und das Und dann sagt er einfach zu mir so Ja wenn ich zum Beispiel in den Himmel gehe Und wenn ich das und das mache Dann darf ich mir wünschen was ich möchte Und wenn ich dich haben möchte Weil er versucht ja schon seit Jahren irgendwie Mich zu bekommen Und ich habe immer gesagt Hör mal zu Nicht wegen irgendwas Bevor ich irgendeinen Gedanken daran investiere Also ich darin spende Du und ich niemals Weil wir dienen nicht dem gleichen Gott Das würde niemals Deswegen ich denke nicht mal dran Ja Kilometer entfernt Sagt er so zu mir Ja aber mein Gott ist so gut Und so barmherzig Und dies und das Er so wenn ich möchte Wenn ich dich möchte Dann werde ich dich bekommen Im Himmel Und ich so was Er so ja Ich kann dann mit dir heiraten Im Himmel und so Ich kann mir aussuchen Wenn ich dich will Und dann muss ich nur dies Und auch keine Ahnung Was er alles gesagt hat Was er dann machen muss Dann würde er sich was wünschen können Und er würde exakt mich Dort im Himmel bekommen Und ich so Boah heftig Alter werde ich geklont Von deinem Gott oder was Was geht Aber einfach so Wie kann man dann sowas glauben So jetzt mal wirklich Weil der Himmel dreht sich doch um Gott Wir tun doch alles Um bei ihm zu sein Wir dienen doch nicht dem Herrn Damit wir im Himmel Das machen können Was wir wollen Hallo Das ist Flex du bist weg Deine Stimme Man hört das nicht Also Es ist ganz einfach zu verstehen Das steht in den Hadithen Das was du alles gesagt hast Steht tatsächlich wirklich In den Hadithen Das kann ich bestätigen Das ist so Im Paradies kannst du heiraten Du kannst sogar im Paradies Kinder bekommen Ja Das ist der Wahnsinn Da gibt es wirklich Hadithe Sunnitische Hadithe Wo du im Paradies Kinder bekommst Wenn diese Erde vergeht Kriegen wir keine Kinder Da oben im Paradies Ja daran merkt man schon wieder Dass es nichts mit Gott zu tun hat Also wirklich Das ist schon hart Dass diese Dinge da drin stehen Und dass diese so verblendet sind Und daran glauben Dass sie im Paradies Kinder bekommen Also sorry Rebstöcke Aber das war gruselig Junge Knaben Junge Knaben kriegen die Und so Aber egal Das ist wieder ein anderes Thema Aber wie sieht es denn aus Mit diesen Jungfrauen Oder jungen Knaben Ich meine Was haben die denn im Paradies verdient Verdienen die denn keinen Frieden Die werden nur bombardiert Aber wieso Das verstehe ich nicht Jeder Mensch will doch da hinkommen Um Frieden zu haben Mit Gott zusammen Die werden nur bombardiert Die Männer Die Männer kriegen alles Die Männer kriegen Frauen Rebstöcke Aus Wein Und alles Lesen wir alles in Zure 78 Das ist Lesen wir alles In Zure 56 Vers 17 Lesen wir das ebenfalls Mit den URIs Die Frauen Sind eigentlich nur da Dass die Männer Sie bombardieren können Nichts anderes Die Frauen sind eigentlich nur da Die Frauen sind eigentlich nur da Dass sie bombardiert werden Das war Heftig Aber ich weiß Ein Mann Ein Mann 72 Jungfrauen Klatsch 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 Und es gibt sogar Eine Überlieferungskette Ein Hadith Ich muss das nochmal suchen Wenn du mit deiner Frau verkehrst Ja Musst du Während du Mit ihr verkehrst Musst du sagen Bismillah So jetzt Juli Stell dir mal vor Jetzt hör zu Juli Lass mich Kilo Kilo Jetzt Hör zu Klatsch 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 Bismillah Klatsch Bismillah Klatsch Klatsch Bismillah Maschallah Wow Wow Was ein Gott Das würde doch vollstern Und du solltest eigentlich Ey das ist krank Ey das ist krank Wirklich Das ist echt krank Leute ich weiß Wir lachen zwar drüber Aber Leute Das tut weh Bismillah Ich komme da nicht hin Bismillah Bismillah Wow Hör auf Reicht jetzt Ja Das war auch so eine Sache Wieso Dass die Frau so runter gemacht wird Im Islam Ist dann auch so eine Sache Was mich immer so Traurig gemacht hat Aber ich habe mich dann Im Endeffekt immer selbst belogen Aber jetzt sind ja zum Glück Meine Augen geöffnet Halleluja Wahrheit Halleluja Alle Ehre dem Herrn Der Herr liebt dich Weil sonst würde er dich auch nicht aus der Menge rausziehen Also ich glaube schon Dass manche Leute chosen sind Also ausersucht Ausgesucht Ganz kurz Mein lieber Firo Ich glaube ich habe dir wirklich sehr sehr viel mitgegeben Ich könnte dir noch weiterhin gewisse Stellen geben Bezüglich auch Dass Mohammed wirklich ein falscher Prophet ist Denn in Matthäus 24 lesen wir das ebenfalls In Jeremia 14 14 lesen wir das ebenfalls In Jeremia 23 21 lesen wir das Einfach nur um zu bestätigen Dass dieser Prophet An den sie glauben Dass er wirklich falsch ist Und das prophezeit der Herr Jesus Christus auch Goma Firo Ich würde mich mega freuen Ich würde mich freuen Wenn du das nächste Mal wieder hochkommst Und mir sagst Dass du den Herrn Jesus Christus angenommen hast Die Engel jubeln im Paradies Und weißt du wie sie jubelt Ich würde mich mega freuen Ich wünsche es mir von Herzen Ja Ich bin jetzt nicht einer der sagt Hey jetzt mach und tut Ich wünsche es mir wirklich von Herzen Dass wenn du wieder zurückkommst Und mir sagst Hey Ich habe den Herrn Jesus Christus angenommen Und ich würde dir diesen Gefallen tun Firo Ich schicke dir eine Bibelhörbuch Wir haben einen Bruder hier aus der Community Der Dominik Der Bruder Der hat mir zur Verfügung gestellt Um die Leute Ein Bibelhörbuch zu geben Auch Schlachter 2000 Und damit du es verstehst Ich würde mich auf jeden Fall freuen Ja Das würde mich wirklich freuen Ich folge dir mal Ich folge dir mal zurück Kurz Ganz kurz Oh Warum kann ich nicht in die Leute drauf Kann ich nicht drauf klicken Okay Jetzt Ich folge dir mal zurück Und ich würde mich mega freuen Einfach wenn du mir eine Nachricht schickst Schick mir bitte eine Nachricht Dann schicke ich dir eine Schlachter Hörbuch Das würde mich wirklich sehr freuen Sehr gerne Weil Weißt du warum Wenn du hörst Verstehst du es besser Wie wenn du es lesen tust Also meine Meinung Das ist meine Meinung Kann gut sein Ja Also ich finde Ich kann mir die Sachen besser abspeichern Wenn ich zuhöre Ja Und als zu lesen Ja Also lieber hören Und dann speicherst du das auch viel viel besser ab Ja Genau Aber Philo Ich bedanke mich für dein respektvollen Gespräch Dass wir ein respektvolles Gespräch führen konnten Und Nicht zu danken Wirklich nichts zu danken Du hast mir geholfen Da gibt es auch nichts zu danken Wirklich also An jedem hier Der hier drin ist Also wirklich Dankeschön Also auch Juli Das hat mir auch sehr viel Motivation gegeben Wirklich das Hat mich wirklich Also das freut mich wirklich Das Kleiner Bruder Das habe ich von Herzen gemacht Ich fühle mich verpflichtet Dir das zu sagen Und Ich tue es als erstes für den Herrn Und dann für dich Auf jeden Fall Wir gönnen es jedem Dieses Gefühl zu haben Mit dem Herrn Jesus Eine Beziehung zu haben Und Noch mehr hätten wir uns gefreut Würdest du jetzt direkt in diesem Livestream Zum Herrn Beten Zusammen vielleicht mit Einen von uns Aber mach das Alles auch in Stille Alles gut Wie du es machen möchtest Wie du dich gut fühlst Dabei mach einfach was Was für dich richtig ist Wir werden auf jeden Fall Auch heute Ich würde auch fragen Die ganzen Brüder und Schwestern Im Stream Betet für diesen Jungen Mann Dass er auf jeden Fall Beschützt sein darf Vom Herrn Und dass wir Dass er den Weg findet Zum Herrn Und dass der Herr Sich ihm offenbart Und das wird er Auf jeden Fall tun Wir glauben darum Ich werde dir Ich werde dir auch später Damit du verstehst Ja Dass ich dich davon abhalte Ja Ich will, dass deine Seele Ja gerettet ist Es gibt sunnitische Quellen Wo gesagt wird Dass kurden aussehen wie djins Und ich werde dir Eine Quelle sogar geben Wo Mohammed selber sagt Ja bevor du gehst Ich gebe dir Den letzten Vers Den du sogar selber Überprüfen kannst Ja sunnan Sunnan Abidawud Ich lese es dir vor Ja Ups Ups Also Sunnan Abidawud Kannst du das dir aufschreiben Ich möchte, dass du es dir aufschreibst Damit du die Bestätigung hast Was ich dir sage Abu Abidawud Warte Nee, halt Ich habe einen Fehler gemacht Warte Ich Sorry Warte Warte Ganz kurz bitte Ich habe es gleich Gib mir nur Eine Sekunde Firo Bleib bitte wie du bist Ja Dankeschön Wirklich Bleib Wie du bist Sunnan Hast du es aufgeschrieben Sunnan Sunnan An Nassai An Nassai 3177 Das geht übrigens auch an die Türken Ich hoffe, dass die Türken hier drin sind Die auch das aufschreiben, was ich sage Ja Türken 3177 Genau Schlag das mal bitte auf Und dann lesen wir das zusammen Okay Hab Okay Was steht da The Book of Jihad Richtig Ja Okay Da steht doch The hour will not beginn Richtig Ja Die Stunde wird nicht beginn Okay Ich lese es vor Ich lese es vor Also The hour will not beginn Until the Muslims Fight the Turks A people With faces Like hammered shields Who wear clothes Made of hair And shoes Made of hair Also Wir sehen hier Das Mohammed Sagt Hey Die Stunde wird nicht beginnen Bis die Muslime die Türken bekämpfen Deren Gesichter aussehen wie gehämmerte Schilder Eine frage für Ist das für dich ein prophet Ja Der so redet gegen gegen nationen Er beleidigt gerade Er beleidigt die türken Und wenn du runter gehst Scroll mal bisschen runter Denn liest du da steht Das ist sogar eingestuft als Was ist scheinbar Eine authentische Authentische Quelle Authentische Quelle Ist eine authentische Quelle Authentisch Genau Findest du es gut Dass so ein Mensch Türken beleidigt Findest du das gut Ich finde es tut mir weh Ich sag dir ehrlich Das tut mir weh Nee Als kurze Finde ich das auch gar nicht okay Dass man eine Nachbisum runter macht Dankeschön Es gibt sogar eine Überlieferungskette Wo er klipp und klar sogar sagt Die Kurden sehen aus wie Dschins Wow Das ist auch Wir wurden doch auch von Gott erschaffen Wir sind doch alle von Gott erschaffen Egal wie jeder einzelne aussieht Wir wurden alle von Gott erschaffen Und Das schockiert mich gerade Ja Das hatte ich gerade wirklich sehr schockiert Gott hat uns ja erschaffen Nach seinem Ebenbild Und er hat sich sehr viel Zeit Und Liebe genommen Und uns Zu machen wie wir sind Alles Weißt du Und dann jemanden zu vergleichen Mit egal was Ist einfach Nicht göttlich Also mir tut das weh Weißt du was mir am meisten weh tut Firo Mir tut weh Dass die Kurden Türken Dass die das folgen Und jeder sagt Oh Allah Aber dabei beleidigt der Kurden Und die Türken Er sagt selber In Sunan An Nassai 3177 Das wurde eingestuft Als Zahi Das ist etwas Was die in der Moschee Niemals zeigen werden Weil sie genau wissen Wenn sie das in der Moschee Zitieren Denn während die Leute sagen Hä Was hat er gerade gesagt Der Prophet Was Hä What Da hinterfragt sich jeder Diese Sache Ja Da wird jeder sagen Hey das muss ich hinterfragen Warum sagt er das Ja Er sagt ganz klipp und klar Die Stunde Wird nicht beginnen Bis ihr Bis die Muslime Die Türken bekämpft Deren Gesichter aussehen Wie gehämmerte Schilder Wow Heftig Ich höre das jetzt auch Zum ersten Mal Also ich glaube Sehr viele hier Also das ist schon Drehung Für alle die hier sind Die nicht daran glauben Ich zeige euch mal die Quelle Damit ihr seht Wie ekelhaft das ist Ja Wenn man an sowas glaubt Eingestuft Sahih Sunan Anasai 3177 The hour will not begin Unto the Muslim fight The Turks A people with faces Like hammered shields Who wear clothes Made of hair And shoes Made of hair Der beleidigt einfach die Türken Er sagt Die Türken Haben Gesichter Wie gehämmerte Schilder Boah Das ist schon heftig Das ist krank Ja Gehämmerte Schilder So beleidigt er die Türken Der beleidigt die Türken Der beleidigt die Türken Aussehen wie gehämmerte Schilder Wow Und dann gehen die Türken In der Moschee Und sagen Alle Allah Und dann gehen die Türken Und dann gehen die Türken Und dann gehen die Türken Das nennt man Heuchler Ja genau Aber letzten Endes Mein Gott Leute Bitte für jeden Einzelnen Der gerade zuschaut Der nicht zu Jesus gefunden hat Es geht um euch selber Wir zwingen euch nichts auf Wir Weißt du Aber es geht um die Ewigkeit Und guck mal Dieser junge Mann hier Dieser Firo Diese wunderschöne Seele Hat selber nachgedacht Er hat sein Gehirn benutzt Und hat gesucht Nach der Wahrheit Und er spürt es In seinem Herzen Und in seiner Seele So sollte jeder Einzelne Von euch einfach nur mal Nachdenken Oder Ja Denkt einfach mal nach Und dann wenn ihr euch Trotz allem entscheidet dafür Dann ist doch okay Dann macht ihr das Es wäre sehr schade Also Das macht Gott traurig Aber hey Er hat euch einen freien Willen gegeben Und jeder soll Das machen was er möchte Aber wenn das für euch Wenn ihr das Ganze Was ihr gerade gehört habt Vereinbaren könnt Mit eurem Herzen Und mit dem wer ihr seid Dann okay Dann gehört ihr vielleicht dahin Aber letzten Endes Müsst ihr auf jeden Fall Einen Preis bezahlen Und das ist Da schreibt einer Das ist keine Beleidigung Guck mal Das ist das Problem bei euch Ihr heuchelt nur noch Wo es geht Das ist eine Beleidigung Wenn jemand zum Beispiel sagt Ah guck mal Diese Afrikaner Deren Gesichter aussehen Wie gehämmerte Schilder Das ist keine Beleidigung Oder was Ja Also das ist wie Das ist wie streicheln Das ist keine Beleidigung Das ist das Problem Warum ich jeden Tag immer sage Ihr seid Heuchler Ihr seid wirklich heuchler Ich sag das nicht einfach so Ich sag das Weil ihr das bestätigt Dass ihr Heuchler seid Ihr seid nicht ehrlich Ihr seid auch nicht Ihr seid nicht auf der Suche nach der Wahrheit Guck mal Flex Ganz ehrlich ne Wortwörtlich Da drin steht Wortwörtlich Gesichter Die aussehen wie gehämmerte Schilder Diese schreiben in dem Nein Das ist keine Beleidigung Ach was Rasul Aber der will uns noch niemals beleidigen Und so Tut er leider in diesen Hat es egal Human Mein lieber Wie geht's dir? Assalamualaikum Flex Assalamualaikum Firo Erstmal Gottes Segen Firo Wir sprechen Die Tage Ich hoffe wenn du wieder zurückkommst Hast du den Herrn Jesus Christus angenommen Bruder Hoffe ich auch Danke Ich danke dir wirklich vielmals Ich danke dir wirklich auch Dass du dir die Zeit genommen hast Mir das alles zu erklären Das unterstützt mich wirklich sehr Ich war jetzt eigentlich Also ich hatte Zweifel Und ja Jetzt habe ich ja jetzt die Wahrheit Gesehen Herausgefunden Und jetzt Kein Problem Komm immer wieder Komm immer wieder Wir hören dich jetzt gerade nicht Ja wir hören dich nicht Firo wir hören dich gar nicht ne Übrigens wollte ich nur sagen Wir hören dich gar nicht Aber alles gut Komm nochmal Und dann schwätzen wir Das ist kein Problem Und dann können wir Ein schönes Gebet Sprechen zusammen Firo So Human Ja Flex Hallo Und zwar Ich habe ein persönliches Problem Das Das Um eine Schwiegermutter Die gläubige Protestantin geht Ich bin gläubiger Moslem Und ich spreche jetzt als Moslem Zu deinem Herzen Der an Jesus glaubt Ja Mir geht es jetzt darum Ich habe grundsätzlich immer Ich habe grundsätzlich immer Konfrontationen Also auf einer sage ich mal schon sachlichen Ebene Aber die emotional mich sage ich mal belasten Berühren Berühren Weil meine Schwiegermutter mich versucht immer wieder zu missionieren Ja Und ich habe ihr jetzt auf jede mögliche Art und Weise eigentlich deutlich gemacht Also religiös Kulturell Auch altersentsprechend mit Respekt Ja Ihr entgegen zu kommen Ja Also sie ist 83 Jahre alt Aber noch ganz gut dabei Und Habe sie darauf hingewiesen Dass ich ja das eigentlich gar nicht möchte Aber sie kommt dann immer mit neuen Also Psalmen Oder mit neuen Ideen Und Also sie versucht mich ständig zu missionieren Und jetzt meine Frage an dich Sie ist eine Sie ist Deine Mutter Ja ich meine Schwiegermutter Deine Schwiegermutter Ich respektiere deine Schwiegermutter über alles Denn deine Schwiegermutter möchte deine Seele retten Und deswegen sagt sie dir Missionier Sprech über das Evangelium Sprech die Wahrheit Und deswegen küsse ich die Füße deiner Schwiegermutter Warum Sie ist in der Wahrheit Sie ist in der gesunden Lehre Und das ist für mich eine richtige Frau Das freut mich Aber jetzt meine Frage an dich Wie kann ich ihr Herz berühren Ja also deutlich zu machen Weil ich bin ja auch kein Kind mehr Also wo sie jetzt gezwungen ist Die Seele erretten zu müssen Aber wie schaffe ich es Dass ich als Moslem ihr deutlich mache Dass ich in meinem Glauben so gefestigt und mich so wohl fühle Wie sie in ihrem Glauben und in ihrer Religion ja auch Aber diese Missionierung die sie immer wieder sagt Ja dass das mich eigentlich Also es bringt eigentlich eher Zwietracht zwischen uns Weil ich will ja gar nicht missioniert werden Also wie kann ich ihr das deutlich machen Sozusagen als Moslem Dass sie das doch bitte Auch wenn sie jetzt an Gott Also Gott Jesus Ihrem Gott Jesus glaubt Mich sozusagen Auch wenn meine Seele Ja laut ihrem Glauben Verflucht oder was auch immer In der Hölle Ich sage ja Ich bin erwachsen Diese Schuld Diese Sünde Nehme ich gerne auf mich Aber wie kann ich ihr das deutlich machen Dass sie das doch bitte lassen soll Weil ich möchte nicht Dass sie sozusagen So von uns geht Und wir so Diesen Zwietracht Also sie ist ja kein Zwietracht Sie meint es ja nur gut Sagt sie immer Ja aber wenn du es doch gut meinst Du hast es einmal Zweimal Dreimal Viermal Hundertmal schon versucht Und ich habe dir das auch immer Sozusagen mit dem selben Gefühl Was du ja mir suggerierst Ja auch versucht zu verklickern Dass das Dass sie das doch lassen soll Wie kann ich ihr das deutlich machen Als Christin Soll ich Ohne sie zu verletzen Soll ich es merken oder du Ich mache Ich mache Juli Ja Erstens Human Das ist deine Aufgabe Mit ihr darüber zu sprechen Ich kann dir keine Tipps geben Zu sagen Hey Geh zu deiner Mutter Mach Suche 4 Vers 34 Wenn die Frau widerspenstig wird Dann schlag sie Sorry Also das ist deine Aufgabe Ganz kurz Du musst mich ausreden lassen Ich habe dich reden lassen Jetzt musst du mir zuhören Da musst du Sure 4 Vers 34 machen Wenn sie widerspenstig wird Patsch Weil Sure 4 Vers 34 Befehlt dir sogar eine Frau zu schlagen Dann musst du Sure 4 Vers 34 ausführen Also ist das jetzt dein Tipp? Das ist mein Tipp Weil das ist Islam Du bist doch Moslem oder nicht? Ja natürlich Gott sei Dank Also für mich jetzt Für euch ist es jetzt was anderes Aber das Problem wird ja dadurch nicht gelöst Also ich weiß was du jetzt damit sagen möchtest Das Problem wird gelöst Weil dein Allah befiehlt dir das Weil du willst es ja so Du willst ja deine Mutter Deine Schwiegermutter klar machen Hey Werd nicht widerspenstig Ich habe dir gesagt Ich habe mein Glauben Nein nicht widerspenstig Es geht nicht um Das sie versuchst ja mit Liebe Und Nettigkeit Darf ich reden Oder unterbrichst du mich Ich habe dein Haus Dankeschön Dankeschön Also In dem Sinne ist sie schon widerspenstig Ich werde dir auch sagen warum Weil sie kommt ja immer wieder Ja Und sagt Hey Missioniere doch Missioniere doch Du sagst dir aber immer wieder Hey nein Ich will nicht Ich bin befestigt Nein und sie kommt immer wieder Und immer wieder Und du kommst ja gerade zu mir Als Moslem Und frägst mich um Ratschlag Ich kann dir nur sagen Ja Sure 4 Vers 34 Das musst du ausführen Sie wird widerspenstig Das heißt also Puh Pam Weil das sagt Dein Das sagt jetzt sozusagen Mein Glaube Okay Richtig Das musst du machen Was sagt dein Glaube Was sagt dein Glaube Jetzt bei widerspenstig Was kann ich dir dann Also wie kann ich ihr Herz berühren Dass sie das unterlassen soll Von deinem Glauben her Du bist kein Fisch Also du kannst dir nicht Biblische Verse geben Wenn du ein Moslem bist Du kannst keine biblische Verse annehmen Weil du als Moslem Ihr sagt ja sowieso Die Bibel ist verfälscht Also kann ich dir keine Biblische Auslegung geben Du musst eine muslimische Auslegung nehmen Und das ist die Sure 4 Vers 34 Boom Okay aber es geht ja hier nicht darum Dass ich jetzt hier Bibelverse Und Koranverse mit ihr sozusagen Sie ist ja nicht mehr jung Ja Ich will ja mit ihr sozusagen Im Reinen sein Ja Ich kann ja jetzt nicht Ich will ja nicht mit ihr So eine Debatte führen Wie jetzt Ihr jetzt so untereinander Das macht Ich will dass da sozusagen Das gesegnet ist Weißt du Dass es rein ist Genau Du kannst deine Schwiegermutter Nur segnen Mit der Sure 4 Vers 34 Weil das bestätigt es Wenn sie widerspenstig wird Patsch Und dann wird sie auch in dem Moment Zuhören und sagen Okay hey Gut ich Gehorche dir Ganz einfach Sure 4 Vers 34 Ich kann dir keine Biblische Auslegung geben Und sagen Hey Das was in der Bibel steht Du als Moslem Nimm es an Weil in dem Moment Bist du ein Monat Das geht nicht Nochmal Ich will das ja nicht mit Biblischen Versen Und mit Koranaturen Sondern ich möchte das jetzt Ich frage dich als Christ Weil du hast ja Ahnung Von beiden Wie bringt man aber Einen Christen Das bei Wenn derjenige Sozusagen In seinem Glauben Gefestigt ist Dass er das doch Unterlassen soll Habe ich dir Erklärt Also du als Christ Sagst Ich soll Als Moslem Also Christ Du sagst als Christ Zu mir Ich soll als Moslem Die Suda sozusagen In Anspruch nehmen Und das machen Ist das richtig Richtig Weil Allah Befiehlt es dir Weil sie ist ja Widerspenstig in dem Moment Warum ist sie Widerspenstig Sie ist nicht Widerspenstig Widerspenstig wäre Entschuldigung Ich unterbreche dich Widerspenstig wäre Jemand Wenn er jetzt nämlich Jung und das Dann kann man mit ihr Sozusagen so umgehen Also bei mir ist es aber so Religion Kultur Sagt Respekt vor dem Alten Also vor den Älteren Das geht ja schon mal gar nicht Das ist ja in sich Ich kann ja sie jetzt nicht Auf einmal Und sie ist sie macht ja Sie macht ja nicht bloßwillig Aber ich will ja ihr sozusagen So wie sie das Gefühl hat Mir das so nahe zu bringen Will ich ihr das auch Also Ich gebe dir einen Tipp Also Die Brüder und Geschwister Schreiben schon alle rein Ich soll dich rausschmeißen Aber ich mach das Ich gehe freiwillig gleich Ist okay Alles gut Alles gut Es geht nur darum Du kannst einen Christen Nicht um einen Ratschlag Fragen Du musst Einen muslimischen Bruder Diese Frage stellen Das mache ich auch Ich hoffe aber Ich hoffe aber Dass wenn du diesen muslimischen Bruder Diese Frage stellst Dass er dir die Sure 4 Vers 34 gibt Und sagt Hey du Bitteschön Das Das musst du machen Ja Weil du hast es des Öfteren gesagt Sie hört nicht Das ist eine Art Widerspenstigkeit Aber Ey Ist jetzt auch nicht so schlimm Also Dann noch eine letzte Frage Du hast ja gerade eben gesagt Die muslimischen Brüder würden sagen Okay Sura Das ist das Und was sagst du mir als Christ Ich sage dir als Christ Nimm den Herrn Jesus Christus an Und Du wirst die Liebe empfangen Okay gut Dankeschön Nehme den Herrn Jesus Christus an Und du wirst auch verstehen Dass der Herr Jesus Christus Die Wahrheit ist Und das Licht Und die Ewigkeit Denn ein Mohammed Wird dir nicht helfen Ein Mohammed Wird dich nicht ins Paradies bringen Ganz einfach Das ist die Liebe Die ich dir mitgeben kann Okay Ich hoffe ich habe jetzt dir nicht Euch jetzt irgendwie Müll aufgeladen Bedanke mich Ich hätte da jetzt Bist du noch was anders erwartet Oder erhofft Ja 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 Human warte warte Ich bin auch noch da Der Flex ist unser Krieger Ich bin der Kuschelchrist Ja Also Jetzt geh nicht Und schlag deine Schwiegermutter Tick tock sportlich Gib dir keinen Knockout Oder so ne Also bitte nein Das wollen wir nicht Der Flex wollte damit Einfach nur deutlich machen Was dein Glaube dir sagt Und dann müsstest du dich Als ein erwachsener Mann Fragen so Okay Wenn ich das lieber Nicht machen will Dann muss ich nachdenken Bin ich im richtigen Glauben Oder wie sieht es aus So Aber das ist ja keine Glaubenswaage Ich wollte ja das Doch Doch Wenn bei dir im Buch steht Dass du das machen sollst Und dein Herz sagt Nein das tue ich nicht So ein Mensch bin ich nicht Dann bist du im falschen Glauben Mein Lieber Aber Wie machen wir Christen das Wie gesagt Ja jetzt Juli Sniper Das habe ich gemeint Warte 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 mein Lieber Vorhin habe ich schon eine Geschichte erzählt Wegen einem türkischen Jungen Der schon seit Jahren verrückt nach mir ist Wir diskutieren manchmal Ich will null was von ihm Ich sehe ihn wirklich nur als einen Menschen Von dem ich will Dass er zur Wahrheit findet Ich bete für ihn Ja Und er sagt Dass er auch für mich Also bete Wir Christen Wir beten für den anderen Wenn er auf der falschen Spur ist Weil Wenn derjenige nicht zuhören möchte Ja Dann sagst du einfach zu deiner Schwiegermutter So Hey Schwiegermutti hör mal zu Bete doch einfach für mich Wenn der Herr will Dass ich gefunden werde Dann wird er mich finden Dann bete doch zu dem Herrn Jesus Dass er mich Zur Wahrheit bringt Damit wird sie Frieden haben Und ich glaube Die wird dann noch mehr beten für dich Und dann sagst du einfach das Und ich glaube Dass sie damit so ein bisschen Frieden haben wird So Verstehst du was ich meine Juman Juli Sniper Das war jetzt echt klasse Gut das hört sich gut Also wir beten Wir beten für die Feinde Wir beten für die Leute Die uns verfluchen Wir beten für diejenigen Die nach der Wahrheit suchen Wir beten Und das Gebet ist unsere Waffe Das ist alles Gottes Wort Ist unsere Waffe Das Gebet ist unsere Waffe Und Darin liegt unsere Stärke Deswegen würde ich sagen Dass du deiner Schwiegermutter Ganz entspannt sagst Hey Schwiegermutti Hör mal zu Ich bin nicht überzeugt vom Christentum Ich verstehe Dass du so sehr im Glauben bist Und dass du so eine Liebe spürst Zu deinen Herrn Dass du gerne willst Dass ich das auch bekomme Bete doch einfach für mich Aber Ich will es einfach nicht mehr hören Und wenn der Herr mich sucht Dann wird er mich finden Und wenn es so sein soll Dann werde ich zu ihm finden Amen Beten Ja So Wir beten Wir Christen Und der Gebet ist unser Ding Wir beten Okay Ich gehe raus Ich will das jetzt nicht weiter Irgendwie Für euch da Ding machen Aber auf jeden Fall Ich segne deine Schwiegermutter Sie liebt dich Glaub mir Das ist vielleicht die einzige Von deiner ganzen Umgebung Die dich liebt Wenn sie die einzige ist Die an dir rumzerrt Dann liebt sie dich Und dann bist du ihr sehr viel wert Und sie will nicht Dass du verloren gehst Sie liebt dich Mehr als deine Frau wahrscheinlich auch Wenn deine Frau dir nie was sagt Und deine Schwiegermutter tut das Dann liebt sie dich Noch mehr als deine Frau Glaub mir Glaub mir Sonst hätte die dich schon längst in Ruhe gelassen Das heißt sehr viel Das sagt sehr sehr viel Das hat nichts mit Dickköpfigkeit Oder sie lässt mich nicht Und sie will es nicht verstehen Ja Weil sie im Glauben ist Im wahren Glauben ist Und weiß Dass es die Wahrheit ist Und sie will einfach nicht Dass du verloren gehst Mein Lieber Deswegen Das was du sagst Hast du absolut recht Weil ich sehe das Auf keinster Weise Von ihrer Seite her Widerspenstig Oder sonst was Deswegen habe ich auch Bisher noch nie Irgendwie ein böses Wort Gegen sie gerichtet Weil ich weiß Sie ist davon überzeugt Sie glaubt daran Und ich respektiere das Und ich schätze sie auch Dadurch sehr Weil sie das so macht Aber Vielen Dank Aber auch von deinen Worten Nimm ihre Hand Nimm ihre Hand Und küss ihre Hand Und zeig ihr einfach Dass du respektierst Was sie für dich macht Sag einfach Hey Schwiegermutti Ich respektiere Was du von dir möchtest Ich liebe es Dass du mich so sehr liebst Dass du mich retten möchtest Zeig ihr einfach Respekt Und Liebe Wenn du in Frieden Wenn du Angst hast Dass sie morgen vielleicht Stirbt Oder irgendwas Möge Gott ihr noch Viele Jahre geben Auf jeden Fall Dass es friedlich ausgeht Dann danke ihr Küss ihre Hand Und sag ihr Dass du einfach dankbar bist Dass sie auf jeden Fall Für dich gerade am fighten ist Die kämpft für dich Verstehst du? Und vielleicht benutzt der Herr Auch sie Der Herr benutzt ja Die Menschen Um einen herum Auch als Werkzeug Vielleicht will der Herr Dich rufen Durch deine Schwiegermutter Sehe das mal Auf der Art und Weise Juli Sniper Wirklich Glaub mir Ich verstehe das alles Ich will das auch gar nicht Auf dieser Ebene Wie es hier auf TikTok läuft So will ich es gar nicht Ich bin für mich wirklich Ich fühle mich wirklich safe Und es ist auch angenehm Ich möchte nur nicht Also ich will auch nicht Dass sie irgendjemand stirbt Und denkt Ich bin verloren Und selbst wenn Aber ich bin ja alt genug Meine Seele Ich bin dafür selber verantwortlich Deswegen nehme ich das gerne auf mich Aber ich möchte nur nicht Dass sie das so Aber du hast ein echt Bestoft Heute mir gerade eben gebracht Vielen Dank Ich nehme das echt mit Kein Problem Das ist der Christentum Wir beten Das ist unsere Waffe Das Gebet Wir haben keine andere Waffen Wir begreifen niemanden an Wir tun alles durch unser Gebet Und Gott kann alles Und wir beleben Was ich dir mitgeben will Human Weil du ja mich Um einen Rat gefragt hast Genau Du musst es ja Du musst es ja von der Perspektive sehen Der Jesus Christus liebt dich Der Jesus Christus wartet auf dich Und ich hoffe Wenn du wieder Irgendwann mal wieder Hier reinkommen solltest Dass du sagst Hey Flex Ich habe die Wahrheit wirklich erkannt Du hast die Wahrheit gesagt Ich würde mich mega freuen Okay Das wäre so schön Du kannst mir schreiben Wenn du eine Bibel möchtest Also eine Schlachterversion Also ein Hörbuch Wir haben einen Bruder Wie gesagt in der Community Der das zur Verfügung stellt Liest das Neue Testament Und du wirst die Dinge verstehen Und ich bin fest davon überzeugt Wenn du das verstanden hast Dann kommst du vielleicht Zu einer Erkenntnis Flex Danke für das Angebot Aber glaub mir Meine Schwiegermutter Hast du jetzt ein bisschen kennengelernt Ich habe jede Menge Bibeln Und auch Also auch gute Bibeln Und es macht auch Spaß Darin zu lesen Und ja Alles gut Okay Dann wünsche ich dir noch Schönen Abend Dankeschön Danke schön Danke schön Danke schön Danke schön Danke schön Danke Gott sei mit dir Sieg das Volk Was können wir für dich tun Mein Lieber Wie geht's dir? Na ich wollte mich ein bisschen einbauen Ich verbreite auch Nur das Wort Liebe Mein Bruder Okay Okay Möchtest du noch was sagen? Nein Ich wollte das Ganze Mal aufgewurten Ich wollte auch gehört werden Okay Dankeschön Dankeschön Das ist kein Problem mehr Wenn was ist Stell noch mal eine Anfrage Und vielen Dank Dass du da warst Dankeschön Gott sei mit euch Alles gut Gott sei mit dir Sei mit dir Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Ganz viel Liebe Genau Leute Ich möchte euch noch was vorlesen Für euch möchte ich das vorlesen Leute Okay Eine sehr sehr schöne Bergpredigt Für euch Matthäus Kapitel 5 Vers 3 Das ist nicht für euch Okay Leute Und auch für den Herrn Jesus Christus Ja Glückselig sind die geistlich Armen Denn ihrer ist das Reich der Himmel Glückselig sind die Trauernden Denn sie sollen getröstet werden Glückselig sind die Sanftmütigen Denn sie werden das Land erben Glückselig sind die Die nach der Gerechtigkeit hungern Und dürsten Denn sie sollen satt werden Glückselig sind die Barmherzigen Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen Glückselig sind die Die reinen Herzen sind Denn sie werden Gott schauen Glückselig sind die Friedfertigen Denn sie werden Söhne Gottes heißen Glückselig sind die Und der Gerechtigkeit willen verfolgt werden Denn ihrer ist das Reich der Himmel Glückselig seid ihr Wenn sie euch schmähen und verfolgen Und lügnerisch jegliches böses Wort Gegen euch reden Um meinet Willen Freut euch und jubelt Denn euer Lohn ist groß im Himmel Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt Die vor euch gewesen sind Hier sehen wir Der Herr sagt uns was Egal was ihr tut Sie werden uns verfolgen Wenn wir den Namen des Herrn Jesus Christus aussprechen Wenn wir darüber sprechen Sie werden uns verfolgen Wir wissen dass Christen weltweit verfolgt werden Und wir stehen für den Herrn Jesus Christus Deswegen sage ich euch eine Sache Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Dass wir ihn dienen können Und dass wir die Wahrheit strecken können Und egal ob wir verfolgt werden Ja egal ob wir verfolgt werden Ja Wir stehen immer noch für den Herrn Jesus Christus Amen Wir stehen immer noch für den Herrn Jesus Christus Wir müssen Keinen Mohammed folgen Der nie prophezeit hat Wir folgen den Herrn Jesus Christus Jesus Christus ist der Maßstab Und nicht solche Heuchler Amen Wir haben eine Plage nach dem anderen Und trotzdem gehen sie in der Moschee und sagen Allahu Akbar Eine Plage nach dem anderen in der Kaaba Sie schreien trotzdem Allahu Akbar Gott schickt Warnungen und sagt Hey Leute kehrt um Sie wollen es nicht wahrhaben Sehen wir in Dubai Sehen wir in der Kaaba Eine Plage nach dem anderen Und trotzdem sind deren Herzen so verhärtet Genau wie bei dem Pharao Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Und Amen 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 Yes Deswegen Leute Ganz ganz viel Liebe Was hat Dubai mit dem Islam zu tun Dubai ist ein islamischer Staat Was sind das für hohle Fragen Da schreibt einer Was hat Dubai mit Islam zu tun Dubai ist ein islamischer Staat Der schreibt dran Was hat das mit Islam zu tun Ja die ganzen Sheers die da sind Das sind Christen Wow wie schlau du bist Die ganzen Sheers die da sind Sind Christen Ja Die ganzen Sheers Alle Christen Dubai ist kein islamischer Staat Dubai die sind alle Christen Die twerken dort Alles Männer die haben so Partys Ich schwöre ich hab mal sowas gesehen Ja So Partys die machen so Musik Die twerken voll gegeneinander Und alles Es ist richtig schlimm dort ey Was da alles passiert Das nennt man Das nennt man Heuchlerisch Wenn Leute sagen Nein Dubai Nein Das sind Das sind keine Muslime Ach was Das sind Christen Alter wisst ihr Was für strenge Regeln Dubai hat Nee das sind keine Christen Mann Man darf nicht mal mit einer Bibel da rein Dubai hat strenge Regeln Islamische Regeln Und dann kommt die rein und heuchelt Und sagt Nein Nein Islam Nein das ist doch in Dubai Dubai ist doch nicht islamisch Aber Wisst ihr Was Für strenge Regeln in Dubai Gibt Ja Neben dem haben die auch so viel Geld Und die Denen ist eigentlich Wirklich scheißegal Was mit den Nachbarländern passiert Also vor allem die arabischen Länder Also Syrien Libanon Palästina Und so Die spenden Also die könnten alle irgendwie helfen Aber die machen gar nichts Die schmeißen das Geld lieber auf irgendwelche Bauchtänzerinnen und so Als jetzt Hungerige Kinder zu füttern Und ja Menschen zu retten Wirklich Mashallah Und dann tanzen die Oh oh So machen die So So Wow Wow Mashallah Was wie schön Mashallah Ein Monat lang Wenn sie fasten Hey Ich fasste gerade Hör auf man So redet man nicht Aber dann Ein Monat später Danach Wenn Fastenzeit vorbei Ist Alle in den Club Guck mal Diese geile Blondine Da Guck mal Bruder Bruder Was für geile Menschen Ey Und dann redet sie noch über Christen Schämt euch man Schämt euch man Schämt euch man Schämt euch man Aber wieso Wieso dann diese Schämenflags Ich meine Paradies ist ja genauso Oder Wahnsinn Jenna 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 72 Jungfrauen Let's dance Like Jenna Aber ich finde es eigentlich voll ungerecht Wieso kriegen die Frauen nicht so 72 Männer Ich habe mich schon immer gefragt wenn diese Märtyrer 72 Jungfrauen bekommen Ja was ist dann mit den Frauen was bekommen die Frauen also die Männer ok mashallah 72 Jungfrauen aber was ist mit den Frauen Deine Frau die da war ja sie guckt einfach zu ok sie macht so und denkt sich so alter mein Mann mashallah der 72 Frauen aber was hab ich ich bin in gender ich als frau ich habe keinen ich habe nur ein einzigen Mann aber mein Mann 72 Jungfrauen mashallah wir kriegen ein Esel wurde die Frauen glaube kriegen So wie drauf rumreiten können so den ganzen Tag so umsonst Mashallah 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 Das ist schon heftig Ich nehme mir noch die letzte Person hoch und dann schauen wir mal Lex ich stelle mir den Himmel voll schön vor also einfach bei Gott sein und einfach Frieden spüren einfach den ganzen Leid von dieser Welt hinter sich lassen und einfach nur Ruhe Also hier hat eine frag dich sie muss eine Anfrage stellen also wenn keiner eine Anfrage stellt kann ich sie auch nicht hoch holen sie muss eine Anfrage stellen oder warte ich mach das mal so Okay so Sarah jetzt was können wir denn für dich tun Sarah Hallo Wir hören dich nicht Sarah ganz kurz Gashi Sarah wir hören dich nicht Okay Gashi jetzt Darf ich? Hört ihr mich? Wir hören dich sehr sehr gut Okay sehr schön Hallo erstmal ich begrüße euch Yes Und ich finde toll dass Religion hier Thema ist Eine Anfrage habe ich und die liegt mir wirklich auf dem Herzen Du bist überzeugt vom Christentum richtig oder viele hier Nicht überzeugt davon Ihr liebt das, liebt das Ja Also nicht falsch verstehen bitte Aber wieso predigt ihr nicht das Christentum mit den schönen Sachen vom Christentum Sondern immer mit diesen du hast das aber ich hab das aber der hat das Sondern einfach die Schöne Keiner hat gesagt ich bin das du hast das es geht darum dass wenn jemand unsere Schrift angreift unsere Schrift verdreht dass wir Apologetik betreiben und eure Religion bloß stellen weil eure Religion ist die Aber verzeih mir verzeih mir Wieso gehst du darauf Okay du hast mich jetzt ein zweites Mal unterbrochen Tut mir leid Okay aber ich lass dich reden alles gut Nein nein bitte rede Nein nein ich lass dich jetzt reden weil sonst Ich würde gar nicht wenn ich überzeugt bin von der Sache würde ich doch gar nicht auf negative Sachen eingehen und gar nicht sondern ich würde die positiven Sachen meiner Sache oder die positiven Dinge meiner Sache anwenden Und ich denke mit positivität überzeugst du mehr als weil ich bin jetzt gestern habe ich diesen Livestream zum ersten Mal gesehen bin ich ehrlich oder halt ich im Livestream und deine deine Geschwister und heute auch und ich hab halt nur gesehen aber du aber du aber du aber du aber deine Schrift aber deine Schrift ich würde wenn ich von etwas überzeugen möchte die guten Sachen meiner Sache Das habe ich schon sehr oft getan Weißt du wie ich meine also bitte nicht als Angriff sehen sondern ich würde versuchen zu überzeugen mit diesen und ich bin sicher dass ihr ganz ganz viel und zahlreich habt einfach Dinge die positiv in meiner Religion sind und wenn ich weiß dass meine Religion die wahre ist dann würde ich diese Dinge anbringen und gar nicht auf andere Religionen eingehen Doch und genau das ist das Ziel um diese dann habe ich das genau das Ziel weil der Herr Jesus Christus selber sagt deckt die Dunkelheit auf wenn ein Moslem versucht meine Schwester die Bibel zu verdrehen und mit einem Glauben zu kommen was mit vergammelter Honig ist und das in dem Mund der Geschwister und Brüder aufs Mund zu klatschen und dann zu schmieren und sagen wie toll und schön es ist Obwohl wir sehr viele ekelhafte Sachen finden ja was nichts mit Gott verbinden verbunden ist der müssen wir darüber aufdecken müssen wir darüber aufklären und das sagt sogar die Bibel und ich verbinde die Bibel auch mit dem Koran wenn ich sage ich verbinde die Bibel mit dem Koran meine ich damit ich mache 50 50 Aufklärung dass auch die Brüder und Geschwister wissen was in Euren Schriften drin steht und wenn du zu mir kommst und mir sagst hey ich habe seit zwei Tagen dich beobachtet Du solltest doch nur das schönste von deiner Religion predigen fang erstmal bei den Dauerboys an geh erstmal bei den Dauerboys haben die Liebe zum Bürgergeld Joker der Fußnägel Lackierer fang bei diesen Leuten an denn sie reden jeden Tag über das Christentum reden das Christentum schlecht verdrehen die Worte im Christentum fang erstmal da an Putz erstmal vor deiner eigenen Haustüre bevor du hierher kommst und mir das sagst Darf ich dazu was sagen? Natürlich gerne Also diese Namen die du gerade genannt hast sagen mir gar nichts alle nichts um ehrlich zu sein ich bin auch sehr sehr vielleicht war es auch ein Fehler jetzt von mir hier meine Meinung zu sagen ich bin auch sehr sehr wenig und selten aktiv ich habe das jetzt ich habe dieses Wochenende ein bisschen Zeit gehabt und du kamst oder dein Stream kam und ich habe auch sehr sehr lange gestern zugeschaut und habe auch nichts negatives irgendwie geschrieben oder kommentiert ich habe wirklich aufmerksam zugehört und das war nur die Meinung nur zu dem was ich jetzt bei dir mitbekommen habe und ich habe keine Ahnung von welchen Namen du gerade geredet hast weil ich wirklich nichts gesehen oder gehört habe Ja okay wir wollen wir wollen diesen Menschen noch keine Bühne geben vielleicht besser nicht wirklich Ganz gut ganz gut also es geht darum einfach nur ich habe gestern nur Quellen gezeigt und ich denke mal wenn du selber sagst du hast lange gestern sehr sehr lange zugehört wenn gestern wirklich sehr sehr lange zugehört hast dann musst du doch dir die Quellen notieren es ist eine Aufklärung hier das habe ich wirklich und ja du hast mich sehr zum Nachdenken gebracht deswegen bin ich auch hier danke eher auf die positiven seiten eingehen würde ja ich habe also mir geht mir geht es einfach darum mir geht es einfach darum dass meine geschwister und brüder wissen was in deren schrift drin steht weil wenn ich die brüder und geschwister nicht darüber aufkläre ja und wenn jetzt irgendeiner um die ecke kommt ja der viel gammelhonig hat ja was voll mit tiktok sportlich scheiße beschmiert ist und versucht das in einem mund sagen wir mal zu schmieren ja obwohl dieser honig vergammelt ist ja dann müssen wir auf jeden fall darüber aufklären Bibelferse werden verdreht ich zitiere nur das was da drin ist ich zitiere nur das was in den koran drin steht ich füge nicht etwas hinzu ich sage nicht etwas was nicht da drin steht ich zitiere nur das was da drin steht weil wenn ich jetzt was falsches sage ja dann tust du als person das überprüfen und dann sagst du oh mein gott guck mal diesen flex der labert ja voll das stimmt doch gar nicht steht doch gar nicht so drin und deswegen klären wir auf und sprechen die wahrheit wir sind nicht hier zu sind hier um über beiden seiten also bitte das auch nicht als angriff verstehen oder sowas sondern das war wirklich nur mein mein laien gedanke wenn ich überzeugt von einer sache bin dann rede ich von den positiven dingen und ich bin überzeugt gut vielleicht bin ich da ein bisschen gut mensch und ich denke wenn menschen überzeugt werden von den guten und positiven dingen dass die eher empfänglich sind ich glaube ich glaube das christentum hat gar nicht weiß es hat vielleicht nichts mit dem islam oder mit dem koran oder wie auch immer weißt du wenn du ich habe mir das gestern ob du es glaubst oder nicht alles notiert und ich habe das alles auch selber noch nachgelesen nicht dass es hier heißt also was mir sehr 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 im kopf geblieben ist war suche 19 vers 83 da müsste ich mir meinen zettel jetzt holen weißt du was ich feine oder willst du es noch mal ich habe das jetzt nicht soll ich das soll ich dir soll ich dir sogar noch was viel bestes sagen ok und jetzt mal bitte 1983 habe ich mich jetzt da aber ich meine das war die alles gut guck mal ich finde das gut und ich finde das gut sehr respektvoll schon mal und somit kann ich auch mit dir sauber reden okay das finde ich schon mal gut du bleibst noch nicht an du bist entspannt du du nur okay du bist neu du kennst die nicht okay alles gut kein problem geh mal bitte auf die surah 19 vers 83 und lehnton dies uns das mal bitte noch vor das kann ich ich weiß leider nicht ich muss dir ehrlich sagen wie ich glaube ich lese ok soll ich das wollen ich habe dich darum gebeten ja ok also in surah 19 vers 83 lesen wir der koran ist ja kelle allah kelle mann also hier spricht allah ok so hier sehen wir siehst du nicht dass wir satane gegen die ungläubigen gesandt haben damit sie sie heftig aufweizen erstens müssen wir eine sache und ein gott schickt seine dämonen um ungläubige aufzureizen das ist falsch ein gott seiner aufgabe ist dazu darf ungläubige zu ihm zu bringen um sie zu retten und nicht sie noch mehr aufzureizen das zeigt mir schon mal dass dieser 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 koran gott sage ich immer ja ein falscher gott ist und das nicht das ist das ist hier vom menschenland geschrieben das ist keine offenbarung von gott das ist mir halt sehr im kopf geblieben genau ich mache es sogar noch viel besser surah 19 vers 83 lesen wir satan arbeitet mit allah arbeitet mit satane und er schickt sie um ungläubige aufzureizen so bitte nimm ein stift gashi und notiere dir bitte surah 67 vers 5 bitte notierte das streit das mal auf warte kurz magst du es noch mal sagen bitte surah 67 ja wir haben ja den untersten himmel mit lampen geschmückt und haben sie haben sie zu wurf geschossen gegen die satane gemacht und bereiteten bereitet haben wir für sie die strafe der feuerblut und bereitet das habe ich gestern auch gehört genau also jetzt überlegt mal allah hat wurf geschosse vorbereitet der ist auf einmal son gucku geworden hat ein wurf geschoss gemacht gegen satan arbeitete jetzt gegen satan aber in einem anderen vers zu 19 vers 83 schickt er dämonen satane um ungläubige aufzureizen was ein gott der arbeitete zog dämonen zusammen was ein super war sie war sie der einzige der einzige der mit dämonen arbeitet ist satan hier spricht satan höchstpersönlich darf ich ganz kurz unterbrechen dürfte ich eine frage beantworten die ich hier im chat gelesen habe oder eine sache beantworten jetzt natürlich darf ich da nicht drauf eingehen da war so ein sie sagt ich bin selten auf tik tok hat aber so viele videos und fotos schon sehr komisch also das sind alles wieder veröffentlichte sachen das ist nichts von mir privat gar nichts und wenn ich mal rein gucke mir gefällt irgendwas dann das ist ein klick also von daher ich bin wirklich selten hier nicht dass es hier falsch rüber kommt ich ich mir sagten die namen wirklich nichts die du vorhin genannt hast lass sie doch alle in ruhe in ruhe leute alles gut alles gut juli nein du bist eine 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 du bist eine sehr respektvolle frau du kommst hier hoch redest normal hast respekt die sollen dich einfach in ruhe lassen nein alles gut alles gut damit ich war nur eine einfache antwort auf eine kann auch falsch ich schreibe dir ich schreibe dir jetzt bitte noch eine sura alles gut beachte den chat einfach nicht alles gut gaschi das war jetzt nur etwas das hat mich selber ein bisschen okay danke alles gut sura 5 sura 5 vers 17 lese ich dir auch noch mal vor ist das okay ja bitte okay ähm der bruder hat es mir gerade auch gegeben den ich küsse dein herz danke für die kappe danke für eure unterstützung leute alle mal liken auf die 400.000 likes leute ich würde mich mega freuen alle mal stark leiten brüder und geschwister im glaube let's go ähm ungläubig sind ja diejenigen die sagen allah ist ja all messi der sohn merriams wer vermag denn gegen allah etwas ausrichten wenn wir noch mal von anfang bitte ich hab das jetzt gehört aber ich ja kein problem ich lese nochmal vor ungläubig sind ja diejenigen die sagen allah ist ja all messi der sohn merriams wer vermag denn gegen allah etwas auszurichten wenn er all messi den sohn merriams seiner mutter und all diejenigen die auf der erde sind vernichten will allah gehört die herrschaft der himmel und der erde und dessen was dazwischen ist er erschaffen erschafft was er will und allah hat zu allem die macht wow 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 sehr schön weißt du ich würde mir halt wünschen schau mal ich bin vielleicht bin ich ein mensch auf der suche ich würde mir halt wünschen dass du mir schöne dinge von dir sagst oder von 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 der bibel und nicht so sehr auf andere eingehst vielleicht drücke ich mich falsch aus nein 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 vollkommen okay ich kann nicht verstehen aber eine sache darf ich nicht vergessen ich habe dir gestern wirklich lange und immer wieder ich konnte nicht permanent das sage ich ehrlich aber ich habe lange und immer wieder zugehört und auch deinen mit sprechern und ich habe da wirklich nur dieses aber aber dein buch aber mein buch aber dein buch aber mein buch gehört bitte auch nicht als angriff nehmen sondern sondern dieses warum über versuchst du nicht zu überzeugen mit deinem buch tue ich ihnen sagen ja vielleicht ich bringe es glaube ich falsch rüber wir verstehen was du sagen möchtest wir verstehen was du sagen möchtest wirklich aber du musst mal so du musst das mal so sehen wir hatten vorhin hier einen jungen mann er war muslim er hat war selber schon hat sich vom islam weg getan also er war weg aus dem islam hat sich angezogen gefühlt zum christentum so dieser junge hat dem flex öfter mal es zugehört so wie du zum beispiel gestern und hat gewisse sachen herausgefunden die seine zweifel bestätigt haben das heißt wenn der flex jetzt nicht diese vergleiche machen würde wie soll dann jemand der im anderen glauben ist zur wahrheit kommen es gibt sehr viele die einfach nicht lesen meine liebe so wie du jetzt gestern die sachen notiert hast so machen das andere auch und durch flex und durch die anderen brüder kommen sie zur wahrheit kommen sie zum wahrhaftigen gott so wenn flex jetzt nur das evangelium verkünden würde was er auch tut allerdings was ich auch schön finden würde das macht er auch das macht er sehr oft und wenn er es nicht tut dann tut es einer von den brüdern der kurz hoch kommt es ist immer also die live streams von flex sind immer gemischt so ein bisschen so ein bisschen hart dann wieder soft und dann ich mach das mach das mal ich mach das mal kurz und bündig ich zitiere immer aus der bibel immer und ich glaube die brüder und die geschwitter können das können das hier im chat sogar bestätigen ich zitiere immer aus der bibel ich wollte auch niemanden angreifen wollte niemand also nein wir finden uns auch nicht angegriffen ich glaube der flex erst gar nicht ich glaube der hat schon schlimmeres hinter sich mit angriff und so aber muss dir mal vorstellen eiche wenn du jemanden siehst der auf eine brücke zuläuft und diese brücke ist kaputt die könnte jeden moment zusammenbrechen würdest du dann sagen oh ja komm wenn du da hingehen willst dann geh oder würdest du sagen hey stopp komm zurück weil da und da stimmt was nicht das ding wird dich nicht halten können so der flex versucht einfach nur seelen zu retten und er tut es nicht für sich selber er tut es auch nicht um sich selber gerade zu feiern auf tik tok er tut es für unseren herrn jesus christus und jeder einzelne christ der hier im stream supportet ist auch da aus liebe zu unseren herrn wir wollen einander helfen wir wollen einander supporten und wir haben es wir haben keinen bock mehr leise zu sein und das ist auch eine ehrensache ja weißt du meine liebe und der flex der zitiert ja aus den büchern der zieht das ja nicht aus seinem daumen der knuckert das ja nicht aus seinem daumen heraus er zeigt alles er zeigt alles es ist sehr wichtig weil die muslime wir leben die muslime weil es sind auch sehr gläubige menschen und die sind sehr also wie soll ich sagen sehr viele sind sehr stark im glauben und so aber wir finden es halt einfach traurig dass sie im falschen glauben sind und wir wünschen uns einfach dass sie zum wahren wahrhaftigen gott kommen und auch den wahrhaftigen gott dienen verstehst du was ich meine lassen wir mal den bruder frag dich mal kurz drehen weil er wollte die ganze zeit was sagen ja ich würde doch mal runter gehen weil ich muss kurz was erledigen auf jeden fall danke dass ich nochmal hochkommen konnte vielleicht habe ich zu viel gelabert aber nein vielen Dank Juli ich rede viel aber alles kommt aus dem herzen direkt meine zunge also mein herz liegt auf meiner zunge vielen dank Juli sehr nett von dir alles danke dir auch und gottessegen auf jeden fall Aiche und ich hoffe du findest auch zu unseren lieben herren und respekt an dich flex und alle anderen die noch kommen ich bin auf jeden fall am zuhören aber ich muss runter ja 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 alles bye 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 so jetzt bruder frag dich du kannst reden gottes segen erstmal an alle hier an mein lieben bruder flexa gottes segen gottes segen an alle meine lieben Aiche guck mal ich bin ex moslem ich bin aus Mitrovica und was der Bruder hier macht und sagt das kann ich so auch alles bestätigen und er macht es nicht hier irgendwie aus Hasses wegen oder sonst was guck mal die Sache ist die es sind eigentlich nicht die Menschen so an sich das Problem sondern der Islam ja ja es steckt tief drin auch bei uns im Volke man hat uns vergiftet mit dem Islam guck mal ein Beispiel bei mir mein Vater war gar nicht religiös meine Mutter war aber immer schon praktizierende Muslima und letztendlich ich überspringe vieles damit es nicht zu lang wird als ich dann irgendwann mich für den christlichen Glauben interessiert habe und das ganze hinterfragt habe wurde ich natürlich auch verfolgt und plötzlich sogar auch mein Vater der nicht religiös war hat mich verstoßen warum weil das von seinen Eltern irgendwie auch im Unterbewusstsein weitergegeben wird dieser Hass gegenüber Christen der ist nicht einfach so da und wir haben nicht einfach so mit unseren Nachbarn und ich rede mit den Griechen und anderen Montengriner und alle einfach so diese Probleme es ist doch tatsächlich sehr tief verwurzelt und es hat was mit dem Islam zu tun wenn du den Koran aufschlägst und dir das ganze anschaust dann bekommst du teilweise Schock ich meine ich will jetzt nicht sagen da ist alles Müll was drin steht so ist es nicht aber gehen wir jetzt mal daher zum Beispiel und gucken uns jetzt die Sura 8 Vers 39 an das ist nicht aus dem Kontext gerissen weil die Bibel und der Koran die kannst du nicht so gleich lesen das muss man das muss man auch verstehen weil in der Bibel gibt es auch viel Metapher jetzt pass auf hier steht das ist nicht aus dem Kontext hört ihr das an und kämpft gegen sie es ist ein Kampfbefehl und kämpft gegen sie bis es keine Verfolgung mehr gibt und bis die Religion ganzlich Allahs ist wenn sie jedoch aufhören so sieht Allah wohl was sie tun so es ist eine ganz klare Sura die besagt dass man gegen die Ungläubigen kämpfen soll bis nur der islamische Glaube herrscht und deswegen diese ganze IS und das was wir sehen klar es haben auch gewisse Menschen natürlich ihre Finger im Spiel bei der Sache drin aber diese Menschen haben das nicht einfach so irgendwo her geholt sondern es ist ausgenutzt ja sie haben das tatsächlich hier rausgegriffen aus dem Koran zum Beispiel noch hinzuzufügen weltweit werden Christen von islamischen ja verfolgt ja und wenn wir diese Sura 8 Vers 39 lesen das bestätigt schon mal alles warum sie wollen alles islamisieren warum islamisieren das lesen wir in Sura 8 Vers 39 und kämpft gegen sie bis es keine Verfolgung mehr gibt und bis die Religion gänzlich Allah ist Christen es werden weltweit Christen verfolgt von islamischen Staaten warum ich das sage in Nigeria Dezember gab es einen islamischen Angriff nimmt den Islam an und nein nein Bam 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 die wurden so zusammengeschlagen ich habe Videos gesehen wo ich mir echt gedacht habe Okay krass also wenn mir jemand sagt dass das eine friedliche Religion ist Ganz ehrlich das ist der letzte Dreck den ich überhaupt jemals meiner mein Leben gesehen habe das hat mit Gott nichts zu tun Das ist vom Menschen hat geschrieben weil Gott würde niemals so etwas sagen und wenn Wenn Gott vernichtet er ist derjenige der vergeltet und Gott befiehlt nicht einem Menschen das Leben zu nehmen dass ein anderer Mensch einen anderen Menschen das Leben nimmt sondern Gott vergeltet selber und das ist schon mal ein Zeichen dass dieses Buch von Menschen hand geschrieben ist Warum ich das sage kann denn dieser Gott von sich aus selbst nichts tun Warum befiehlt er andere zu töten kann er das nicht selber Das beweist mir dass dieser Gott nicht allmächtig ist weil wenn er das könnte würde er selber machen Also ist er nicht mehr allmächtig ganz einfach das ist ein schlag für Allahs Gesicht Weil Allah ist doch mächtig warum befiehlt er Menschen Warum befiehlt er Menschen den Krieg zu führen ja bis die Religion ganz Allahs ist denn könnte doch Allah mit Einen einzigen schlag sagen okay hey weißt du was ich erledige es war ich bin Gott ich bin allmächtig Bam ich vernichte diese Ungläubigen okay denn dann machen wir es zu unserer Religion oder das ist unser Gott ist keine Religion hier steht drinnen bis die Religion gänzlich Allah ist seit wann ist Gott eine Religion Das ist schon mal wieder das nächste wo ich sage hier spricht kein Gott dieser Gott ist unwissend dieser Gott hat keine Ahnung was er da spricht Gott ist keine Religion hier steht in Sura 8 Vers 39 und kämpft gegen sie bis es keine Verfolgung mehr gibt und bis die Religion gänzlich Allah ist Gott ist keine Religion sorry das ist vom Menschen abgeschrieben Ich habe halt Fragen und die würde ich einfach mal zwischendurch vielleicht auch stellen Ja gerne Wie definiert sich Religion? Wenn du an einen einzigen Gott glaubst ein Glaube ein Gott eine Taufe Gott ist keine Religion sondern ein Glaube an Gott du mit Gott Ja Und nicht dass man sagt Religion Gott ist keine Religion Also beispielsweise hier katholische Kirche Spricht keine Rolle nur als Beispiel Wäre jetzt nicht Also wenn wir sogar katholische Kirche Ich habe bei einer anderen christlichen Schwester mal gesehen Den Namen müsste ich raussuchen Die habe ich auch mal gesehen und die sagt halt die katholische Kirche zum Beispiel Die evangelische Orthodoxie und sowas wäre unbiblisch Also ähm Die meint die Violetta Die meint die Violetta Ah ja genau Genau Also ähm Ich gebe dir mal eine Antwort bezüglich diesen Heretiker Ich weiß nicht wer Violetta ist Kenne ich auch nicht Will ich auch nicht kennen Ähm Alles gut Das sind für mich Heretiker Wenn ich sage Heretiker Sie spalten die Gemeinde von innen So Wenn wir in 1. Korinther Kapitel 1 Vers 12 gehen Ja Das sehen wir Das schnell notieren Ja kein Problem 1. Korinther Ja Äh Kapitel 1 Vers 12 Habe ich Okay Also Eine Sache dürfen wir nicht vergessen Gashi Ähm Wenn andere Äh Sagen wir mal ähm Ähm Christen Die Gemeinde von innen spalten Und sagen Hey nein Ähm Katholiken sind falsch Ähm Ähm Katholiken sind falsch Orthodoxen sind falsch Ähm Evangelisten sind falsch Ähm Das sind Leute Die ähm Gemeinde von innen spalten Das ist falsch Paulus warnt uns sogar davor In den Römern Ich habe von ihr nicht gehört Es sei falsch Sondern unbiblisch Ob das jetzt das gleiche ist Unbiblisch ist dann falsch Bedeutet das Was meinst du unbiblisch ist was Also sie hat gesagt Orthodoxie Evangelismus Katholizismus sei unbiblisch Bedeutet Ist falsch Falsch Oder verstehe ich Oder verstehe ich das gerade falsch Was soll Was soll denn falsch sein Es geht ja nicht Es geht ja nicht um die Religion Es geht darum Dass diese Personen Die in dieser Religion drin sind Oder beispielsweise diese Lehre folgen Dass sie an den Herrn Jesus Christus glauben Darum geht es Dass man nicht von innen die Gemeinde spalten soll Denn das ist ganz gefährlich Okay Ja Es geht darum Dass du an den Herrn Jesus Christus glaubst Dass du glaubst Dass Jesus Gott ist Denn es ist alles okay Klar die Lehren sind vielleicht anders Ja gar keine Frage Die Lehren sind schon anders Aber wenn wir aus der Bibel zitieren Dürfen wir nicht von innen spalten Und auch nicht von außen Das ist ganz gefährlich Paulus 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 Warnt sogar im Römerbrief Die Gemeinde Dass sie nicht von innen spalten soll Und auch nicht von außen Und deswegen zitieren wir auch immer Römer 16,17 Und dann sagen sie Ja du sollst dich nicht gleich machen mit Katholiken Und mit Orthodoxen Alles falsche Auslegung Die richtige Auslegung dazu ist Was im Korintherbrief Im Römerbrief lesen wir Dass Paulus davor warnt Paulus warnt davor Ja Also gibt es da auch Spaltungen quasi Oder Menschen Es gibt über Es dürfte eigentlich zwischen den Christen Gar keine Spaltungen geben Also deswegen sage ich ja Paulus hat davor gewarnt Dass man innerhalb der Gemeinde Der Gemeinde Man sagt ja auch Gemeinschaft Weil du weißt doch gar nicht Guck mal Weil du weißt ja gar nicht Ob der Katholik An den Herrn Jesus Christus Ganz tief im Inneren Er sagt hey Jesus Christus ist Gott Du aber kommst und spaltest und sagst Hey warum bist du Katholik Stop it Okay ja stimmt Es geht auch um Orthodoxen Du kannst doch nicht Ein Orthodoxen kritisieren Und sagen hey Dieser Orthodoxe Ah der ist ein Falscher Dieser Orthodoxe ist fest im Glaube mit Gott vielleicht Er sagt Jesus ist Gott und du beleidigst ihn und sagst Du bist falsch weil du orthodox bist Das ist schlecht Du spaltest Du kannst doch nicht zu einem evangelisten gehen und sagen hey du du bist evangelist du bist irregeleitet Trete uns bei du bist falsch sei protestant sei dies nein dieser protestant oder dieser evangelist könnte mit dem herrn im herzen tragen tragen Jesus Christus im herzen es geht nicht darum du bist katholik du bist orthodox du bist das hört auf zu spalten in der gemeinde das ist schrecklich sehr schön gesagt genau sowas finde ich toll finde ich schön muss ich ehrlich sagen darf ich ganz kurz von mir ein bisschen erzählen Natürlich selbstverständlich Also ich bin geborene Muslima wie der frag dich ja ich sag jetzt einfach frag dich ich bin auch in dem Glauben nur muss ich ehrlicherweise zugeben nicht sehr gefestigt weil ich auch nicht sehr ich spreche die arabische Sprache nicht würde ich gerne würde ich gerne wirklich um auch Vergleiche zu ziehen ich habe drei Brüder davon sind zwei Römisch katholisch also sind dann getauft Kommunion das ganze Programm ich war auch immer dabei und für mich persönlich war das auch nie ein Problem oder für meinen großen Bruder nie ein Problem weil wir respektieren und lieben uns gegenseitig trotzdem mein Sohnemann hat vor eineinhalb Jahren eine Frau geheiratet die orthodox ist die haben auch ein Kind zusammen aber war dann das zweite für mich ist das gar kein Problem und meine Schwiegertochter die war eher so im evangelischen Glauben oder in der evangelischen Religion unterwegs aus elterlicher Sicht und sowas und ist aber auf dem Weg nach ihrer Wahrheit gewesen und sie glaubt auch tief und fest das weiß ich und ich bin auch die Person die ihr auch hilft dabei wenn und ich bin nicht die Person die sagt oh jetzt musst du aber zum Islam finden oder sowas ich bin absolut nicht die Person sondern wenn sie ihren Weg finden möchten ich bin der Überzeugung dass jeder den wahren Weg findet und der wahre Weg ist kann nur einer sein sei es jetzt du oder ich also oder deine Sichtweise oder meine ich bin überzeugt davon dass jeder der den wahren Weg finden will ihn auch findet ob mit Hilfe oder ohne aber ich bin die Person die dann meiner Schwiegertochter sagt gut wenn dir wenn du dich da informieren möchtest dann mache ich das oder ich helfe dir dabei oder ich helfe dir dabei und ich bin immer auf deiner Seite ich möchte nur sagen dass mich das nie gespaltet hat innerhalb der Familie und auch nicht außerhalb der Familie und ich respektiere absolut Deinen glauben euren glauben ich wenn ich überzeugt bin von dem was was ich hier höre und und ihr mir sagt oder ich mich ich habe mir alles notiert jetzt hier wieder ich werde das alles nochmal weil das ist zu schnell jetzt hier Darf ich dir aber kurz was sagen bevor du weiterredest aber natürlich ja okay ich werde dir anhand der Bibelstudie ich habe hier wirklich eine Bibel da die ist brutal die ist heftig wenn ich sage heftig den meine ich heftig anhand dieser Bibel kann ich schnelle Antworten ja Verse aufschlagen schnelle Auslegung Ich kann dir heute bekräftigen ich bekräftigen ich bekräftige damit heute in den Römerbrief wenn wir unwissende Heretiker ja die die Bibelferse verdrehen ich will keine Namen nennen weil für mich sind das Heretiker sie spalten innerhalb der Gemeinde wenn sie dir Römer Merkt bitte das was ich römer Kapitel 16 Vers 17 geben ja es geht darum oder 1890 es geht darum dass man dass Paulus davor warnt die Gemeinde nicht von innen zu spalten und auch nicht von außen ja das bekräftige ich mit der Bibelstudie Um es sogar noch viel besser zu bekräftigen ja lesen wir sogar 1. Korinther ja das ist etwas was ich dir wirklich mitgeben möchte weil wenn wir aus der Bibel noch mal wie bitte ich möchte nur das mit notieren 1. Korinther Ja Kapitel 1 Vers 12 Habe ich Okay Und dann Römer Kapitel 16 Vers 17, 18 Da geht es einfach nur darum wenn wir den Vers auslegen geht es einfach darum Den Zusammenhang Genau das Paulus davor warnt dass man nicht innerhalb und außerhalb der Gemeinde spalten soll Bitte Das ich sage das weil ich das anhand der Bibel mit dem Bibelstudium der Bibelstudie bekräftige ich Ich bekräftige damit auch das erste korinther Kapitel 1 Vers 12 bestätigt das noch mal Ganz kurz ich glaube Gashi du musst die Stimmen Wie mache ich das? Du musst Ah ja Oder ich mache Genau Okay super super Ich lese das einfach mal vor In 1. Korinther Kapitel 1 Vers 12 Ich rede aber davon dass jeder von euch sagt ich gehöre zu Paulus Ich aber zu Apollos Ich aber zu Kepas Ich aber zu Christus Ist Christus denn zerteilt? Hier wird ganz klar angedeutet Ja Christus ist nicht zerteilt Christus ist und war nie zerteilt Das heißt also wenn ein orthodox Jesus Christus tief im Herzen hat Ja Dann kommst du nicht wie ein Wolf im Schafspelz und trennst ihn Und sagst hey ihr Orthodoxen sind falsch Wenn ein Katholik Jesus Christus im tiefen Herzen hat Und sagt hey ich liebe den Herrn Jesus Christus Jesus Christus ist Gott Dann komm nicht wie ein Wolf im Schafspelz und trenn ihn davon Das muss aufhören Und das ebenfalls als Evangelist Protestantmann Die müssen damit aufhören Ja und deswegen gebe ich dir diese Auslegung Damit du dir das speichern kannst Wenn ein anderer Es gibt hier draußen Sekten Die unterwegs sind Das sind Heretiker Ich nenne sie Heretiker Heretische Lehre Was die da verbreiten Wenn sie dir diese Verse Auslegen Ja Dann Merk dir bitte das Was ich gesagt habe Und Genau Ich möchte dass du dir das bitte merkst Was ich gesagt habe Ist ganz ganz wichtig Einfach nur für dich Und dass du schon mal davor gewarnt bist Ja Nee du ich danke hier für jede Information Ich bin ehrlich dankbar für jede Information Auf welcher Ebene auch immer Ich wollte jetzt hier auch gar niemanden angreifen Ich bin einfach auf der Suche nach der Wahrheit Und bin wirklich dankbar für alles Deswegen auch alles notiert Es ist meine Sache Für welche Religion ich mich entscheide Definitiv Und wenn ich suche Da brauchen sie auch Kein Moslem Oder kein Christ Irgendwas schreiben Ich suche Und kein anderer Richtig Natürlich auch andere Aber in dem Fall geht es um mich Gottes Segen euch Ganz kurz Kylan Ja alles gut Ich wollte nur ganz kurz reinschneiden Kylan bist du wer ich denke wer du bist Ja ja natürlich Ich wollte sagen Ich wollte nur sagen Euche gehört zu mir Bitte seid nett zu ihr Also sie ist nur rein aus Interesse Wirklich Also sie gritscht hier nicht irgendwie rein Und Euche wenn du irgendwie Fragen hast Du kannst dich auch bei Flexa melden Oder bei Frag dich Die werden dir auf jeden Fall helfen Genau Privat Persönlich Ist sie eine ganz nette Aber ich Also das Wer ist Violeta Violeta ist War damals die rechte Hand Von Irfan Pilze Würde ich sagen Oh Kenn ich nicht Nur nie gehört wer diese Violeta ist Wer ich zum allerersten Mal Kann ich kurz dazu was sagen Ich habe zu dieser Zeit Als meine Schwiegertochter Meine Schwiegertochter suchte Für sich die Wahrheit Ist gar nicht so lange her Vielleicht ein Monat oder zwei her Und ich habe meiner Schwiegertochter versprochen Ich werde mich schlau machen Ich werde Ich werde suchen Und ich werde fragen Und ich werde Und dann stieß ich eben auf sie Und ich fand Gar nicht so schlecht Was sie da sagte Also ich bin ehrlich Ich habe keine Ahnung Ich habe tatsächlich keine Ahnung Gar kein Problem Kannst du ja mal Du kannst ja mal folgen Es wäre auch sehr sehr interessant Mal mit ihr Wenn ich dich da mal sehen würde Wäre es sehr Nicht interessant aus Neugierde Sondern einfach mal Dass du auch mal siehst Oder hörst Was sie sagt Ich habe sie auch nicht Als falsch empfunden Muss ich ehrlich sagen Sondern für mich war so Als sie dann sagte Ich war auch mal Bin ich ehrlich Bei einer Sagt ihr die Pfingstgemeinde was Oder sagt euch die Pfingstgemeinde was Die halten sich auch sehr stark An das alte Testament Und ich war auch In dieser Gemeinde Oftmals Und habe auch mal Beim Bibelstudium Mal mitgemacht Und bin aber Nicht so richtig reingekommen Und ich war wirklich Auf der Suche nach Antworten Und bin es immer noch Nicht jetzt Dass ich Antworten gefunden habe Der eine braucht länger Der andere eben Kürzer Und da landete ich dort Und dann kam dieses Jahr Katholizismus Evangelismus Orthodoxie Pfingstgemeinde Es wurden 6, 7, 8, 13 Gemeinden genannt Die unbiblisch seien Wo ich mich als Laie Als geborene Muslima Frage Es können doch nicht alle falsch sein Doch Also falsch Wenn ich sage falsch Denn ich habe dir die Verse deswegen gegeben Und die Auslegungen Habe ich mir notiert Muss ich später Ja In Ruhe Die habe ich mir alle notiert Werde ich später in Ruhe Alle mal lesen Und auch weiterlesen Und Okay Es geht darum Ich kann keine Christen supporten Die innerhalb und außerhalb der Gemeinde spalten Warum Paulus warnt davor Paulus warnt davor im Korinther Paulus warnt auch im Römerbrief darüber Es wird im Römerbrief darüber gewarnt Genau Deswegen Leute Oder beispielsweise Christen Die innerhalb der Gemeinde spalten Haben die Bibel nicht verstanden Wenn sie die Bibel nicht verstanden haben Dann sollten sie sich eine Bibelstudie holen Weil wenn sie die Bibelstudie holen Dann werden sie es auch verstehen Ja Deswegen man sollte Nicht die Verse sich so auslegen Wie man will Weil hier in TikTok Haben wir ein Riesenproblem Dass gewisse Sekten Die hier drin sind Innerhalb der Gemeinde Spaltet Und diese müssen aus dem Verkehr gezogen werden Es ist einfach so Weil das ist eine heretische Lehre Und das muss raus Das sind Leute für mich Das sind keine Christen mehr Die müssen raus Die spalten Ja Ich bin nicht der Einzige Ich bin nicht der Einzige Der das bestätigt Auch unser Bruder Mensa Mensa redet auch sehr oft Über die Bibel Klärt darüber auf Tut evangelisieren Auch er sagt Und er bestätigt auch das Was ich sage Ja Leute die innerhalb Der Gemeinde Spalten Sind keine Christen mehr Das ist falsch Das ist sehr gefährlich Was sie da machen Glaube ich dir Glaube ich dir Sehr gefährlich Es ist halt sehr sehr schwer Für eine Person wie mich Dann so Ich mache TikTok auf Und wie gesagt Ich bin seit längerem Auf Suche nach Antworten Und dann kommt natürlich Algorithmus Ist normal Und gestern kamst du eben Und ich finde Das ist sehr sehr schwer Dann für jemanden Der Antworten sucht Und so viele Meinungen Weißt du wie Ich finde das auch super Dass du jetzt sagst Es ist schwer Oder es ist schlecht Wenn jemand spaltet Nur bist du als Laie dann Gezwungen In dem Moment Das zu glauben Was du gerade hörst Und dann hörst du Sei unbiblisch Ich kann dir Ich kann dir von mir aus Ich kann dir von mir aus Nichts erzählen Ich bekräftige es nur Mit der Bibel Das war es Ja Das war jetzt auch Gar nicht so gemeint Um Gottes Willen Dass du jetzt von dir aus Irgendwas erfindest Sondern Wenn ich dann Also Violetta Habe ich jetzt mehrmals gehört Und Ich habe auch Womit ich nicht sehr Komfort war Sie predigt Und ich finde Menschen dürfen predigen Ich weiß nicht Ob Frauen predigen dürfen Eine Frage Du hast gesagt Sie heißt Violetta Ja Darf sie eigentlich Als Frau laut der Bibel Predigen Das frage ich mich ja gerade Das war jetzt gerade die Frage Warte mal Hast du gerade eben gesagt Sie predigt als Frau Ja Für mich ist es eine Predigt Also in meiner Welt Naja Sie predigt Okay Frag sie mal Frag sie mal bitte Ob sie als Frau Das war die Frage Schon mal bei ihr Sie dürfe predigen War die Antwort Dann hieß es Ja aber du musst dich bedecken Als Frau Also das war dann Noch ein Kommentar Ich habe noch nie Kommentiert bei ihr So was Aber dann war Der Kommentar Aber dann müsstest du dich bedecken Und dann hat sie gesagt Ja das ist egal Ich kann meine Hand Auf meinen Kopf tun Wäre auch eine Bedeckung Und seitdem ist sie öfter mal Bedeckt Kann jeder hier bestätigen Der sie öfter mal gesehen hat Oder nicht Darf ich kurz reinschneiden Also die Violeta ist an sich Wie gesagt Wenn man mit ihr spricht Ganz in Ordnung Aber Da wir da Bei diesem Thema Also ich kann nichts Über die Person sagen Weil ich kenne sie sowieso nicht Deswegen Okay Alles gut Ja also ich kann nur sagen Dass sie auch sagt Dass Nonnen unbiblisch wären Ich weiß nicht Also ich bin jetzt frisch im Glauben Und habe schon direkt gemerkt Dass da was nicht stimmt Und Eusche bei dir muss ich sagen Falls du dich mit der Bibel Beschäftigen möchtest Fang bitte nicht bei Mose an Sonst kommst du total durcheinander Fang bitte bei Johannes an Und die Reihenfolge Dann würde ich dir noch aufschreiben Aber das ist Johannes ist das neue Evangelium Nochmal Johannes Ja Wenn du die Schlachter Bei Johannes und das neue Evangelium Wenn du die Schlachter 2000 Kaufst Beziehungsweise Was ich dir empfehlen würde Dann würde ich auf jeden Fall Mit Johannes anfangen Und nicht mit Mose Weil du dann komplett Durcheinander kommst Wenn du die Tora nicht gelesen hast Also müsste ich quasi Bei der Tora anfangen Nein Du solltest bei Schlachter 2000 Anfangen Und die Tora wird dir Im Neuen Testament erklärt Gashi Gashi Darf ich dir eine Sache sagen Natürlich Bleib lieber hier Und wir legen die Verse anhand der Bibelstudie Legen wir es aus Es ist glaube ich besser Das ist okay Ich komme auch immer wieder gerne Wirklich immer wieder gerne Was ich halt gerade jetzt Was Ceylan gesagt hat Mit dem neuen Evangelium anfangen Weiß ich nicht Ob das in meinem Kopf Sinn macht Weil ich würde halt beim alten Testament Nein nein Du fang lieber beim Neuen Testament an Vertrau mir Warum? Weil sich dann alle Verderben erklärt Also mein Ich bin ein Laie Ihr dürft nicht davon ausgehen Dass ich wissend bin Aber mein Verständnis ist Das neue Evangelium Das neue Testament Entschuldigung Neues Testament Erzählt quasi von Jesus Also ich helfe Biographie Im Laien Das neue Testament Bestätigt das alte Testament Deswegen würde ich das neue Testament Zuerst lesen Du musst erst mal Jesus Christus kennenlernen Okay Weil wenn du Jesus Christus Kennengelernt hast Ja Und wenn du dann die Torah Wenn du dann das alte Testament Lesen tust Dann wirst du sagen Wow Das ist unser Gott Das ist unser Gott Der spricht Deswegen empfehle ich dir Erst neues Testament Und dann altes Testament Dann werden auch die Dinge klar Okay Ist Eine Frage Ja Weil Guck mal Ich wollte dir noch kurz was erqueren Weil die Tora Die Vorhersehung ist Beziehungsweise Es wird dann im Neuen Testament Offenbart Ja Das alte Testament Ist einfach nur die Vorhersage Und was dann passiert Dass Jesus Christus Auf die Welt kommt Diese Also die Tora Wird komplett passieren Das ist nämlich das Was du dann im Nachhinein verstehst Okay Ich Persönlich Würde es wahrscheinlich Schön finden Wenn mir erstmal etwas gesagt wird Und das dann bestätigt wird Aber wenn ihr sagt Es wäre sinnvoller Neu und dann alt Aishigashi Moment Darf ich kurz antworten Auf einen Kommentar Ja Hier ist ein Kommentar Aishigashi Eigentlich Moslem Fragezeichen Aishigashi ist in erster Linie Ein Mensch Ich möchte Ich möchte Ich möchte erstmal meine Brüder und Geschwister Vor etwas warnen Ganz kurz Gashi Leute Wir sind nicht perfekt Was die Bibel angeht Wir sind wirklich nicht perfekt Aber wir tun unser Bestes Jeden Tag unser Wissen zu erweitern Besser zu werden Stark zu werden Stark im Glauben Viel viel besser zu werden Ja Leute schützt euch bitte Vor heretiker Die innerhalb der Gemeinde spalten Ich bin nicht perfekt Manchmal mache ich auch Fehler Ja Manchmal kann ich auch anders sein Ja Und ich kann euch eine Sache sagen Leute Es tut mir leid Wenn ich so bin Ja Aber Ich muss knallhart manchmal sein Ja Wir müssen die Wahrheit sprechen Bitte 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 Leute Bitte Folgt Keine heretische Lehre Wenn ich sage Heretische Lehre Leute die Bibelferse auslegen Und es nicht verstanden haben Wenn du einen Vers nicht verstehst Leute Das gebe ich euch einfach mit Das ist eine Liebe Die ich euch mitgebe Wenn ihr die Verse nicht versteht Liest Lieber Diesen Vers mehrmals Liest diesen Brief nochmal Um diesen Vers auslegen zu können Aber nicht einfach aus einem Mund herausgeschossen Ja Aber dieser Vers heißt so Das ist falsch Die Bibel ist eine Bibliothek Ein Puzzle Was zusammengefügt werden Der eine Vers passt zum anderen Der zu dem Und das erklärt diesen Vers Man kann nicht einfach so die Bibel auslegen Wie man will Ja Deswegen Leute Seid vorsichtig Vor Lehren Wie Leute Die hier Spalten Innerhalb der Gemeinde Und deswegen Würde ich euch Eine Sache sagen Leute Wenn du Ein Katholik bist Ja Gashi Du musst dich nur kurz stummeln Ich spüre alles doppelt Alles gut Wenn du Ein Katholik bist Und einer kommt zu dir und sagt zu dir Hey Du kommst in die Hölle Weil du ein Katholik bist Du verurteilst diesen Katholiken Obwohl du nicht mal weißt Ob er was An Jesus Christus glaubt Oder ob er sagt Jesus Christus ist Gott Vielleicht greifst du da gerade jemanden an Der Katholik ist Der sagt Jesus Christus ist Gott An Jesus Christus glaube ich Und du verurteilst ihn Und sagst ihn Du kommst in die Hölle Weil du Katholik bist Das ist ganz gefährlich Ganz gefährlich Ebenfalls der Orthodox Ebenfalls der Orthodox Ja ebenfalls der Orthodox Deswegen Ihr müsst vorsichtig sein Folgt Menschen nicht Die innerhalb der Gemeinde spalten und sagen Katholiken sind falsch Orthodoxen sind falsch Protestanten sind falsch Falsch Dieser Protestant ist Glaubt auch daran Dass Jesus Christus Gott ist Dann spaltet man diese nicht Ich möchte bitte Dass Mensa Der hat gut zugehört Ich möchte bitte Dass Mensa Das was ich sage Wenn ich falsch liege Mensa Bitte ich möchte Dass du vor den Leuten sagst Hey Flex Hör mal zu Das ist falsch Was du sagst Ist nicht richtig Wenn ich zu 100% richtig liege Mensa Bestätige es Ich bestätige es mit der Bibelstudie Sag du was dazu Wenn du es bestätigst Ich freue mich Ja mein Bruder Ich hoffe dir geht es gut Und auch an alle anderen Gott segne euch alle Gottes Segen Ja also wie gesagt Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen Also das ist ein Thema Das mich persönlich auch Seit langem auf die Nerven geht Ja diese ganzen Spaltungen Von wegen der Der ist Der ist Wie heißt es Der ist Heretiker Und der Wie heißt es Der geht in die Höhle Und bla 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 Erstens Die Personen die das entscheidet Sind nicht wir Sondern es ist Gott Der das entscheidet Es ist Jesus Christus Der das entscheidet Denn es ist sein Reich Okay Solange Eine Person Die Gottheit Jesus nicht ablehnt Oder seine Kontinuierung nicht ablehnt Hast du nicht zu entscheiden Ob er Zum Gottes Reich gehört Oder nicht Denn die Bibel sagt Jeder der neu geboren ist Ist Teil des Reiches Ja Du kennst Du kennst die Herzen der Menschen nicht Ja es ist Jesus Christus Der die Herzen prüft Der die Nieren prüft Ja und der die Herzen kennt Nicht wir Okay Deswegen zu sagen Alle Orthodoxen gehen in die Hölle Zu sagen Alle Katholiken gehen in die Hölle Zu sagen Alle Protestanten gehen in die Hölle Liegt nicht in deiner Macht Liegt nicht in unserer Macht Ja nicht in meiner Macht Jeder der so etwas behauptet Wird sich auf jeden Fall Vor dem Herrn Jesus Christus Verantworten müssen Ja Weil du hast kein Recht Jemandem das Heil abzusprechen Und ja Deswegen Lass uns damit aufhören Weil das ist unnötige Fitness Die wir stiften untereinander Ich weiß Es gibt viele Orthodoxen Die genau das gleiche machen Finde ich nicht gut Es gibt viele Katholiken Die genau das gleiche machen Finde ich nicht gut Genauso gibt es viele Protestanten Die das machen Finde ich auch nicht gut Lass uns einfach damit aufhören Ja und lass uns Eine Einheit bilden Und Das Evangelium proklamieren Okay Solange jemand nicht Etwas lehrt Was gegen die Bibel geht Ja Haben wir kein Recht Solche Menschen Als Heretiker zu bezeichnen Genau Genau Also ihr seht Mensa hat es bestätigt Ja Ich sag es immer wieder Es ist gefährlich Was sie da machen Ähm Ja Da müssen wir sehr sehr vorsichtig sein Und Ja Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus Ja Mensa bestätigt das auch nochmal Und So muss das sein Ne Leute Ich bin auch ganz ehrlich Ich habe mega Hunger Aber Gashi Wenn du noch Fragen hast Stell ruhig die Fragen Nein Vielen vielen Dank Für heute glaube ich Sind wir alle Fertig Ich habe die Verse alle aufgeschrieben Was du mir genannt hast Ähm Auch die Suchen Die wir Ähm Kurz besprochen haben Ich werde mich da ein bisschen Durchlesen Wie gesagt Ich bin unwissend Ich bin kein Ähm Gelehrter Kein Darf man als Frau ja eh nicht sein Aber Ich bin Auf Suche Und darum bin ich auch hier gewesen Und bin auch hier Und Vielleicht war das eine Fügung Gottes Dass ich gestern Keine Serie geschaut habe Auf Netflix Sondern Hier dann zugeschaut habe Ja Ich bedanke mich für Als allererstes für den Respekt Mir gegenüber Und Ähm Auch für die Antworten Und auch für diese Infos Und Suchen Und Verse Und Alles mögliche Vielen, vielen Dank Hey Eusche Hey Eusche Ja bitte Jesui Jesui Thot Kusch Kerkon Jane Wer suchet Der findet Ja Und So heißt es in der Heiligen Schrift Ich denke du bist gesegnet Äh Schau dir das einfach mit Äh Mit offenen Herzen an Weil Jesus sagt auch Dein Herz muss bereit sein Also Er klopft an dein Herz An Und Wenn du öffnest Wird er mit dir speisen So Das ist mir bewusst Anfragen stellen Die kommen nur Um zu schwören Also Leute Ich glaube ihr könnt das bestätigen Und diesen Fehler mache ich nicht nochmal Und deswegen Leute Es tut mir mega leid Dass ich es zugelassen habe Dass dieser Dämon Vorhin hier reingekommen ist Ja Und das Programm hier gestört hat Aber ich werde in Zukunft wirklich darauf achten So wie der Bruder God's View uns das gesagt hat Hey Ähm Vorsichtig Ja Wenn jemand so reinkommt Schmeiß ihn gleich runter Ja Und deswegen Hey Sie sagen mich sehr 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 Bruder Ähm Bruder Ähm Bändest du stream gleich Äh Wenn du willst Ich schicke die Leute zu dir Okay Ja Dann schick die mal zu mir Ich mach in 5 Minuten auf Okay Alles Okay Leute Bis gleich Bis gleich Also meine lieben Geschwister Ich bin echt mit der Energie Am Ende Ich schicke euch alle zu Mensa Geht zu Mensa Ja Bitte unterstützt den Bruder Liked auch für den Bruder Ja Wenn wir 400.000 Likes erreicht haben Ebenfalls bitte bei dem Bruder Mensa Ich weiß es viel Arbeit Ja Ähm Ich bin aber am Ende Ich bin echt Ich bin mega mega Müde Was heißt müde Aber ich muss eine Pause machen Ja Deswegen Leute Ganz ganz viel Liebe Geht rüber zu Mensa Gashi Jetzt kannst du noch was sagen Ähm Ich wollte eigentlich nur Mich bedanken Für den ganzen Respekt Den ich hier entgegengebracht Bekommen habe Und auch für die Antworten Und auch für Allein dieses Menschliche Hat mir sehr oft gefehlt Und vielen vielen Dank Und ich will auch euch gar nicht länger aufhalten Vielen Dank Alles Okay Danke Ich muss meine Energie wirklich bewahren Deswegen bei aller Liebe Vielen Dank Gashi Für das respektvolle Gespräch Und ich mache das alles gut Und an Mensa Ja ich werde Mensa bezüglich des Islams Werde ich Ihnen noch ein paar Verse geben Es geht beim Mensa weiter Yeshua al-Masihu Akbar Ja wir klären gegen den Islam auf Und meine lieben Muslime Kehrt um Ja hört auf Steine zu küssen Nehmt den Herrn Jesus Christus an Denn ein Stein der Sünden vergibt Das ist Götzendienst Deswegen nehmt den Jesus Den Herrn Jesus Christus an Und Ihr seid gerettet Ja Seid keine Steine Küsse Ja Und bei aller Liebe Leute I love you guys Ähm Kiss your heart Alle einfach mal Zum Mensa rüber gehen Eine gesegnete Nacht euch Ich werde zugucken Ja Und Aber jetzt mach ich erstmal ne Pause Okay Leute Peace out Frag dich Bruder Bis dann Gottes Segen Bruder Gottes Segen an alle Gottes Segen Gottes Segen Also bye bye